Der Retro-Kompott-Podcast ist und bleibt natürlich dauerhaft kostenlos. Doch wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, sichert ihr den Fortbestand dieses Projektes und ermöglicht neue Ideen, die wir nur mit euch verwirklichen können. Zusätzlich erhaltet ihr dadurch auch Zugriff auf viele exklusive weitere Inhalte, wie zum Beispiel den kompletten Audio-Stammtisch. Unterstützen kann man uns auf Patreon, Steady oder Paypal. Ein Dank geht an alle Hörer, die neuen Unterstützer oder Aufstocker bei Patreon und Steady und den Helfern für den Retro-Spiele-Club und unsere Projekte. An Richard H., Sabine, Stefan R., Daniel M., Anna H. und F. Sowie allen Käufern unserer Retro-Karte, den Partner unserer Ausstellungsstücke, den Retro-Bingo-Fans, den Besuchern unseres Museums in Hamburg und allen Sachspenden. Und natürlich an die besonderen Unterstützer Mario, Mennig242, Michael H., Sebastian, Horst, Nils, RSN8887, Ralf, Meister-Propper, Wolle, Christopher und die Open Pandora GmbH. Außerdem danken wir unserem heutigen Robiten-Sponsor Dragon Balls. Natürlich danken wir auch unseren regelmäßigen Gästen aus dem Retro-Kompott-Team, den Jungs von Pretty Old Pixel. Unserem Quizmaster Wolfgang und unserem Backoffice, das fleißig an den Transkriptionen und Übersetzungen unserer Interviews arbeitet. Dabei wie immer und immer wieder einen besonderen Dank an Stefan. Infos über uns findet ihr auf www.retro-kompott.de. Erreichen kann man uns unter mail.retro-kompott.de oder in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und WhatsApp. Natürlich findet man uns auch auf Twitch, YouTube, iTunes und Spotify, wo wir uns besonders über positive Kommentare und neue Follower freuen würden. Natürlich freuen wir uns auch über Gäste in unserem Hauptquartier, unserem Retro-Spiele-Club in Hamburg-Horn. Einem bespielbaren Museum mit über 50 Ausstellungsstücken aus den letzten 40 Jahren, wo man uns jeden Donnerstag zum Open House oder zu frei wählbaren Zeiten auch in Gruppen besuchen kann. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.retro-spiele-Club.de. Nun aber viel Spaß mit der neuesten Ausgabe. Heute sind mit dabei Patrick, Robin und Selma und als Themenexperten Robin, Alexander und Selma. Kadern Kadern , Kadern 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 Martin McFly hat es vorgemacht, doch er macht keine Zeitreisen mehr. Heute empführen euch Patrick und Robin mit ihren Gästen auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihr Fluxkompensator ist die Erinnerung. Herzlich Willkommen zum Retro-Kompott, einer Zeitreise zurück zu den Anfängen der Homecomputer, Spielekonsolen und Games. Auf geht's! Lassen wir uns überraschen, wie lange die Reise dieses Mal dauert. Retro-Warm-Up Auf in eine neue Runde Herzlich Willkommen zur Ausgabe 192 vom Retro-Kompott-Podcast und wir machen gleich ein Disclaimer vorweg. Falls wir heute wirres Zeug reden, ist unser Quizmaster schuld, weil wir haben eine Voraufzeichnung gemacht, die ein bisschen länger gedauert hat. Ein bisschen? Patrick, sag die Leute, wie spät es ist. Guck auf die Uhr. Ja, wir sind kurz vor Mitternacht in der Aufzeichnung und wir haben um 21.30 Uhr mit dem Quiz begonnen. Erfahrt ihr später. Aber wir wollen erst einmal unsere Gäste begrüßen, ein bisschen wie ein Gast, nämlich ein Teil der Pretty Old Pixel ist hier. Hallo Selma. Hallo. Ja, wir würden normal auch gerne Alexander begrüßen, aber der musste aus privaten Gründen kurzfristig absagen. Also auf diesem Wege viele Grüße auch an dich. Aber vielleicht hören wir dich ja demnächst trotzdem nochmal hier. Kommen wir nachher zu. Wir fangen an mit den Retro-Kart-Gewinnzahlen und ich würde mal sagen, die werden wir wieder nacheinander kurz vorlesen. Jeder, der seine Nummer hört und uns eine Mail bis zur Folge 193 schickt, der erhält einen Steam-Key, wenn er jetzt seine Nummer hört. Und wer nicht weiß, was in der Retro-Kart ist, der sollte einfach mal auf unsere Homepage gehen beim Retro-Spiele-Club. Da gibt es eine Unterrubrik Retro-Kart. Fangen wir mal an. Die 126 haben wir. 16. 156. 166. 144. 187. 166. 64. 500. Und die 85. Wie gesagt, falls ihr euch da jetzt wiedergefunden habt, schreibt schnell eine Mail und erhaltet ihr postwendend einen Steam-Key. Ja, vorab noch ein paar kleine Sachen wie immer, Robin. Wir haben die Öffnungszeiten ja im März bei uns im Museum offener gehalten, flexibler gehalten und wir hatten da, sag ich mal, gute Zeiten, schlechte Zeiten und werden aber auch im April ja, variabel bleiben, aber ein bisschen anders. Mit Sternchen, wie ihr es auch als E-Mail bekommen habt oder in unseren Infokanälen, die wir euch anbieten. Wir werden immer noch bei Bedarf, das heißt, ihr meldet euch an, jeden Wochentag öffnen können, aber ihr müsst euch 24 Stunden vorher anmelden, damit wir unseren Tag planen können und ich nicht wegen, hoffentlich kommt jemand im Laden sitze und es kommt keiner, weil das ist ärgerlich für die Technik, die ich dann schon vorbereite für meine Zeit. Und wir möchten ja trotzdem, dass ihr die Möglichkeit habt, uns zu besuchen. Genau. Und am Donnerstag werden wir weiterhin auch ohne Anmeldung da sein. Genau. Auch schon ab 17 Uhr auf Wunsch, ab 18 Uhr ganz sicher. Auch da könnt ihr uns natürlich anschreiben vorher, aber da haben wir weiterhin unser Open House und sind da für euch da. Und auch an den Samstagen, wo Retro-Lagerfeuer oder Retro-Bingo stattfindet, haben wir geöffnet. Guckt da bitte, wie Robin eben schon sagte, bei uns in sozialen Netzwerken nach, weil wir auch kurzfristig manchmal was ändern müssen aus Gründen, aber wir versuchen da so flexibel zu sein wie möglich. Und wie gesagt, mit Kindern schreibt es uns einen Tag vorher, sagt, vielleicht wäre es sogar noch besser um vier oder sowas. Wir können da flexibel sein. Wir wollen aber einfach gerne, wir wollen beides haben. Wir wollen euch glücklich machen, dass ihr uns besucht und wir wollen uns glücklich machen, dass wir, sage ich mal, ein geregeltes Leben führen können. Weil dieser letzte Monat, der war für uns beide sehr schwierig, weil wir ja keine Mitarbeiter haben. Es läuft ja nicht so, dass wir sagen, wir stellen jemanden ein, der dann jeden zweiten Tag dann mal abends aufmacht. Das würden wir gerne machen, aber das ist noch nicht drin. Dann haben wir ja unsere Videostammtische. Da haben wir ja das System ein bisschen umgestellt. Da haben wir ja jetzt die Teilnehmer sich Selbstspiele gewünscht, die wir in den nächsten Wochen spielen. Das werden wir auch so beibehalten. Das heißt, jeder, der da mitspielt, kann auch ein bisschen mitentscheiden. Was er gerne mal spielen würde. Und wir haben auch gesagt, falls irgendwelche Zuschauer in dem Fall Ideen haben oder Vorschläge, kann man uns die auch gerne schicken. Und wir würden dann, wenn zum Beispiel jemand uns was fürs Museum spendet, dann darf er auch mal was sich aussuchen. Aber wir machen nicht mehr diese öffentlichen Abstimmungen, weil wir möchten halt denen, die mitspielen oder die uns helfen, denen möchten wir was zurückgeben. Weil die unterstützt ja auch den Kanal. Und dadurch kommen vielleicht auch mal jetzt ein paar andere Spiele dazu, die vielleicht nicht jeder kennt und die vielleicht bei offenen Wahlen gar nicht gewählt worden wären. Ja, dann nochmal kurz zu den Audiostammtischen. Auch das ist ja ein offenes Format, wo jeder mitmachen kann. Da haben wir ja immer in Anführungszeichen das Problem, dass die Leute immer sehr, sehr spät dazu kommen. Wir fangen ja mal Freitags um neun an. Auch da noch mal der Hinweis, besucht uns da, quatscht mit uns, kommt vorbei, hört es euch an. Denn wie gesagt, die Abrufzahlen der Audiostammtische sind wirklich toll, muss ich sagen. Und unsere Unterstützer erhalten ja auch mehr als die erste Stunde. Und wir freuen uns da natürlich auch, wenn da immer mal wieder Leute dazukommen. Denn jede Geschichte ist interessant, das sagen wir ja immer, Robin. Es gibt eigentlich keine Retro-Geschichten, die uninteressant sind, was einige immer vermuten. Nein, auch die kleinsten Sachen, die ihr erzählt, sind interessant, weil jeder hat irgendwie eine eigene Retro-Geschichte. Und Patrick und ich haben eine komplett unterschiedliche Retro-Geschichte, obwohl wir so lange miteinander zusammengearbeitet haben. Und Selma hat auch eine ganz andere Retro-Geschichte. Das heißt, eure Geschichte, die ist interessant. Und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns irgendwas schickt, ob es nur eine E-Mail ist oder was gesprochen ist. Und da braucht ihr auch keine Scham zu haben, weil ihr sagt, oh Gott, das klingt so schlecht. Ich mag meine Stimme nicht hören. Das ist uns vollkommen egal, ob ihr eure Stimme nicht hören wollt. Wir wollen eure Stimme hören. Das ist das, was uns interessiert. Eben. Und wer sich jetzt fragt, über was wir sprechen, im normalen Feed ist ja die erste Stunde vom Audio-Stammtisch dabei. Da wisst ihr dann ungefähr, was auf euch zukommt. Und alle, die uns auf Patreon oder Steady unterstützen, erhalten ja auch die kompletten Versionen. Und die dauern teilweise sehr lange. Wir hatten letztes Mal nochmal geguckt. Wir hatten mal Audio-Stammtische, die gingen dann live bis 5 Uhr morgens. Und einige gingen dann tatsächlich auch nur bis Mitternacht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, ihr erhaltet dann immer am Ende den Zusammenschnitt der ganzen Geschichte. Und auch wer jetzt mitmachen möchte, muss ja nicht durchgängig dabei sein. Man kann da ja kommen und gehen wie an einem normalen Stammtisch. Also wer da erst um 10 oder 11 oder 12 kommt, der wird uns meistens da auch noch erreichen oder einige von uns. Ja, dann haben wir ja den Selmer hier. Warum bist du hier? Es geht nochmal um CertTag. Kannst du dich noch an die Aufzählung erinnern? Und die Frage ist natürlich wieder, wie wickelt ihr die Firma heute im dritten Teil ab, Selmer? Abwickeln ist, glaube ich, das Stichwort. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo wir aufgehört hatten in der zweiten Folge. Aber es geht dem Ende entgegen. Mit CertTag geht es zu Ende. Und es gibt eigentlich nur noch ein Spiel, worüber man wirklich reden müsste. Das letzte CertTag-Spiel aus Kanada. Da kommen wir nachher zu. Ja, und dann haben wir ja die letzten Wochen erst schon angekündigt, dass wir auch zum Beispiel den Alexander vielleicht demnächst mal wieder hier hören und auch dich vielleicht öfter hören. Magst du das Rätsel lösen, was wir vorhaben? Ja, also so wie ich es verstanden habe, werden die Abschlussgespräche, die wir sowieso im Zuge unseres Replays sowieso machen, bei euch nochmal wiederverwertet. Und der grüne Punkt ist drauf oder der grüne Retro-Punkt kommt drauf. Und wir steuern so ein bisschen zu dem Thema direkt dabei, nicht nur als, was ist es jetzt? Ein Retro-Talk. Wir haben ja heute auch noch einen. Wir wollten, also ich fand immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen, jetzt kommt wieder ein Sprichwort und ich hoffe, ich hau es dir neben. Es ist ja so ein bisschen wie Perlen vor die Säule werfen, darf man das so sagen? Ja, kann man, glaube ich. Wir wollen euch einfach noch mehr aufwerten. Wir möchten einfach einige Sachen, die ihr da wirklich so akribisch auseinandergearbeitet habt, habt gerne auch als Hauptthema einer Folge nehmen, weil dann können wir da nochmal gemeinsam über sprechen und das Ganze, ja, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Es ist bei einigen Abschlussgesprächen ja wirklich, das ist ja schon fast ein Thema und viele eignen sich dafür. Und auch Alexander hatte ja gesagt, dass da die Sachen, die dann zeitlich auch hinkommen, die könnte man da wunderbar nochmal in den Mittelpunkt stellen. Das wird nicht bei jedem Abschlussgespräch gehen, mit Sicherheit nicht, aber bei denen, wo es wirklich um hochinteressante Titel geht oder besondere Titel geht, da möchten wir die gerne auch so ein bisschen aufwerten. Du kannst ja mal spoilern, was der erste Plan ist zum Beispiel. Also jetzt haben wir schon aufgenommen Summer Games mit Alexander und dem Andira und da sind aber noch relativ viele weitere, auch interessante und nicht so uninteressante Titel in der Mache. Strike Commander kennt wahrscheinlich jeder. Nicht so bekannt ist wahrscheinlich sowas wie Seal Team oder Carriers at War. Die werden dann wahrscheinlich wieder als Retro Talk kommen, weil das werden wir auch weiterhin beibehalten, damit jeder, der sich dafür interessiert, die Sachen sich anhören kann. Aber einige Dinge werden wir ein bisschen mehr, wie gesagt, in den Mittelpunkt rücken. Und ihr seid natürlich auch dann herzlich eingeladen, bei den Folgen im Rahmenprogramm mit dabei zu sein. Vielleicht haben wir da noch den Alexander mit dabei, der ja heute, wie gesagt, aus privaten Gründen absagen musste. Das ist natürlich dann auch nochmal eine weitere Möglichkeit. Ja, was haben wir noch? Thema hatten wir gesagt. Wir haben auch ein Quiz. Ja, das haben wir vor aufgezeichnet. Heute gibt es den ersten Teil des April-Quizzes. Ich glaube, wir wollen gar nicht spoilern, gar nicht vorab was sagen. Wir jagen dem Januar hinterher. Und ob es das gelingt, werdet ihr nachher erfahren. Aber da lief einiges anders, als wir gedacht hatten, oder? Ich will keine Spuren davon tragen. Ich will das einfach ignorieren. Okay, dann sag uns, welches Interview wir heute hören, Robbo. Ja, Interview, immer eine gute Frage. Viel Arbeit für alle. Larry Cooperman. Was ist denn Larry Cooperman? Fährt der Mini-Cooper? Entschuldigung, das war ein dämlicher Witz. Er wird mit K geschrieben. Ja, Cooperman. Genau. Auch nicht wie Cooper von Mario. Nein, K-U-P-E-R. Der ist eigentlich mal berühmt geworden durch den Vertrieb und die veröffentlichte Titel wie Galactic Civilizations, Spiele, die ich sehr gerne gespielt habe. Der hat mit vielen verschiedenen großen Publishern zusammengearbeitet, ist dann drüber gewandelt, was sehr lustig ist, als Business Development Manager zu GameStop, also in den Verkauf rein, und nachher zu den Nightdive Studios. Und vielleicht klingelt es da bei euch in der Birne. Und das ist auch ganz gut so, weil Nightdive Studios sind die Firmen, die die Wiederveröffentlichung von den alten Spielen wie zum Beispiel System Shock und Two Rock gemacht haben. Also eine Firma, die sich aktiv am Retro-Dasein darum kümmert, auch wieder etwas Altes spielbar zu machen und auch zu modernisieren. Manchmal gut, manchmal schlecht, aber immerhin mit viel Eifer. Wurden die nicht von Atari gekauft? Atari, genau. Selma, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, das Interview ist vor drei Wochen gewesen, da gehörten sie noch nicht zu Atari. Das heißt, das müssen wir sozusagen als Add-on dazu packen. Das haben wir nachher auch in den News nochmal drin, aber können wir gerne jetzt schon mal sagen, ja, da war was in den letzten Tagen, weil der Verkauf war erst letzte Woche, das heißt in dem März. Und das konnte man da ja noch nicht wissen. Da reden wir nachher nochmal kurz drüber, aber alles, was davor passiert ist, hört ihr nachher im Interview. Dann gibt es einige Retro-Talks. Es geht weiter mit dem Unboxing der Wizardry-Spiele von Christian Harms. Diesmal packt er die Folgen fünf bis sieben aus. Den Anfang hatten wir letztes Mal. Finde ich natürlich auch sehr passend jetzt zum Thema, aber ein Unboxing-Audio ist tatsächlich etwas sehr Spezielles und Schönes. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz lustig, weil da haben wir im Blätterabend bei uns drüber gesprochen mit Christian und ich hatte ihm dazu gedrängt, das doch mal zu machen. Das finde ich jetzt lustig, dass er es wirklich gemacht hat. Er hat es wirklich gemacht und die ersten vier Pakete hatte er vor zwei Wochen schon ausgepackt. Also klingt absurd, ist es aber nicht. Hört da gerne nachher mal rein. Dann habt ihr uns was geliefert. Ihr habt über Lightspeed gesprochen, Selma. Ja, ist absurd und gehört auch absurd geblieben. Also braucht man nicht unbedingt wirklich spielen. Darum, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, die meisten Micro-Pro-Spiele, vor allen Dingen die frühen, sind alle gut. Dann hört euch das lieber nochmal an. Ja, und dann war ich im Sommersalon im Clubhouse auf St. Pauli zu Besuch. Ich wurde dort eingeladen, wir waren da eingeladen, aber ich musste da alleine den Retro-Spieler-Club vertreten und hatte da in einem Interview ein bisschen was über uns erzählt. Und ich hatte natürlich gefragt, ob wir das auch selber nochmal verwursten, verwirten können. Und deswegen gibt es da nachher nochmal eine Aufzeichnung mit Ausschnitten aus dem Gespräch aus dem Sommersalon. Das kommt nachher auch noch als Einspieler. Aber ich würde mal sagen, wir wollen gleich zum Thema kommen. Wir wollen hier gar nicht viele Worte verlieren. Wir hören nochmal in eine Werbung rein vom Dragonbox-Shop. Einen Einspieler, den wir uns erreichen können, gibt es auch noch. Und dann geht es direkt in den Abgesang von Sir Tech. Mal schauen. Wie kann man uns erreichen? Wir senden jeden zweiten Sonntag ab 22 Uhr live das Rahmenprogramm des Retro-Cop-Bots. Zusätzlich gibt es jeden Freitag ab 21 Uhr den Stammtisch. Ein offenes Format, wo ich jeder gerne mitmachen kann, um sich mit den Podcastern und anderen Hörern über beliebige Retro-Themen auszutauschen. Für Unterstützer gibt es die Stammtische auch komplett als Podcast. Für alle anderen gibt es öffentliche, einstündige Previews. Wir freuen uns im Retro-Compott besonders über eure Retro-Talks mit Erlebnissen, Themenvorschlägen oder retrobezogenen Inhalten. Und wer Lust hat, intensiver über ein Thema zu berichten, ist als Themen-Experte jederzeit herzlich willkommen. Erreichen kann man uns unter Mail.retro-Compott.de und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Weitere Infos dazu auf der Homepage www.retro-Compott.de Wir danken unserem Werbepartner der heutigen Ausgabe. Hallo Podcast-Freunde. Na, was ist noch besser als PC-Spiele? Klar, Amiga-Spiele. Und deswegen habe ich was für euch. Einmal frisch reingekommen ist Heroes of Gorluth, ein Sightscroller-Action-RPG, also ähnlich wie Castlevania und Co. Und um die Gorluth-Reihe zu kompletieren, haben wir auch Tales of Gorluth 1-3 auf einer CD zusammen. Hierbei handelt es sich um ein- bzw. drei Top-Down-RPGs im Stil von Zelda. Stundenlanger Spielspaß ist da garantiert. Alle Spiele laufen auf Amigas ab einer 68-020er-CPU, aber sie booten auch direkt auf dem CD32. Dann hätten wir außerdem noch ein paar Exemplare der limitierten Big-Box-Edition von Rocket Ranger. Erstmals in Deutschland ist offiziell enthalten die Original-Version, also nicht die mit den Außerirdischen. Neben der CD mit verschiedenen Original-Versionen von Rocket Ranger für Emulatoren ist die CD auch direkt bootbar am CD32. Und außerdem befindet sich noch eine ganze Menge Sammler-Zubehör in der Box. Sogar eine neue Version des Soundtracks auf einer Vinyl-Single. Und wer noch mehr Musik haben will, wir haben ganz frisch reinbekommen die Piano Collection Vol. 2 von Chris Hülsbeck und Patrick Nevian. Die gibt es sowohl auf CD- als auch auf USB-Sticks, aber beide Versionen sind limitiert, daher schnell zugreifen. Wo gibt es die? Natürlich bei uns im Shop unter www.dragonbox.de. Retro-Facts Das heutige Thema Halli und Hallo. Dieses ist natürlich der dritte Teil einer weiteren Episode, aus dem lange ich rede mit meinen Freunden unter Form von Selma und Alexander von den Pretty Old Pixeln. Hallo ihr beiden. Hallo Robin. Wir reden über Sertech und wir wollen, bewegen uns ja schon in Regionen, wo, Achtung Spoiler, wir jetzt auch schon schicke Grafik haben und das möchte ich natürlich mit euch beiden zelebrieren und vielleicht auch schon das Ende zelebrieren. Schon. Los geht's, komm, dritter Teil. Gut, also 95 Jacked Alliance auf den Markt gekommen. Was passiert denn 1996? Nicht so viel. Die Kuh wird weiter gemolken, oder? Klar, weil es funktioniert ja. Wir können ja, wir stellen ja fest, Jacked Alliance funktioniert. Wir können ja noch Deadly Games rausbringen und was beinhaltet natürlich Deadly Games? Zwei CDs und wir können gegeneinander spielen. Das heißt, ich weiß gar nicht, hatte das Hotseat? Nein, aber es hatte Netzwerk-Models. Nein, Multiplayer war das nur. Ich glaub, Hotseat hatte das nicht. Nee, also es war einfach mit zwei CDs möglich, das im Netzwerk zu zweit zu spielen und dann sich gegenseitig die Teams kämpfen zu lassen. Und das war's eigentlich. Und ich weiß, sehr viele Leute haben es sich damals gekauft, weil sie dachten, es ist ein zweiter Teil, um nachher festzustellen, dass es im Singleplayer eigentlich nicht viel bietet. Das ist so. Ich kann mich dran erinnern, oder hat es doch Hotseat gehabt? Nee. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Spielt aber auch ehrlich gesagt nicht so eine große Rolle, weil es relativ langweilig war, gegeneinander Deadly Games zu spielen. Wir fanden es nicht so toll. Es gibt, glaub ich, noch ein oder zwei neue Waffen. Und was wir nicht ganz so erwähnt haben, ist, es gab ja bei Jacked Alliance, wenn man drauf gekommen ist, auch so ein Crafting. Man konnte ja Waffen modifizieren und sowas. Und ich glaube, das gab's in Deadly Games dann auch noch ein bisschen erweitert. Aber insgesamt war's halt langweilig. Ich meine, die Idee hatten wir ja bei XCOM auch schon. Oh, stell dir mal vor, es gibt zwei miteinander konkurrierende XCOMs oder der eine könnte die Aliens spielen und der andere die XCOM. Oh, wär das nicht toll? Aber wenn man's dann mal spielt, was ja mit den Open-Source-Sachen jetzt geht, dann ist das eigentlich doch nicht mehr so toll und nimmt so ein bisschen den Zauber von dem Spiel. Und so war das bei Deadly Games auch. Ich glaub, wir haben das auf zwei Netzwerk-Sessions mal versucht und dann konnte, hatte keiner mehr Bock da drauf. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das haben wir, glaub ich, damals im Netzwerk gespielt. Das hab ich, glaub ich, nur einmal gespielt. Wir haben's abgehakt und es macht leider keinen Spaß. Ja, weil es auch sehr langwierig ist. Der Kampf ist langwierig. Man trifft ja nicht sofort. Man muss oft aufeinander schießen. Dann fehlt wieder die Munition. Und ach, nee, ist sehr zäh gewesen. Machte leider nicht so viel Spaß, wie es auf dem Papier klang. Das war auch der Grund, weshalb ich es nie gespielt habe. Also mich hat es nicht gereizt. Das hab ich dann übersprungen. Obwohl ich ja vom ersten Teil, vom Hauptspiel ja wirklich begeistert war. Aber trotzdem hat sich's verkauft und wir haben das im Regal gefunden. Und da das ja alles gut lief, das System, kann man ja auch noch ein bisschen weiterwurschteln mit Spielen, die ja schon mal bekannt waren. Und es gab da noch Nemesis The Wizardry Adventure. Ja, das war ein Spin-Off. Das war eigentlich wieder was Untypisches. Denn es ging hier wieder nicht um eine Party, die man durch irgendwelche Dungeons führt, sondern eine Einzelperson, oder? Ja. Und da waren die Adventure-Elemente wesentlich stärker ausgeprägt. Ich hab's nie gespielt. Ich weiß nicht, wie's bei euch war. Habt ihr's mal angerührt? Ich hab's mal gespielt. Aber was sehr untypisch für mich ist, war von dem Render-Look so ein bisschen abgeschränkt. Mhm. Definitiv. Der ist echt untypisch. Also, es sieht ein bisschen aus wie ein Lens of Law 3 optisch mit teilweise designtechnischen Totalreinfällen. Also, die Zwischensequenzen sehen nach heutigen Maßstäben grausig aus, weil einfach viele Texturen vorkommend fad aussehen. Es hat aber einfach damit gewertet oder gepostet, es hatte fünf CD-ROMs und das brauchte es auch, weil das war natürlich alles pre-rendert. Und das Spiel hat ja im Prinzip nur noch die Elemente zusammengeklebt dann nachher. Und ja, es gab bestimmt Leute, die mochten das, weil es ja ein Rollenspiel-Adventure ist. Aber ich weiß nicht, wer sich daran das angetan hat. Also, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir das häufig damals verkauft haben. Das glaub ich auch. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt mehr aus der Idee herausgeboren war, oh, guck mal, wir haben jetzt CDs und guck mal, hier die Konkurrenz, die machen jetzt alle FMVs und also Full-Motion-Video und sowas brauchen wir auch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Es gab auch eine Version für den Sega, ne? Genau, passt ja auch wunderbar ins Portfolio für Sega CD, weil es natürlich ein CD-ROM-Spiel ist mit vielen CDs und der Saturn hat genug Leistung, das auch anzuzeigen. Also, Sega CD fürs Mega Drive. Ich weiß gerade nicht, stand da drin, ob es Saturn war oder ob das... Saturn, ja. Ja, Saturn, ja, genau. Passt perfekt ins Portfolio, aber da gibt es von der Story mit Sicherheit bessere Spiele, gerade von Sega. Ja, aber es passt einfach in den Zeitrahmen und ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, war das auch eine Zeit, wo eigentlich jeder größere Softwarehändler alle Spiele da haben musste, weil der Kunde gerne bereit war, auch mal 79 Mark auszugeben für so ein Spiel oder 89 Mark, weil es ja optisch gut aussah. Ja, also das ist eine Zeit, da haben wir auch, wo einfach viel verkauft worden ist, auch viel Schrott verkauft worden ist, weil die Leute wollten CD-ROM-Kram sehen, sie wollten gerenderten Kram sehen und das alte Pixlige musste irgendwie abgeschüttelt werden. Schade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es nur ein Vorurteil war. Ich glaube, ich möchte es doch nochmal spielen und mir dann irgendwann selbst mal ein Urteil davon bilden, ob es wirklich gut oder schlecht ist. Heute könnte ich bewusst darüber hinwegsehen. Damals war ich halt super enttäuscht für fünf CDs, sowas hier zu kriegen. Also die Rändergrafik sieht wirklich nicht doller aus. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wer das programmiert hat, ob es da irgendwie immer noch innerhalb der Familie bleibt. Ja, ja, das ist von Linda. Ah, okay. Linda und Ian Curry. Ich habe mal geguckt, wo Ogdenburg ist. Das ist nicht Pennsylvania, das ist New York State. Und das ist direkt an der Grenze. Dazwischen läuft nur noch der St. Lorenz-Strom. Es gibt eine Brücke und von der Brücke aus sind es noch 50 Kilometer bis Ottawa. Also das ist wirklich so, als ob man hier was von Hamburg, keine Ahnung, in, was gibt es von Hamburg hier, Lübeck oder so, in Lübeck, die Firma sitzt und man im Prinzip mal rüberfährt, wenn man nochmal was hat. Aber Robin, Lübeck ist nicht 50 Kilometer von Hamburg entfernt. Nee, 60, stimmt. Ehrlich? Ich hätte jetzt 150 gedacht. Nein, 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 nein. Nein, okay, okay, okay. Ich kann mal gucken, ob ich mich irre, aber ich glaube, es sind ... Na, ich stehe immer im Stau bei euch da oben. Ich glaube, es sind 60 Kilometer, mehr ist es nicht. Also es ist vergleichbar und es ist in einer halben Stunde gemacht. Auch in den USA. Ja, wir wollten eigentlich nicht drüber reden, aber ich finde, na doch, über Wizardry Gold müssen wir trotzdem nochmal sprechen, weil das ist ja auch wieder ein Versuch, Geld zu machen aus Bestehendem. Habt ihr Verbindungen zu diesem? Also ich kann mich an das Cover erinnern, mehr auch nicht. Und ich finde es auch schon lustig, dass in der Verlinkung das Wizardry 7 steht und nicht das Cover von Wizardry Gold. Ach so. Also ich habe das später irgendwann mal als Wizardry 7-Fan halt mir mal gekauft. Und kennt ihr diese Upscaler, die versuchen aus Pixeln dann so weichgezeichnete Linien zu machen? So sieht das aus, das Spiel. Also ich finde, aus der schönen Pixelgrafik wird halt sowas undefinierbares. Also das sieht nicht schön aus. Einige Porträts und so weiter haben sie neu gezeichnet. Es gibt, glaube ich, auch das erste Mal zumindest in so Keyszenen oder so Sprachausgabe. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, konnte man, weil es ja ein Windows-95-Programm ist, natürlich muss es für Windows sein. Klar. Konnte man diesmal, und das ist, glaube ich, der einzige Pluspunkt, die Automap in einem extra Fenster aufhaben. Also beim Original musste man immer zwei Buttons oder drei, glaube ich, sogar drücken, um auf die Karte zu kommen. Hier konnte man die dann so, weil Windows, Fenster und so, frei auf dem Bildschirm positionieren. Und sie blieb dann offen, während man gelaufen ist. Ich meine auch, es ist, glaube ich, ein Feature, was auch auf der Rückseite des Covers, müsste man mal gucken, ganz groß angemalt wird. Weil es einfach total toll ist, dass man weiß, wo man ist. Lustig finde ich, hier steht ja explizit, dass David W. Bradley Design, Writing und Programming gemacht hat. Bezieht es sich in diesem Fall darauf, dass er das Ursprungsspiel gemacht hat? Oder bezieht es sich darauf, dass er wirklich hier mitgemacht hat? Schätze ich auch. Der war ja bei Origin zu der Zeit. Dass er da zwei Jobs gemacht hat, ist eher unrealistisch. Denke ich auch. Und sehr viele Leute, die noch nie aufgetaucht sind, gerade in Bezug auf Graphic Director, Chris Apple, Graphic Artist Susanne Snelling, Daniel Minter, BJ Barrett, Renata Dolnik. Ja, also es sind halt einige neue Grafiken entstanden dafür. Und man merkt, dass es irgendwie so ein Team war, was vorher nicht daran beteiligt war. Weil es halt irgendwie, es sieht mehr aus wie das japanische Wizardry, finde ich. Ja, da gebe ich dir recht. Es sieht unretro aus. Es sieht aus wie überzeichnet und ein bisschen, ich finde, wenn man gemein wäre, würde man sagen, es sieht ein bisschen aus wie so ein Browserspiel. Ja. Also dieses Spiel, kann ich euch sagen, hat sich sehr miserabel verkauft. Das habe ich, ich glaube, wir haben häufiger die amerikanischen Versionen gehabt, weil die Leute wahrscheinlich alle dachten, oh, es kommt ein neuer Wizardry-Teil raus. Haben das importiert, als die deutschen Versionen, die halt so einen ganz normalen zweiteiligen Karton hatten. Die amerikanische ist so ein Schuberkarton, wo du die, so einen großen Innenkarton rausziehen kannst und da dann halt alles drin ist. Und ich glaube, der Inhalt war sehr überschaubar. Das war für ein Rollenspiel eher traurig. Ich finde auch das Cover total furchtbar mit dieser Frau auf der CD, die das surft. Die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Sie hat Brüste. Und deswegen war es wichtig, dass man eine Sci-Fi Kämpferin mit fast entblößten Brüsten dahinsetzt und den 50er Jahre Science-Fiction, amerikanischen Horrorfilmgegner mit dem Gehirn im Glas. Das ist ganz wichtig. Aber ganz ehrlich, mich hätte das abgeschreckt als Käufer. Was soll das? Was ist da die Intention? Ja. Wahrscheinlich einer der wenigen Spiele, die noch unter Windows NT laufen würden. Ja, also das zählt auch nicht für mich als Spiel, was eigentlich zur Historie dazugehört für Zyrtec, weil es ist eigentlich nur eine erneute Verwurstung. Wenn ihr nichts mehr zu dem Möser 3 Gold habt, ich würde ganz gern, obwohl wir gesagt haben, wir wollen es nicht machen, können wir trotzdem nochmal sagen, es muss in diesem Zeitraum auch Entscheidungen gefallen sein, intensiv auch als Publisher tätig zu werden. Und wir haben ja auch eine Liste von Published Only, also Spiele, die eigentlich gar nicht zur klassischen Historie von Zyrtec mit dazuzählen, aber die dennoch interessant sind. Gerade jetzt in dem Zeitraum, wo vermutlich es ums Geld ging, einfach weil nicht klar war, wie das Geld entsteht. Und wir haben, das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, 96, 97, ein Haufen Spiele, die jetzt auftauchen, weil natürlich diese Spiele Geldbringer sein sollten. Und wir fangen mal an mit dem Fable von 1996 und wenn euch jetzt das Herz aufgeht und sagt, oh, das Fable, das ist so ein tolles Rollenspiel. Nein, es ist nicht das Fable, denn es ist ein Telstar-Spiel und das einzig Schöne an diesem Spiel ist der Karton. Es sieht aus wie ein edler Buchrücken mit einem schönen gestärkten Papier drin und dann klappt man das auf und es guckt eine CD an und man spielt ein Spiel und hat das Gefühl, man spielt ein Spiel von 1992, bezahlt dafür den Preis von 1997 und es hat tatsächlich auch von den Bewertungen her sehr durchschnittlich abgeschnitten. Und das kann kein großer Bringer des Geldes gewesen sein. Also, wenn man so Point-and-Click-Adventures sich angucken möchte, da würde ich euch eher Lure of the Temptress empfehlen. Das gefällt mir vom Spiel her wesentlich mehr und das ist von 1992 oder 1991. Das hier ist vier Jahre später. Ja, das Armed and Delirious habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Doch, ich glaube, das ist bei uns auch ausgekommen. Ja. Das ist ein ganz, ganz skurriler Titel, wo man sich wirklich die Frage stellt, warum sollte man es spielen? Und es hat sich wohl auch sehr, sehr schlecht verkaufen, denn wer spielt schon gerne eine demente ältere Dame? Richtig. Oh Gott, Armed and Delirious tells a surrealist story about the Crotoni family who torture animals. Die quälen Tiere. Ich meine, wie kann man das denn verkaufen? Ist vom israelischen Entwickler. Ah, okay. Ich lasse das da einfach so im Raum stehen. Fünf CDs, schon wieder so ein Render-Kram. Okay, also auch das kein Burner. Und dann kommt für mich einer der, neben dem anderen, das auch gleich noch kommt, noch so ein Hammer raus. Excalibur 2555 AD. Angesagt mit wahnsinniger 3DFX-Grafik. Einer der ersten 3DFX-Titel im Rollenspielbereich, wo alle gesagt haben, Wahnsinn, es ist 3D und so. Und ja, soll ich euch mal die Bewertung sagen? Ich glaube, das Beste, was ich finden konnte, ja genau, das Beste, was ich finden konnte, war von 6,25 von 10. Der Durchschnitt ist aber irgendwo so zwischen 3,5 von 10 oder, also es ist maximal 50 Prozent. Und es ist wieder eine englische Firma Fish Limited Tempest. Ja, das sind die Art von Spiele, wo die letzte Generation sich rankleben sollte, oder? Wenn, bitte an sowas. Das stimmt. Es gibt eine Playstation-Fassung. Okay. Die Playstation-Fassung soll noch schwerer sein, weil die hat Performance-Probleme. Also, und dann geht's nämlich weiter. Aber jetzt musst du vorsichtig sein, Robin. Ich hab das Spiel bei euch beim Retro-Bingo gewonnen, ja? Genau. Jetzt kommt nicht damit, dass es der allerletzte Scheiß ist. Nein, es ist nicht der allerletzte Scheiß, denn Virus the Game, ich weiß gar nicht, ob ich schnell mal das Cover-Art bekomme von der Rückseite. Ich muss nur einmal gucken, ob ich hier, da muss ich ja mal bei MobiGames gucken. Es hat nämlich einen Text hinten drauf, der mich absolut davon abge-, wie raus, der mich davon nicht inspiriert hätte, dieses Spiel zu kaufen. Und ich kann euch erzählen, dass mein Schwager, der das Spiel von mir bekommen hat, nee, der hat das irgendwo günstig bekommen, der hat das, warte mal, ist das die Rückseite drauf? Ja, Backcover. So, warte mal. Nee, das ist die polnische Version. So weit bin ich noch nicht, das kann ich nicht lesen. Und das ist auch die polnische Version. Wo ist denn die deutsche Version? Soll ich dir das vorlesen von der deutschen Version? Erzähl mal, genau. Stellen Sie sich vor, der gemeingefälligste aller Viren hat Ihren PC infiziert. Ihr Datenverzeichnis ist die Karte eines gewaltigen Schlachtfelds. Sie navigieren durch Ihre eigenen Ordner und Dateien. Sie produzieren und stationieren Antivirus-Waffen und Fahrzeuge. Sie lauern zahlreichen Viren auf und vernichten sie. Sie stellen infizierte Dateien wieder her und reparieren sie. Entschuldigung, ich will spielen. Warum wird mir gesagt, dass ich ein Virus auf dem Computer habe? Und es steht fett vorne drauf, Virus, Warning, Virus, Do Not Break Seal. Ich meine, wer, welcher normale durchschnittliche Käufer, der auf die Rückseite guckt, sagt, oh, das ist eine tolle Idee, ich kann in meinem Datenbau meiner Festplatte, kann ich rumklicken und das sind dann Verteidigungspositionen. Da würde ich doch als Käufer Panik bekommen. Da gibt es ein paar Admins, die in Unternehmen tätig sind, die in der Freizeit sowas bestimmt gerne abspielen. Aber es ist doch Fingen, VDS, Virus, Antivirus, 30-Tage-Test-Version dabei. Wobei, das ist ein cooler Marketing-Zug. Also, das war auch kompletter Reinfall. Ich weiß nicht, wie viel sie da versenkt haben. Und die Bewertung, warte mal, 3 von 5 ist das Beste, 2,9 von 10, 28 Prozent, 30 Prozent, die deutsche PC-Games 62 Prozent gegeben. Also, die reißen es dann wieder komplett raus. Also, das ist noch so ein Reinfall. Und dann gibt es natürlich ein Spiel, was man sagen muss, als wir Deutschen, und das war auch im Interview, das hatten wir vorhin ja schon besprochen, die Verbindung zwischen Certech ... Ach, Robin, warte mal. Sorry, ich lese gerade die Trivia. Das war ja noch viel besser. Ja, die Game-CD und das Handbuch wurden in so einem statikfreien Umschlag. Kennst du ja diese grauen Dinger, wo die ... Und der war versiegelt mit dem Label Do Not Break Virus Inside. Ja, ich meine, was passiert da? Was normaler Käufer, der denkt echt, wir werden alle krank, mein Computer geht kaputt. Und deswegen gibt es von diesem Spiel ganz viele ungeöffnete Versionen. Aha, interessant. Also, diese haben alle Panik bekommen. Ja, was auf jeden Fall aus deutscher Sicht interessant ist, ist tatsächlich, dass das schwarze Auge Schatten über Riva von Certech für den internationalen Markt aufgenommen wurde, weil sie das Produkt einfach gut fanden. Guido Henkel hatte ja auch mit diesem Produkt wirklich was Gutes geleistet für den Spielemarkt in Deutschland sowieso, aber auch für den Rollenspieler, weil das ist ja wirklich ein Hardcore-Rollenspiel gewesen, was trotzdem spielbar war. Deutsche Release 96, weltweit 97 rausgekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall damit noch ein bisschen Geld verdient haben. Im Interview wurde halt etwas abfällig gesagt, na ja, das Spiel hieß ja übrigens mal das schwarze Auge, The Black Eye. Ich meine, wer möchte denn Black Eye? Das ist komisch, meinte dann der Sirotec. Das ist komisch. Kein Verkaufsargument. Und deswegen heißt es dann Realms of Arcania, Shadows over Riva. Cover ist trotzdem gleich geblieben. Also die Coverart von Ugurcan Yüce ist dieses Motiv mit dieser riesigen Spinne, mit den Zauberer und der Amazonen, die darauf kämpfen, fand ich optisch immer gut. Die deutsche Cover-Version ist leider halt Wabbelkarton und ist dauernd kaputt gegangen. Und das ist leider so ein bisschen schlecht für den Sammler. Aber ja, nichtsdestotrotz. Und sie haben dann auch noch die Trilogie im gleichen Jahr auch nochmal verkauft. Also ja, ich glaube, das waren die Spiele, mit denen sie vermutlich am meisten Umsatz gemacht haben. Gut, aber ab da war es dann wieder ruhig. Jein. Ja, jein, jein. Also Selma, du sagtest, da haben sie Umsatz gemacht. Aber der Umsatz hat wohl nicht ausgereicht, denn sie sind 1998 out of business gegangen. Das heißt, sie haben beschlossen, und ich rede jetzt von Sirtag in den USA, nicht mehr als Verlag, als Publisher tätig zu sein und ihre Geschäftstätigkeit komplett einzustellen. Und es gibt ein sehr interessantes Interview mit Robert, wo er sich über die Verhaltensweisen im Computerspielemarkt bitter, bitter beklagt, dass die Lieferanten unzuverlässig sind. Das sind vielleicht diese anderen Publisher, mit denen er Verträge gemacht hat, um Produkte dann in den USA zu verbreiten, vermute ich mal. Aber auch der Einzelhandel, der ihm da sehr stark zugesetzt hat, die sich nicht mehr für die Spiele interessieren, sondern sogar Marketinggeld haben wollen dafür, dass er die Spiele in die Läden reintun und dann kurzfristig auch noch die Bestellungen stornieren. Und das hat dann dazu geführt, dass sie wirklich gesagt haben, da haben wir keine Lust mehr drauf, wir schließen den Laden. 1998. Also man muss einfach sagen, das ist auch ein Zeitraum, wo ganz viele andere Firmen aufgehört haben zu existieren, weil dieser CD-ROM-Markt dazu geführt hat, dass eigentlich jeder, der einen halbwegs fähigen Grafiker hatte, ein Spiel über drei, vier, fünf, sechs, sieben CDs produzieren konnte. Nimmst du ein paar, vielleicht zwei, drei bekannte Namen, setzt den da mit rein, machst du ein interaktives XYZ-Spiel. Ja, du musst dich eigentlich kaum noch um Spielprinzip groß kümmern. Tiefgehend ist auch schon manchmal ein bisschen schwierig. Es hat einfach den Markt komplett aufgeschwemmt. Es war wenig Substanz da. Es gab immer noch Hits. Und wir reden ja hier von als Beispiel Half-Life 98. Da gab es massig, also gerade der Reich 97, 98, 99, ist gespickt mit totalen Hammerspielen, aber auch gespickt mit totalen Flöten. Also dieses, das seht ihr immer beim Retro-Bingo oder das seht ihr, wenn ihr so bei Spielehistorien guckt, auch bei Electronic Arts sind plötzlich da Spiele mit drin. Da denkst du, oh Gott, dafür haben sie tatsächlich Ressourcen und Geld bezahlt, dass das Spiel produziert wurde. Ja, und die Konsolen haben natürlich auch unter Druck gesetzt. Muss ja auch sagen, die PlayStation hat ein super gutes Geschäft gemacht. 96 rausgekommen, 97, 98, die Konsole wird ja immer besser. Der PC kam einfach unter Feuer. Er musste mehr liefern. Und die Käuferschicht hat sich, glaube ich, auch geändert. Der Anspruch ist einfach gestiegen. Und wie gesagt, so ein Spiel wie Virus oder Excalibur, das kriegst du wahrscheinlich nicht mehr verkauft. Das geht halt nicht. Und wenn dann auch irgendwie du merkst, dass hintenrum alles nicht funktioniert, klar, hört man dann auf mit so einer Firma, weil du denkst, ich butter dann irgendwann nur noch rein. Aber zum Glück eben nur dieser Geschäftsbereich. Genau, weil die Kanadier, also die Sir Tech in Ottawa unter Ian Curry, die haben weitergemacht, weil es gab noch zwei ganz heiße Spiele in der Pipeline. Und zwar Jack Alliance 2 und Wizardry 8. Ja, Jack Alliance 2 wäre nach meinem Gefühl her eine eigene Folge. Ich könnte auch jetzt eine halbe Stunde alleine reden. Das werde ich euch nicht antun. Wo fange ich da mal an? Das ist tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass mir gerade das Herz aufgeht, darüber mal wieder zu sprechen. Aber ich glaube, das war einer der ersten Spiele, wo ich vom ersten Moment an, vielleicht mit Half-Life vergleichbar, an jeder Zeile, die das Spiel ausspuckt, ich versucht habe zu verstehen, was es mir gerade mit dieser Zeile sagen möchte. Es fängt dann schon damit an, dass du deinen Charakter erstellen musst und du so einen Zehn-Fragen-Katalog bekommst und ich das tatsächlich analysiert habe, was passiert, wenn ich gewisse Antworten auf verrückte Fragen gebe, was dann nachher mein Charakter hat als Boni. Und es ist im Prinzip so ein Rollenspiel wie Jack Alliance 1 mit dem Bonus, seinen eigenen Charakter mit da drin zu haben, der dann auch seine Perks hat, seine Stats hat und eine Geschichte, die auch ein bisschen trashig ist nach heutigen Gesichtspunkten, aber erwachsener wirkt. Und da hätte man auch eine Abenteuerserie draus machen können oder Netflix hätte da vielleicht eine Serie draus machen können mit fünf Teilen oder sechs Teilen, um einfach diese Geschichte dieser armen Republik zu erklären mit seinen geschundenen Menschen und diesen ganzen miesen Charakteren, die laufen. Arulco. Arulco. Nähe zu Kuba sind immer wieder vorhanden. Ich glaube, deswegen haben es die Amerikaner auch so geliebt. Ich weiß nicht. Ich lasse euch erst mal, wenn mir was einfällt, was zum Punkt passt, melde ich mich dann. Ich muss gestehen, dass ich es gar nicht so intensiv gespielt habe wie den ersten Teil, weil es mir A, zu komplex war, Ich fand den ersten Teil viel erfrischender, weil es nur das Notwendige war, was man da machen musste. Also es war wirklich so eine Urform, gleicher Effekt wie bei Master of Orion, wo ich auch das erste eigentlich besser finde als das zweite, weil es nicht überkomplex war. Damit hatte ich ein Problem. Und ich fand die Grafik nicht so schön. Also ich fand die Grafik von dem ersten Teil netter und gefälliger als diese etwas dunkleren Brauntöne in dem Spiel. Und drittens fand ich auch die Geschichte ein bisschen doof, dass man jetzt irgendein südamerikanisches Land befrieden muss, um den Ex-Präsidenten, der auch noch der Ehemann der jetzigen Präsidentin ist, wieder an die Macht zu verhelfen. Also man muss hier einen Ehekrach am Ende lösen. Das hat alles dazu geführt, dass ich es zwar gespielt habe, aber nicht mit dieser Begeisterung, die du hast, Robin, sondern irgendwann mal dann aufgehört hatte, weil ich irgendwas Besseres dann hatte als dieses Spiel. Das ist das Einzige, was ich dazu beitragen kann. Sorry, Robin, dass ich deine Begeisterung hier nicht so teilen kann. Alles gut. Das ist ja meine Begeisterung. Die Begeisterung besteht einfach daraus, dass ich es wirklich zigmal gespielt habe und auch mit unterschiedlichen Versuchen, in bestimmte Bereiche zu gehen. Und das führte dazu, dass man irgendwann ein bisschen Maniac wird mit diesem Spiel. Man sich freut, wenn man plötzlich aus der Bewegung nicht mit der vollen Energie oder mit der folgenden Bewegungspunktzahl einen Kopfschuss hinbekommt. Es war tatsächlich Sachen, die einfach auf die Dauer, also es gab auch Momente, die waren, wo man denkt, oh Gott, er spielt jetzt echt das. Den hast du jetzt nicht gehört. Er steht um die Ecke, bewegt sich und du hast ihn nicht gehört. Aber wenn man irgendwann wusste, was man mit diesen Leuten anstellen kann und welche Fähigkeiten sie haben, war das einfach unglaublich genial. Ich glaube, du hast es ganz gut getroffen. Das war auch das Erste, was mir so in den Kopf gegangen ist. Es ist Erwachsener geworden. Es hat immer noch diesen B-Movie-Charakter, aber mehr einen Erwachsenen-B-Movie-Charakter. Wo es früher vielleicht so war, dass in den Filmen auch die Leute oft umgefallen sind, wenn einfach nur ein bisschen was geknallt hat, konnte man jetzt hier, ist schon so weit, dass man auch mal nachladen musste und dass man vielleicht mal ein bisschen Blut gesehen hat. Also das Ganze ist immer noch Erwachsener geworden, hat immer noch eine ... Naja, man kann es ja einstellen, wie strange die Story sein soll. Genau. Oder wie realistisch und wie schwer es man haben möchte. Also ich finde es ein bisschen besser wie Teil 1 vielleicht, aber ich finde es immer noch eines der abgefahrensten Runden-Taktik-Spiele, die ich gespielt habe, weil es so eine irre Mischung aus Augenzwinkern und ernst gemeint ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, dass ich nicht weiß, hat das Spiel das jetzt ernst gemeint? War das ironisch gemeint? Zwinkert es mir gerade zu? Ja, aber von den Spielmechaniken und so weiter, viel mehr vom Ersten, mehr Söldner, mehr Waffen. Es gibt jetzt wirklich Mods für Waffen, die ich an- und abbauen kann. Die Waffen haben unterschiedliche Feuermodi, was am Anfang nicht ging. Und was mir sofort aufgefallen ist, in Teil 1 ist es so, alle Waffen oder alle Gegenstände haben ein Flot. Sagen wir, die doppelte Höhe ist die Breite. Punkt. Manche Waffen sind jetzt aber vielleicht dreimal so breit, wie sie hoch sind. Das passte natürlich nicht. Also waren die ganzen Langwaffen alle so zusammengeschoben und dadurch anstand irgendwie so ein Spielzeugwaffen-Look. Das war hiermit alles komplett weg. Das ist mir sofort aufgefallen und das hat das Ganze für mich zumindest auf den ersten Blick ein bisschen realistischer wirken lassen. Dazu gibt es, ja weiß ich nicht, Bullet Penetration von Wänden und sowas. Das gab es im ersten Teil alles nicht. Also es ist schon alles viel taktischer, viel genauer. Einfach so, wie eine Fortsetzung sein muss. Die guten Spielelemente, alle ausgeweitet, die schlechten etwas zurückgenommen oder verbessert. Also eigentlich eine perfekte Fortsetzung. Was mir besonders, ich bin ja kein Waffen nah, aber ich finde, wenn man sowas macht, muss es halt genau sein, war es tatsächlich auch so, dass die unterschiedlichen Waffen innerhalb ihrer Klassen auch dementsprechend besser waren. Und das Spiel hat schon darauf geachtet, dass man am Anfang nicht so die Überwaffen bekam, damit man halt immer noch einen Wettbewerb hatte. Aber es gab halt immer Tipps und Tricks, wie man tatsächlich auch an bessere Waffen kam. Weil man, wenn man Geld hatte, konnte man halt einen Söldner nehmen, der vielleicht eine bessere Waffe mit dabei hat, die man noch gar nicht kaufen konnte. Weil da gibt es halt auch, du kannst in dem Spiel auch Waffen bestellen. Da gibt es gleich am Anfang eine Szenerie, wo du einen Floghafen befreien musst. Und da gibt es halt schon diese klassischen Rollenspielentscheidungen. Da gibt es jemanden, der ist von der Diedrenner, die sozusagen jetzige Führerin von Arulco. Da gibt es jemanden, der da arbeitet und der sagt dir, ja klar, ich kann dir helfen, ich arbeite ja hier und wenn was für dich kommt, packe ich es dir beiseite. So, und dann bestellst du dreimal was und dann kommt die vierte Kiste plötzlich nicht mehr an. Und dann denkst du, hä, was ist das denn? Und sagt, ja, nee, tut mir leid, das ist hier nicht angekommen, ich wüsste nicht. Und dann redest du mit den anderen und dann sagt er irgendwann, ja, da ist was angekommen, aber ich weiß nicht, wo das hin ist. Das hat wohl der, der Charakter hat das wohl irgendwie verschwinden lassen. Und dann gehst du in eine Kampfsituation, knallst den ab und siehe da, jetzt ab jetzt kommen alle Sachen wieder an. Und die Leute sind auch glücklicher, wenn er nicht mehr da ist. Und ja, es geht dann nachher auch darum, dass du mit der Bevölkerung, weil es, der Unterschied ist, glaube ich, der, dass im ersten Teil die Städte keine Bevölkerung im klassischen Sinne haben, sondern da gibt es nur dieses Guards versus Feinde. Gibt es bei diesem Spiel in Städten, kannst du die innerstädtische Bevölkerung auch befähigen, dass sie halt kämpfen. Und du kannst, wenn du Leute, die Ausbilder sind, kannst du in der Stadt lassen und sagst du, Ausbilden von Militia, also von, von dem, von der Stadtverteidigung. Bürgerwehr. Bürgerwehr. Und die verbessern sich mit der Zeit, bis sie dann irgendwann mal bei einem guten Ausbilder dann plötzlich auf dem höchsten Level sind. Und dann greift halt der Gegner an mit zwei Kompanien und wird dann eiskalt von der, von der Bürgerwehr platt gemacht. Ja, und das ist, ich sag mal, durch die Bank sind da so Sachen drin, die, und vielleicht, macht Sinn, dann einfach über Fallout zu sprechen, weil vieles der Elemente, die ich in diesem Spiel hatte, fand ich, waren bei Fallout auch schon ähnlich. Also es ist, es nähert sich meiner Ansicht nach dem Rollenspiel mehr, als dass es vielleicht bei einem, einem Action-Wirtschaftsspiel ist. Das Geld ist immer noch extrem wichtig, weil es ist einfach teuer. Aber spätestens, wenn man anfängt, so mit den Teams zu arbeiten, das heißt, das eine Team muss dann die Helikopter-Basis mitten auf der Karte befreien, weil der Pilot dann die Möglichkeit hat, einen mit dem Helikopter umherzufliegen. Man bezahlt dann nur noch den Sprit. Und dann gibt's Szenarien, die kannst du eigentlich nur schaffen, wenn du einen Helikopter hast. Wenn du aber Fehler machst, kommen die in irgendeine Luftverteidigung rein und der Helikopter wird fast abgeschossen und muss dann wieder fünf Tage reparieren und du kannst den nicht nutzen. Und ja, und dann kommt noch das, was du vorhin gesagt hattest, Selma, mit dem, wie krude willst du es haben? Ja, es gibt nachher die Möglichkeit, dass du auch gegen Alien kämpfst. Habt ihr das mal gemacht? Nee, ich fand das auch immer, Aliens hatten da nichts verloren, das war mir zu viel B-Movie. Also, es geht nachher darum, dass du im Prinzip Goldminen hast, die Gold halt bringen und noch irgendwelche andere Sachen kannst du, ich glaub, die Mine ist generell Goldmine, ja. Und dann gibt's irgendwann den Punkt, dann kriegst du dann auf der Oberfläche, auf dieser Globalkarte, kriegst du dann sozusagen eine Meldung, ja, hallo, bla bla bla, wie du dich auch immer genannt hast, wir haben hier ein Problem, die Minenarbeiter wollen nicht mehr in die Mine gehen, da gibt's wohl irgendwas. Und dann stellst du fest, dass da irgendwelche außerirdischen Monster, was auch immer, in diesen, in den Minen sind. Aber glücklicherweise wird dieses Szenario, das ist klugerweise gemacht, am Anfang abgefragt, ob du das haben möchtest oder nicht. Und da musst du dann auch sowas wie so eine Königin töten. Das ist also wirklich sauschwer und hat mich fast, also ich, ich hab mich damals geärgert, dass ich bei den ersten Spielen das mit eingeschaltet habe. Das hab ich nachher abgeschaltet, weil das einfach keinen Sinn macht, dass du da irgendwie gegen diese Aliens da im fünften Unterlevel und verballerst da deine Munition und nichts zu bekommen. Aber trotzdem war das, das sind so verrückte Geschichten, die einfach zu diesem Spiel perfekt passen. Und dann dieser Realismus mit der Einschränkung, dass die Entferlungen natürlich nicht stimmen. Und da muss man sich, da hab ich lange mit mir ins Gericht gehen müssen, dass ich darüber nicht gestolpert bin. Weil, ich sag jetzt mal, fünf Felder da sind wahrscheinlich, musst du dir einfach im Kopf vorstellen, ein Feld ist ungefähr zehn Meter oder so oder acht Meter. Das heißt, wenn du einen Gegner zwanzig Felder entfernt hast, ist das schon hundertsechzig Meter entfernt. Das ist viel und deswegen trifft eine Pistole nicht mehr. Und ein Sturmgewehr trifft dann schon eher. Also man darf sich dann einfach von den Entfernungen, die man für logisch hält, bei diesem Spiel nicht so abholen lassen. Man muss einfach gucken, was die Waffen für realistische Reichweiten haben und dass es dann ab dem 23. Block sehr schnell ungenau wird. Aber man hat nachher wirklich, man kämpft um jeden seiner Charaktere. Man weiß, dass der eine, der ist immer geschminkt sozusagen, der ist immer im Schleichmodus. Dann hab ich dann Missionen gehabt, dann sollte ich dann irgendeine Waffenbasis angreifen. Dann hab ich nur den einen reingeschickt, der, warte mal, ich muss mal gucken, wie er heißt. Shadow heißt er genau. Shadow reingeschickt, nur mit einer, zwei Maschinenpistolen mit Schalldämpfer und er hat dann da irgendwie 20 Leute abgeknallt. Einfach, weil er es konnte, weil er leise war, die Gegner wussten nicht, wo er ist und das hat einfach Laune gemacht, wenn du anstatt dann mit fünf Leuten an Tageslicht reinzulaufen, du einfach mit einer Person nachts reingehst. Und du konntest halt wie bei, bei Deus Ex zum Beispiel, du kannst Missionen auch anders lösen als mit der Brechstange. Das ist vielleicht das, was ich meine mit dem Rollenspiel. Oftmals war es auch so, dass andere Tageszeiten alleine schon andere Charaktere oder NPCs darum gelaufen sind und so weiter. Andere Wachen waren da und so, ja. Genau. Und es machte manchmal auch Sinn, auf die Jagd zu gehen. Aber man muss halt immer beachten, dass halt nicht immer alle Vierecke auch wirklich die realistischen Entfernungen sind. Also auch auf der Globalkarte ist ein Feld nicht immer eine halbe Stunde gehen, sondern manchmal sind es auch vier Stunden gehen. Und man konnte so viele Sachen finden. Also in Rollenspielmanier ist überall irgendwo in irgendeinem Haus noch irgendwas Seltsames verbuddelt. Manchmal hat man Pech, ist eine Sprengfalle, aber da gab es eine Mission, da musstest du ganz nach ganz oben, ganz links. Da ist dann so ein Badeort und da bekamst du dann, wenn du mit einem ausländischen Badebesucher gesprochen hast, hat er dir als Austausch gegen irgendeine Sache, die er haben wollte, zwei Auto-Mag 3 gegeben. Und für alle, die nicht wissen, was eine Auto-Mag 3 ist, das ist die stärkste Pistole, die es gibt. Die verschießt 0,50er Patronen, also das, was eigentlich in so einem amerikanischen riesigen Scharfschützengewehr drin ist, als Handpistole. Da musstest du, also wenn du einen Söldner hattest, der super Buff hatte für Handfeuerwaffen und super stark war, der konnte mit dieser Waffe dann halt auch auf 15 Felder Entfernung den Leuten so viel Schaden abziehen, dass das wirklich, also da gab es, es gab hunderte Sachen, die man bauen konnte und du konntest Bewegungsmelder bauen, Sprengstoff bauen, du konntest nachher, was war das genialste, da gab es nachher dieses, diesen Sekundenkleber, konntest du nachher Schalldämpfer anbauen, du konntest Laufverlängerungen ankleben, das war das, was Selma vorhin sagte, also das Portfolio an Customizability war riesengroß und du konntest halt nebenbei im Shop auch immer noch bestellen, also es gab immer noch den Notebook, den du anmachen konntest, da bekamst du dann auch auch mal Mails von dem, von dem eigentlichen Herrscher dieser Insel, der dir dann auch sagte, er hat nochmal 5000 Dollar, er wird sie jetzt nochmal geben, Hauptsache wir können bis dann und dann da ankommen, es war so toll und das Ende ist so schwer und ach, eine Sache noch, diese, die Drenner, diese, die Bösewicht, Bösewichtin, die hat immer so einen, so einen Helfer gehabt und der war wie so ein, wie in so einem Historien, in so einer Historienkomödie, ist der immer hin zu ihr gegangen, hat es gesagt, oh meine, meine, meine Lady, wie hat es gesagt, meine, meine Führerin, die, diese, diese Söldner, die sie als, als Wichtel beschrieben haben, haben jetzt das, das Dorf so und so eingenommen und da gehst du hin, dann zoomt das sozusagen aus dieser kleinen, pixelanimierten Szenerie raus und du siehst in dieser isometrischen Grafik, wie sie zu ihm hingeht und ihm zwei, drei Backpfeifen gibt und danach, danach ist das Bild, wenn er redet, sieht man halt, dass so seine, seine Bäckchen so ein bisschen rot sind, das sind so tolle Details und umso weiter du spielst, umso mehr sieht sein Gesicht deformiert aus, weil sie ihm immer eine scheppert, wenn irgendwas nicht so läuft, also es sind so, da sind so Sachen drin, da merkst du, da sitzen einzelne Personen, die haben gesagt, lass doch mal hier nochmal, lass doch nochmal und das führte dazu, dass das Spiel, obwohl es natürlich blutig ist und Krieg darstellt, ja, es ist ein Kriegsspiel, auch teilweise extrem blutig, wenn du dann irgendwann wusstest, welche Waffen und welche Munition, dann konntest du böse, blutige Sachen machen, ist es trotzdem eine, in der Spielhistorie für mich einer der wichtigsten zehn Spiele, weil es einfach, die Langzeitmotivation echt da war. Ja. So, wie lange war mein Monolog? Ging's noch? Alles in Ordnung. Alles klar, wunderbar. Also, solltet ihr diesen Titel nicht bekommen, nicht kennen, bekommen, solltet ihn ohne Probleme, es gibt GOG-Versionen, es gibt auch Jacked Alliance 2 Gold, es gibt immer noch Homepages, die diverse Updates bieten und auch inoffizielle Patches, die super tolle Sachen machen, ja, also dieses Projekt ist immer noch nicht tot nach fast 25 Jahren. Und es gibt auch viele Box-Versionen bei Ebay, die kriegt man auch noch. Genau. Auch wenn die Qualität nicht so toll ist, weil es top rare ist. Aber auch aufpassen, nicht verwechseln, es gibt auch viele, viele Nachfolger, die scheiße sind. Oh ja. Also, auf den neuen Teil 3 bin ich vielleicht ein wenig gespannt drauf. Ich bin verhalten, könnte was werden bis jetzt, aber das hat man vielleicht zu den einen oder anderen Nachfolgern auch schon gesagt. Also, bleibt lieber dann bei dem Jacked Alliance 2 erstmal und warten ab, was 3 wird. Genau, denn, wenn ihr nichts mehr zu Jacked Alliance 2 habt, können wir uns gerne zu dem Jacked Alliance 2 Unfinished Business bewegen. das ich genau dreimal installiert habe und jeweils, ich würde sagen, einmal eine halbe Stunde, einmal eine Stunde gespielt habe. Das ist ein ähnlicher Reihenfall für mich gewesen wie Master of Orion 3, aber nicht ganz so schlimm, weil ich einfach, das ist eine Zeit reinfiel, wo ich, ich glaube schon Battlefield, nee, Battlefield ist später gekommen. Also, nein, es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Unfinished Business ist im Prinzip eine Nachverfalt, also eine weitere Geschichte, also ein Sequel von dem ersten, äh, von dem zweiten Teil und ihr sollt wieder irgendwie ein Team zusammensetzen, die werden mit dem Helikopter über die Anden, da über die Berge geschickt und werden abgeschossen und von dann an müsst ihr sozusagen ohne Geld mit den bestehenden Leuten euren Weg machen. Es hat nie bei mir funktioniert und es war im Gegensatz zu Jack the Line 2 tatsächlich ein kompletter Reihenfall für mich und ich, liebe Hörer, falls ihr sagt, oh, der hat das nicht gespielt, verstehen wir nicht, bitte erklärt es mir, ich fand es viel zu schwer und es hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Also, bei mir, ich war schon raus, als ich gelesen habe, dass es von Joe Wood hier vertrieben wurde und ich keine Joe Wood Spiele gekauft habe, also da war bei mir schon Ende. Und ich habe es auch nicht angefasst, aber ich muss gestehen, weil ich es einfach nicht gewusst habe, das ist das Körper. Genau, also es zählt als alleinläufige Erweiterung zu dem Spiel und ganz ehrlich, ja, es ist eine Erweiterung, aber es ist, ach, ja, genau, es ist einfach ein paar Waffen noch mit dazu, es sind neue Söldner mit dazu und es ist knüppelhart schwer. Und die Bewertungen waren zwar alle gut, es gibt wenig schlechte Bewertungen von diesem Spiel und das steht ja auch schon in der PC-Games-Bewertung, trotz einer zu kurzen Kampagne und vereinfachten Finanzsystem des All-Finish-Business eine exzellente Erweiterung des genialen Vorgänges, allerdings nur im englischen Original, die deutsche Lokalisation ging völlig in die Hose und Selma, da wären wir wieder bei Joe Wood, beziehungsweise in dem Fall sogar noch schlimmer, Enonix hat die Synchronisation gemacht, dass das einfach, ja, Ohren zu oder gleich die Originalversion, also Übersetzungsfehler und pseudocoole Sprüche, drittklassiger Sprecher zerren an ihren Nerven. Ich glaube, das hat mich damals auch genervt, dass diese, das war so, wo wir vorhin schon von City Cobra waren, das ist so City Cobra Niveau, also so Anfang 80er, nein. Gut, keine Überraschung dann. Nein, also für mich war der Höhepunkt schon das Jack the Lions 2 und da wird auch nichts dran rütteln. Ja, es gab ja noch Wildfire, was ich, keine Ahnung, irgendwann mal in irgendeinem Humble Bundle oder so dazu bekommen habe, aber ich muss gestehen, auch noch nie wieder gespielt habe. Hat das von euch einer mal versucht? Soweit ich es verstanden habe, ist es ja eine upgedatete Version des Originals und nicht wirklich eine neue Version, oder? Ich habe tatsächlich das auch gespielt. Ich müsste jetzt aber tatsächlich, um zu verstehen, was das war, müsste ich mir das einmal angucken, weil das kann ich mich, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist dann ja auch schon gar nicht mehr, das ist ja nur noch, basiert ja nur noch grob drauf. Richtig. Und 2005 Strategy First war der Publisher und Zucksex hat das in Deutschland rausgebracht. Also, die maximale Squadgröße wurde bei Wildfire von 6 auf 10 Söldner und die Bildschirmauflösung von 6,40,4,80 auf 1024,768 erhöht. 20 neue Waffen und eine neue Ausbalancierung der vorhandenen Waffen sollen einen realistischen Eindruck vermitteln, wozu auch neue Sounds zählen. Ich glaube nämlich, die haben mit diesem Spiel versucht, diese Entfernungen realistischer zu machen. Problem ist, wenn du das machst und diese, die Felder kleiner machst, weil die Auflösung sich vergrößert, du verlierst sehr schnell den Überblick, wo du eigentlich bist. Genau, Wildfire entstand aus dem Modding-Arbeiten von Serge Popov. Popov versuchte mit seiner Mod ein realistisches Spielgefühl zu vermitteln, weshalb er viele Änderungen an den Waffen, Landschaften, Strukturen und dem Spielverhalten der Gegner vornahm. Diese Version findet man jedenfalls oft, das wollte ich eigentlich damit sagen. Genau, die Powerplay fand's gut mit 78, die PC Games mit 74 auch und dann kommen so die Four Players, Games Welt 69. Ja, also ich war, ich hab's gespielt, aber nein, dann spiel ich lieber das Alte, da hab ich das Alte Gefühl. Das war tatsächlich, bei dem Spiel war's so, es bindet sich halt einfach an seinen, an die persönlichen Erfahrungen. Wenn man, ich hab nur gute Erfahrungen gemacht mit Jack in Lines 2, warum soll ich dann das Ganze in nochmal, in 50 Mal gemoddeten Versionen nochmal spielen? Gut, eigentlich wär das doch der gute Zeitpunkt, um aufzuhören, aber leider haben wir noch ein Spiel, ne? Ein einziges. Ein einziges und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das hier sehe und zwar reden wir über Wizardry 8, das letzte Spiel, was dann von Sirtac Kanada erstellt worden ist, danach haben sie dann auch den Geschäftsbetrieb eingestellt, dass sie keine neue Finanzierung für weitere Projekte hatten. Die hatten, glaube ich, auch ein Problem, da einen Publisher zu bekommen, weil der alte Publisher, die Tochter, nee, die Schwesterfirma, so müssen wir das nennen, die gab's ja schon seit 98 nicht mehr und ich muss gestehen, dass Wizardry 8 auch an mir vorbeigegangen ist, ich hab es nie gespielt, wenn ich mir aber auf MobiGames die Screenshots anschaue, muss ich gestehen, dass ich da vielleicht doch etwas verpasst habe, denn es sieht echt nicht schlecht aus und es sieht aus wie die vernünftige Weiterentwicklung des Spielprinzips, die GameStar hat 75 gegeben, ich befürchte, ich hab hier etwas verpasst. Das Spiel gab's sehr früh als Import, man hätte sich das sehr früh importieren können, weil halt in Deutschland keinerlei, keiner da war, der das machen konnte, der das liefern konnte. Es gab keinen deutschen Publisher, ich weiß nicht, irgendwann war's auf einer DVD-Fassung da. Ich weiß, dass es gute Bewertungen hatte und dass es gerade die Hardcore-Spieler fanden es total toll, weil es halt das klassische alte Prinzip ist mit einer sehr guten Grafik und wenn man auf die Charaktere guckt, sehen sie manchmal auch so aus, als ob sie aus Jacked-Align 2 geklaut worden sind. Also die Figuren, ich weiß nicht, wie es den Sprechern war, wahrscheinlich haben sie tatsächlich auch noch so den Sprecher mit reingenommen. Es zählt als sehr gutes Rollenspiel. Also ich hab hier etwas Neues auf meiner Liste heute Abend. Ja, lustigerweise hab ich das schon nach Österreich verkauft vor einem Jahr. Ah! Ich hab, glaub ich, zurzeit keins. Es ist leider auch in der deutschen Version eine DVD-Box. Wollte ich grad fragen, ne? Also es ist keine Big-Box mehr. Ich glaube, in Amerika ist... Es gibt eine Box. Genau. In Amerika gibt's eine Karton-Version und es gibt eine dicke DVD-Box. Beides gibt's, glaub ich. Aber auch die dicke DVD-Box hat nur ein dünnes Handbuch und eine DVD. Die Box-Version ist, glaub ich, auch nur viel Luft und nix. Aber wie gesagt, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Als Rollenspiel ist es, glaub ich, wirklich gut. Es sieht natürlich heutzutage mit den Texturen sehr verwaschen aus. Wir reden hier von einem Spiel von 2001. Also es ist auch schon über 20 Jahre alt. Aber wenn ihr auf Rollenspiel und dann vor allen Dingen auch mit diesem rundenbasierten Modus, was ich immer sehr sympathisch finde beim Rollenspiel, weil man da häufig in Hektik untergeht, sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Super. Obwohl ist der rundenbasierte Modus nicht rausgeflogen? Ich glaube aber, der Kampfmodus, also das ist alles Echtzeit und sobald du in den Kampfmodus gehst, geht das in so einen Runden. Ich weiß nicht, ob der unendlich wartet, aber du hast Zeit zu entscheiden, was du jetzt machen möchtest. Also ich hab's gespielt, als es Jahre später, weil es war hier halt auch nicht verfügbar und ich hab's dann Jahre später irgendwann mal als Kopie bekommen und hatte das Handbuch nicht dabei. Ich weiß, dass wir fasziniert davon waren und dass wir auch bestimmt zwei, drei Wochenende lang versucht haben, mit unserem Wissen von sechs und sieben da reinzukommen. Das hat aber nicht richtig gereicht, um richtig weit zu kommen, weil einige Mechaniken, ich meine das, sogar das Öffnen von Truhen und so weiter und Zaubersprüche, die waren anders und nicht mehr selbsterklärend. Also mit Handbuch würde ich gerne nochmal versuchen, die Idee dieses 3D zu haben, war natürlich schön, weil es dadurch dann halt wirklich so eine Open World näher kam, wie das, was die sieben oder sechs war oder alle anderen Vorgänger durch dieses schrittweise gehen und man konnte sich nur im 90 Grad Winkel drehen, das ist jetzt alles weg. Ich meine, man konnte sogar während des Kampfes irgendwie gehen, also man hatte auf jeden Fall mehr taktische Möglichkeiten, diese Welt zu entdecken, dafür war es, ich weiß gar nicht, ist das Unreal Engine, Quake Engine, eine von den beiden. Ich vermute Unreal, also ich glaube es auch, ja, ich glaube auch, es war Unreal. Die Gesichter sehen so klassischerweise Unrealig aus. Mag sein, ich glaube, du hast recht, dass es Unreal war, sieht schon hübsch aus, das kann man jetzt nicht anders sagen, aber naja, mein Herz hängt an Teil 7 und Sex. Ja, was können wir noch sagen zu dieser Firma? Diese Firma hat auf jeden Fall es geschafft, was viele andere Firmen nicht geschafft haben, eine Zeit zu überwinden, die eigentlich für viele andere Firmen der Tod gewesen wäre, nämlich der Weggang des wichtigsten Programmierers, der Geldmaschine und das sogar intern lösen konnte, das ist toll, aber wir sind ja jetzt auch am Ende mit 2001, danach war auch nichts mehr und ich bin mir sicher, dass man mit kreativen Ideen und einer Verschlankung da auch noch lange an den Leuten, also lange an diesen Produkten hätte Geld verdienen können und ich finde es auch lustig, dass sie nicht gekauft worden sind, also wir lesen, wenn wir über unsere Themen berichten, werden die Firmen eigentlich immer gekauft, wieso ist SirTechnik gekauft worden? Ich glaube, die wollten nicht. Genau, also in dem Interview steht, wird auch die Frage gestellt, gab es denn nicht jemand, der euch hätte kaufen wollen, wie Origin oder ähnliches und da sagte der Robert, da hätte er kein Interesse dran gehabt. Ja, also, na gut. Vielleicht hat er zu viel verlangt und am Ende war nichts mehr genug da, aber wie gesagt, er war nicht bankrott, sondern die haben wirklich von sich aus den Geschäftsbetrieb eingestellt, so wie jetzt auch Data Backer vor ein paar Jahren, weil sie einfach keine Chance in dem Markt gesehen haben. Das ist qualitativ nochmal ein Unterschied, ob du aufhören musst oder ob du sagst, ich glaube nicht mehr an den Business, ich mag die Leute nicht, ich mag das System nicht, ich gehe raus, ich mache was anderes. Dazu muss man aber auch sagen, dass sie halt Genres bedient haben, die dann spätestens Mitte der 2000er schon relativ weit ausgelaufen waren. Diese Art von Dungeon Crawler existierte dann eine ganze Zeit lang bis Grimworld oder so, hätte ich jetzt schon fast gesagt, existierte dann nicht mehr und so Taktikrunden basierte, Squad basierte Taktikspiele gab es dann auch erstmal eine ganze Zeit. Ach, das war alles ausgelutscht, das waren alles Szenarien, du hast die Leute ja gar nicht mehr bewegt bekommen, die Leute wollten anspruchsvolle Ego-Shooter wollten sie spielen, dann sind die Flugsimulationen plötzlich wieder gekommen, konnten sie auch nicht, haben sie ja nie mitgearbeitet. Rollenspiele heißt ja immer, dass du auch was irgendwie eine Geschichte mitverkaufen kannst oder eine Geschichte mitlieferst und wenn du die Geschichte nicht schön erzählst, dann wird das auch nichts. Guck, was bei LucasArts Probleme war in diesen Zeiträumen, was von LucasArts zwischen 98 und 2003 rausgekommen ist, es ist auch nicht so richtig gut. Richtig, ja. Ja, die eine Generation ist fertig gewesen, hatte keine Lust mehr und die neue Generation wusste mit dem alten nichts mehr anzufangen irgendwie. Genau, also ich glaube, das ist im Prinzip war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung und dass man es nicht verkauft, dass, klar, wahrscheinlich wollten sie nicht dafür eine halbe Million bekommen und jemand lässt, rollt dann die Spiele noch 20 Mal aus, bis sie keinen Cent mehr rausgeben, dass das einfach noch weiter in die Grütze gehauen wird. Ich meine, die werden auch schon durch die Geschichte mit dem Zucksex da, mit dem Wildfire Add-on und Unfinished Business gab es ja auch noch weitere Versionen und dann gab es ja noch ein Jacked Alliance, wie hieß denn das, 3D, warte mal, ich gucke mal ganz kurz an meiner Steam-Dagen, ich habe ja damals alles gekauft, weil ich dachte, oh, jetzt ist Steam da, jetzt muss ja, die ganzen Versionen, die kenne ich ja alle noch nicht, habe ich noch nie gehört, kaufe ich mir das mal und das war ja ein Reinfall nach dem nächsten, ich starte mal meine Steam-Datenbank, da habe ich hier vorher noch extra ausgemacht, damit es hier keine Plink-Plong-Geräusche gibt, was da an Jacked Alliance noch wartet, so, was habe ich denn hier, Jacked Alliance Back in Action habe ich mir gekauft, habe ich, steht hier, wie viele Minuten ich gespielt habe, siebeneinhalb Stunden gespielt, okay, Wildfire habe ich eine Minute gespielt, Jacked Alliance 2 Gold Pack habe ich mir gekauft, eine Minute, Jacked Alliance 2 Gold an Finished Business habe ich noch nie gespielt, Jacked Alliance Crossfire habe ich noch nie gespielt und Jacked Alliance Gold habe ich auch noch nie gespielt, weil ich nämlich die Version eher von der CD installiert habe, weil es einfacher mit dem Patch war, das zu patchen, als die verbackte Version von Steam zu benutzen. Irre. Dann gab es noch Jacked Alliance Online, Jacked Alliance Flashback, Jacked Alliance Online Reloaded, Jacked Alliance Rage, ja, schade, also, die Kuh ist leer. Ja, alles rausgeholt, was ging, ne? Ja. Ich komme mal ganz kurz was von Jacked Alliance 3 angesagt ist, ob das irgendwas wird, weil es gibt eine offizielle Website, es sieht optisch schön aus, das ist immer schon für mich schlecht, weil... Nein, es wird was, es wird was. Jörg Langer ist verhalten positiv und er ist einer der größten Fans der Spielserie. In dem Interview hat er das Gefühl, dass die Entwickler die Essenz kapiert haben und wirklich drauf programmieren und Jörg, einer der alten Entwickler ist auch mit dabei, aber ich glaube nur für die Musik, kann das sein? Also es sind Schweden, das ist schon mal die halbe Miete, ich bin jetzt mal ein bisschen voreingenommen, weil ich glaube, dass die, wenn die sowas machen, keinen Quatsch machen. Gibt es hier sowas wie eine Select Retailer? Nein, ich möchte es nicht bestellen, ich möchte Informationen haben. Ne, hier steht nichts, es gehört zu THQ Nordic. Also wie gesagt, ich bin auch eher positiv wie negativ. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn, ja, wenn Jacked Alliance 2 in 3D funktioniert und rauskommen würde, dann, da wäre ich schon sehr zufrieden. Also das müsste schon lieber zu, lieber mehr wie Jacked Alliance 2 als wie die Remakes der neuen XCOMs sein, wenn ich ehrlich bin. So, und hier steht drin, dass ein Curry als Autor und Mentor das Entwicklungsstudio unterstützt. Naja, heißt das, Sie haben ihm gesagt, hier hast du 50.000 Euro, schreib mal deinen Namen runter. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass so ein Desaster rauskommt wie bei Roberta und ihrem Spiel. Na, Desaster weiß ich nicht, aber es ist kein gutes Spiel. Oh, schau dir mal die Wertung an, aber das ist ein anderes Thema. Das besprechen wir, wenn wir über Sierra Online reden. Das dauert 30 Folgen, glaube ich, Sierra Online. Ja, wenn ihr nichts habt, wir können ja nochmal sagen, aber das wisst ihr, das haben wir schon am Anfang gemacht, damit wir euch triggern konnten, was diese Firma eigentlich ist. eine Sache noch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Silent Storm kennt von Nival Interactive. das kenne ich, das ist ein gelber Karton. Eine DVD, glaube ich. Das ist von 2004. Ich glaube, es ist ein kleiner Mini-Karton. Ah, das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es auch ein 3D-basiertes Taktik-Squatch-Spiel im Zweiten Weltkrieg. Es gibt zwei Versionen davon und ganz, ganz, ganz lange Zeit existierten mal die Gerüchte, dass Nival an einem Jacked Alliance auf Basis von Silent Storm arbeiten würde. Und wenn das Jacked Alliance 3 geworden wäre, wenn die es gemacht hätten, ich glaube, dann wäre es wirklich gut geworden, weil Silent Storm ist wirklich super. Leider haben sich die Gerüchte nicht bewahrheitet. Vielleicht haben sich die neuen Entwickler ja ein bisschen was von Silent Storm abgeguckt. Das würde ich mir hoffen. Wir hoffen das Beste, denn viele dieser Spielprinzipien brauchen eigentlich mal wieder eine neue Auffrischung, damit die Leute wissen, dass das früher eine tolle Spielezeit war. Richtig. Wir würden jetzt nicht sagen, was unser bestes Spiel ist oder unser Lieblingsspiel. Das habt ihr, glaube ich, sehr stark gemerkt. Ich muss mich bei euch beiden bedanken, dass das alles so easy geklappt hat. Von der Länge her ist das, glaube ich, alles wunderbar und wir freuen uns, dass es ein tolles Thema wird mit den Pretty Old Pixeln. Ja, ich brauche jetzt nicht für euch Werbung zu machen, weil ich habe diesen Markennamen schon diverse Male gesagt. Ihr könnt ja auch gerne gucken, dass bei Twitch und bei YouTube gibt es ja ein schönes Archiv mit euren Dingen, die ihr gemacht habt, gespielt habt und euch gequält habt. Ob der letzten Pixel, die keiner mehr spielen möchte, die Pretty Old Pixel, kümmern sich immer noch gerne um diesen Pixel-Kram. Ja, liebe, lieben Dank und ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Ich hoffe, euch beiden hat es gefallen, dass ihr mitmachen konntet bei unserem Thema, dass ihr nur mit mir zusammen schaffen konntet, weil alleine hätte ich es nicht gemacht. Ihr beiden, ja, hättet ihr natürlich auch mal machen können, aber ich wollte doch mein Jack the Lines 2 erzählen. Na, wenn wir das mal im Replay haben, dann werden wir dich natürlich zum Abschlussgespräch einladen, oder Selma? Auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank für das Thema und bis demnächst. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, Certec ist damit durch und irgendwie gehen Firmen nie positiv zu Ende. Kann das sein? Nie positiv zu Ende. Für wen denn? Ja, für die Firmen. Ja, im Sinne von, weil die Firma nicht mehr da ist und das Ende eher unrühmlich war. Finanziell kann man das immer nur schwer abschätzen, weil ja auch manchmal ein Verkauf oder sowas natürlich für denjenigen, der die Rechte hat, gar nicht so schlimm sein muss. Ja, aber Certec hat einfach aufgehört. Also immerhin mussten sie nicht aufhören, sondern sie haben sich entschieden, okay, das reicht, wir machen Schluss an dieser Stelle. Was ja schon positiv ist wie die meisten anderen. Das stimmt, ja. Aber es ist trotzdem ja immer so ein bisschen so ein Beigeschmack, weil die haben ja wirklich auch tolle Serien gehabt. Ihr habt ja auch da mit sehr viel Euphorie über einige Sachen gesprochen und dann war doch irgendwann Feierabend. Ja, aber in dem Fall gefällt es mir wunderbar, dass tatsächlich, wie Selma da schon gesagt hat, die Kerle so verrückt sind zu sagen, wir hören einfach auf. Das muss man sich mal vorstellen. Das, ja, so schlecht ist es gewesen, dass sie selbst gesagt haben, das war es, Sense. Ja, nächstes Mal geht es demnach nicht mehr um Certec. Wir gehen mal wieder in die Historie eines Programmierers, einer Programmiererin. Wie das entstanden ist, können wir kurz sagen. Wir hatten Ende letzten Jahres ja ein Quiz, ein Bilderrätsel bei uns gemacht und der Sieger durfte, wenn er es sich wünschte, bei uns im Podcast mitmachen und auch ein Thema mitentscheiden und da hat der Matthias gewonnen und hat gesagt, er wollte schon immer mal bei uns etwas über Dan oder Daniel Banden hören und da das bei uns schon seit Jahren auf der To-Do-Liste lag, fand ich das eine super Idee und dann hat sich der Michael vom Dragon Ball Shop noch bereit erklärt, ein bisschen über diese schillernde Person zu sprechen und dann haben wir gedacht, dann machen wir daraus nochmal ein wunderbares Thema und das ist ein Zweiteiler geworden. Und da geht es in zwei Wochen mit weiter und ich glaube auch für euch ist natürlich Dan Banden bzw. Daniel Banden ein Begriff, oder? Ja, für euch mehr wie für mich. Ich habe nicht so einen großen Kontakt mit ihr gehabt. Für mich auch nicht, weil da bin ich tatsächlich zu jung für und mein Spielhorizont taucht erst 1989 auf und dann hat die liebe Daniel eigentlich nicht mehr viel im Feuer, muss man mal sagen. die hat dann noch, ja, also zumindest für uns offensichtlich auch... Es endet mal wieder skurril, ja. Ja, ja, wie immer. Es endet skurril. Aber das, was dann gekommen ist und das, was ihr im Thema hören werdet, weil die Patrionen, die Unterstützer, können das ja jetzt schon anhören, muss man einfach sagen, die Spiele sind echt heiß und cool und lustig und abwechslungsreich und was gibt's noch? Superlative? Kreativ. Kreativ. Speziell, weil es gibt tatsächlich natürlich Sachen neben Mule, Heart of Africa und Seven Cities of Gold und zwar Sachen, von denen auch ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt. Also es war hochinteressant, sich da reinzuarbeiten und deswegen freue ich mich da auch, dass das jetzt wirklich mal in den Mittelpunkt gerückt wird. Wir machen mal weiter mit einem Einspieler, mit Werbung in eigener Sache. Dann gibt es eine Musik von Kumiko, nämlich Helleses Theme und dann gucken wir mal, ja, was wirklich im Quiz mit Wolfgang passiert ist. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben es immer gesagt und dazu stehen wir. Der Podcast ist und bleibt auch zukünftig kostenlos. Wir werden weiterhin jeden Monat über zehn Stunden Retro-Kompott sowie weitere Formate für euch bereitstellen. Die Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser Projekte mit den Themen Einspielern, Interviews und Tests nimmt viele Stunden Zeit pro Woche in Anspruch. Wer uns in einer kleinen Summe im Monat unterstützen kann, hilft uns, das Projekt langfristig zu sichern und weiter zu optimieren. Unterstützen kann man uns zum Beispiel bei Patreon oder Steady. Unterstützer erhalten noch mehr Content und sichern damit auch den Fortbestand unserer Projekte. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über Paypal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat oder ihr unser Museum in Hamburg unterstützen möchtet. Mindestens genauso wertvoll wie finanzielle Unterstützung ist mit Hilfe im Backoffice. Wer Lust hat, Interviews mitzusetzen oder zu transkribieren oder Inhalte auf der Webseite zu pflegen, kann sich jederzeit bei uns melden. Zeigt uns mit eure Unterstützung, dass der Versuch einen kostenlosen Podcast durch die Community, also durch euch, langfristig zu sichern, tatsächlich möglich ist. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrocomfort.de Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank! Retro Mysteries Rätsel aus der Vergangenheit Ja, zum vierten Mal haben wir jetzt die Chance, in einem Quiz zu bestehen und diesmal haben wir ja Selma als Verstärkung. Mal gucken, was da so passiert. Ob wir mit dem Jan neu hinterherrennen, ob wir uns blamieren oder nicht, aber das liegt nicht nur an uns, das liegt hauptsächlich an unserem Quizmaster und der muss dafür erstmal in der Leitung sein. Wolfgang, bist du da? Ja, hi! Ich bin natürlich da und grüße euch zum ersten Teil des Lohi 23-Quizzes im April. Wie sieht's denn aus mit der März-Win-Spielfrage, Patrick? Hast du da richtige Einsendungen erhalten? Dieses Mal haben wir tatsächlich für die Frage keine Einsendung erhalten. Das heißt, wir ja, verschieben das Ganze und werden heute ja am Ende des Quizzes eine neue Chance bieten. Hm, ja, schade. Dann warten wir mal ab, was heute passiert. Wir starten das Quiz. Ihr spielt wie gewohnt kooperativ im Team, um möglichst alle der aktuellen möglichen 23 Punkte zu gewinnen. Als Hilfe gibt es pro Ausgabe also insgesamt zwei klassische Chat-Joker. Ich beginne mit einer Multiple-Choice-Frage. Ihr dürft gerne diskutieren, aber am Ende müsst ihr euch auf eine der vier Antwortmöglichkeiten einigen. Welche Haarfarbe hat Giannas Schwester Maria? Ist das braun, grün, rot oder schwarz? Sie war letztens lila bei unserer Location und ich weiß nicht warum. Das ist das Erste, was ich dazu sagen kann. Das war ein Fehler. Ansonsten spiele ich nicht mit Maria. Wer von euch spielt mehr mit Maria? Wer ist Maria? Meine Schwiegermutter heißt Maria. Na, mit deiner Schwiegermutter spiele ich nicht, Robin. Nein, nein, nein. Das ist die Frage von Wolfgang, wie die Haarfarbe die Schwester hat. Von Robins Schwiegermutter? Nein, von Gianna, nicht von Robins Schwiegermutter. Sag noch mal die Antworten bitte, Wolfgang. Die wollen mir irgendwie nicht helfen. Die Antwortmöglichkeiten sind braun, grün, rot oder schwarz? Rot ist nicht dabei und lila auch nicht. Ich habe ein Foto gemacht. Bei uns war sie wirklich lila, es war kein Witz, aber sie ist definitiv wohl grün. Oder bin ich da auf der falschen Spur, Robin? Frag mich nicht. Ich spiele das immer alleine. Ich spiele das mit zwei. Ja, genau. Aber doch, das ist, wie gesagt, das ist eine Patrick-Frage. Nee, es ist ja eben nicht, weil letztens haben wirklich zwei Leute das bei uns gespielt und dann war die Haarfarbe plötzlich falsch. Das ist kein Witz, deswegen bin ich jetzt verwehrt. Die war wirklich mal kurzfristig lila und danach wieder grün. Deswegen bin ich jetzt etwas irritiert, aber ich glaube, sie war im Ursprung und auch in der neuen Fassung grün. Dann loggen wir doch einfach mal grün ein, oder? Wenn du das so schnell sagst, wirst du uns ja nicht reinreißen. Mach es, mach es. Ja, wahrscheinlich hat man sich da auch wieder an Luigi orientiert und es ist natürlich grün. Ah, wunderbar. Ist der Programmierfehler bekannt? Nee, ne? Mir nicht. Okay, weil ich, das war, ich war völlig verwirrt. Okay, aber immerhin. Vielleicht, wenn sie zum Punker wird, ich weiß es nicht. Frage Nummer zwei. Wo leben die Rassen Quetsch, Grobos und Rabi-Bunnies? Crossroads of Dreams? Im Lylat-System? In Plum? Oder in Twinsland? Ich kenne nur Legend of the Gobbos und das ist bei Krok. Aber du hast Grobos gesagt, ne? Genau, es sind die Grobos. Grobos. Sag bitte nochmal die Frage und Antwort, bitte. Ja, keine gewerfrechtige Aussprache. Wo leben die Rassen Quetsch, Grobos und Rabi-Bunnies? Crossroads of Dreams. Lylat-System? In Plum? Oder in Twinsland? Ich weiß nicht, was er von uns will. Entschuldigung. Was spricht dieser Mann in lustige Sprache? Ich nicht weiß. Lylat ist doch dieses Star-Fox-Dings, oder? Genau. Lylat-Wars heißt das, glaube ich. Das Star-Fox. Oder ein Name von diesen Englwassen mit Lylat steht da mit drin. Und da gibt es ja diese verschiedenen Rassen, ne? Mit diesen, dann würde ich das, also, oder wir nehmen den Chat. Das wäre eine typische Chat-Frage, wenn Selma nicht sagt. Jetzt schon? Ja, natürlich. Oder willst du diesen Punkt schon verschenken? Wir haben sieben Leute im Chat, Patrick. Ich glaube, wenn überhaupt... Die drei davon sind wir. Ja, dann wären sie wahrscheinlich jetzt in der Lage, uns da zu helfen. Also, ich glaube, das ist tatsächlich... Lylat ist Star-Fox. Dann würde das passen mit den Rassen. Hi, das ist gereimt. Ich habe das nie gespielt. Ich habe das nie gehört. Das ist gespielt. Aber ich weiß, dass es verschiedene Völker gab. Ja, also entweder Chat oder Risiko. Mir ist es egal. Dann machen wir Risiko und wir nehmen Lylat. Also, genau. Okay, dann ist das Lylat-System eingeloggt. Das habt ihr richtig zugeordnet zu Star-Fox. Die Rassen gibt es allerdings bei Little Big Adventure in Twin Sun. Na gut, kann passieren. Gut, ihr seid noch nicht ganz online. Frage Nummer drei. Wer ist das Covergirl der PC-Games Erstausgabe? Ist das Elaine Marley? Ist das Lara Croft? Ist das Laura Bow? Oder ist das Sophia Hepgood? Sophia Hepgood, weil Indiana Jones 4. Kommt das hin? Die PC-Games kam erst mit Indiana Jones 4. Also, irgendwie 92 oder so? Nee, ich denke auch. Das muss Laura oder Lara sein. Ist auch schön, dass das... Laura ist ja viel später. Achso, Laura Bow. Laura Bow. Ja, das ist... Hätte ich auch gesagt, aber... Ich bin für Laura Bow. Wann kam denn Laura Bow raus? Das ist, ähm, 92? Nein, das ist der zweite Teil, der erste Teil. Ja, meine ich ja. Achso. Kernels Bequest ist der erste Teil und das ist, glaube ich, 90 oder 91. Da gab's die PC-Games noch nicht. 90, glaube ich. Oder gab's da schon die PC-Games? Nein. Da gab's die PC-Games. Und dann kam der zweite Teil, 92, 93, raus. Ich glaub, 92. Dann könnte es passen. Wann war denn PC-Games? Hattest du das gesagt, wann die PC-Games rauskamen, Wolfgang? Ich glaube, er hat's gesagt, aber wir haben beide nicht verstanden. Vielleicht kann er's nochmal wiederholen. Das wäre ein wichtiger Teil der Lösung. Deswegen hab ich das natürlich nicht erwähnt. Aber es muss ja als 92, 93, 93 ist so spät. 91, 92? Wann war denn der PC plötzlich stark? 90 kam Wing Commander. Aber das reichte noch nicht aus, um eine PC-Zeitschrift zu machen. Ich glaube, 92. Entweder Ende 91 oder 92. Dann würde es zu Laura Boe 2 passen oder zu Lara Croft irgendeinem Teil. Nee, Lara Croft ist 96 oder 95. Der erste Teil? Tomb Raider 1 ist 96. Ernsthaft? Oh Gott, die hätte ich jetzt viel früher gesetzt. Okay, dann streiten wir sie. Und die anderen Lösungsmöglichkeiten waren nochmal was? Elaine Morley. Kenn ich nicht. Monkey Island? Hapgood. Ah, Monkey Island. Die war nicht auf dem Cover. Da haben sie immer den Schack drauf gehabt. Die ist auch zu unbekannt als Figur. Ja. Und das wäre der zweite Teil von Monkey Island. Und der zweite, der erste Monkey Island ist 90. Der zweite ist 91. War 91 schon? Ich tendiere, also die eine Person kenne ich nicht und die andere, und sonst Laura Boe würde ich versuchen. Aber Laura Boe kennt doch, oh Mann. Das war damals aber noch die Adventure-Vollzeit und das ist die Hauptfigur. Und die würden ja eher eine Hauptfigur drucken als eine Nebenfigur. Und wenn Lara Croft drei Jahre später war, dann drucken sie keine Nebenfigur von Monkey Island. So war jetzt meine Theorie. Gut, Indiana Jones würde auch in 92 fallen, oder? Ja. Ja, aber da haben sie immer Indie genommen. Also nur im Hintergrund die andere gesetzt. Ja, aber gab's nicht dieses Bild mit dem Medaillon, wo sie drauf war? Aber auf der PC Games? Weiß ich auch nicht. Also das kann sein, aber entweder das oder Laura Boe. Die anderen beiden würde ich ausschließen. Aber ich tendiere tatsächlich zu Laura Boe, weil das ist natürlich eine markante Hauptfigur. Es ist auch ein SVGA-Adventure. Das heißt, es ist auf jeden Fall nach 1990. Da kam das erste Kingsfest. SVGA war das nicht. Also VGA, Entschuldigung. Ja, also für mich VGA mit 256 Farben, sagen wir es so. Okay. Okay, 91 oder 92 kam das raus. Also wir haben auf jeden Fall in der PC Games geblättert, wo Laura Boe drauf war. Und das muss eine der ersten gewesen sein. Das muss so um 92 dran gewesen sein. Dann passt das doch perfekt. Ich weiß noch nicht, ob das Cover drauf, ob die auf dem Cover war. Dann lass uns doch Laura Boe nehmen, komm. Wir gehen heute volles Risiko. Ja, mach mal. Oder? Absolut. Selma? Ja. Okay. Selma hat sie auf dem Cover irgendwo gesehen, also passt das. Ja, überragend kombiniert. Laura Boe war auf dem Cover. Von wann ist die Ausgabe? Oder hast du es aufgeschrieben? 10,92. Ja, 92. Okay. Doch später gewesen. Ja. Super. Frage Nummer vier. Wie heißen die Spice-Melange-Sammlerfahrzeuge in Dune 2? Robin, bitte. Krono, Atlas, Chinook oder Harvester. Robin? Ja, also wenn es der Harvester von Einsammler. Ja, das sind die Harvester. Ja, und was war da noch? Die ersten drei. Also Chinook ist ein Helikopter. Was waren die anderen? Krono oder Atlas? Nee, was war da noch? Atlas. Atlas ist ein Kampfroboter. Genau. Ja. Harvester, ja? Harvester, ja. Okay, ist korrekt. Sehr gut. Krono hießen sie in Alarmstufe Rot 2. Atlas war eine Transporter-Einheit in Battle Isle. Und ja, genau. Chinook in Generals. Frage Nummer fünf. Welche Disziplin gab es nicht bei den Bargames von Eculate aus dem Jahr 1989 für Amiga, ST und PC? Airhockey, Darts, Wet-T-Shirt-Contest oder Würfeln? Das ist gut. Würfeln würde irgendwie am wenigsten in eine Bar passen, oder? Weiß ich nicht, aber Wet-T-Shirt-Contest bei Bargames? Oh Gott. Es gab dieses Shuffle-Pack, das gab es definitiv. Wir haben das tatsächlich, aber hat das echt ein Wet-T-Shirt-Contest? Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, es ist ja nicht nackt, man muss ja sagen, die sind ja clever gewesen in Amerika immer die, so wie Hooters, ein Lokal, wo die Mädels in Hotpants und knappen T-Shirts bauchfrei rumlaufen, ist natürlich nicht nackt, aber eigentlich ist es schon nackt. Ich habe das mal gespielt, aber das ist lange her. Oh mein Gott. Ich lasse dir gerne mal den Chat-Joker verfallen, vielleicht wäre das eine Chance. Ja, aber lass uns einmal trotzdem denken. Sag doch einmal bitte die Disziplin. Ich kann mich an zwei Sachen erinnern, fällt mir gerade ein. Ich kann mich erinnern an das Shuffle-Pack und ans Würfeln. Das hilft schon mal weiter. Wir hatten die Auswahlmöglichkeiten zwischen Airhockey, Darts, Wet-T-Shirt-Contest und Würfeln. Also haben wir jetzt noch Darts und Wet-T-Shirt-Contest. Okay, also stellt euch das als Gameplay vor. Aber Darts kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwas spielt. Bei einem Wet-T-Shirt-Contest, was soll man da machen? Und ganz ehrlich, nee, da war da Darts drin. Aber was ist denn mehr Bar-Game als Darts? Aber da gab es doch irgendwas. Oh, oh, Vorsicht. Wir sollten entweder das in den Chat geben. Darts war da nicht bei, aber Wet-T-Shirt-Contest. Darts war ein anderes Spiel. Das war, oh Gott, ah, mein Gott, die Zeit ist zu lange her. Also wie gesagt, bei zwei bin ich mir sicher, die anderen beiden, urk. Ich bin zwar der Meinung, ich hätte gemerkt, wenn in dem Spiel ein Wet-T-Shirt-Contest gewesen wäre, aber das so lange her ist, möchte ich mich nicht drauf festlegen. Definitiv nicht. Ich habe gewürfelt und Ehrhockey gespielt, mehr weiß ich nicht. Chat-Joker? Ja. Lieber Chat, gab es bei den Bar-Games Darts oder einen Wet-T-Shirt-Contest? Du hast es auch nicht gespielt, Selma, oder nicht mehr in Erinnerung? Ich kenne das gar nicht. Dann haben wir ja schon wieder was für eure spezialanalytischen Aufgaben. Nein, nicht so was. Gib ihm doch was Nettes. Ich stelle mir gerade ein Abschlussgespräch von dem Prädiot-Pixel über den Wet-T-Shirt-Contest vor. Egal. Lieber Chat, ihr dürft jetzt antworten. Jetzt fliehen sie alle. Lies die Frage doch mal vor als Überbrückung. Mhm. Sehr gerne. Welche Disziplin gab es nicht bei den Bar-Games von Eculate aus dem Jahr 1989 für Amiga, ST und PC? Air Hockey, Darts, Wet-T-Shirt-Contest oder Würfel? Sascho Samba. Ich kann sich an den Wet-T-Shirt-Contest erinnern, weiß aber nicht mehr in welchem Spiel. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und ich kann mich nicht an Darts erinnern. Stefan, wir haben eine Frage zu Bar-Games von Eculate und wir überlegen gerade, welche Disziplin nicht mit dabei war. Und da gibt es vier Möglichkeiten. Zwei davon sind Darts und ein Wet-T-Shirt-Contest. Die Tendenz ist tatsächlich so ein Wet-T-Shirt-Contest. Das kann ja auch sein, nur Bar-Games gab es im E-Wet-T-Shirt, laut Stefan. Okay, dann nehmen wir Darts. Das gab es dann nicht. Weil gewürfelt, gewürfelt habe ich. Doch, ich habe gewürfelt, da bleibe ich bei. Dann mach Darts. Darts. Ja, ihr wart ja wenig lost, aber ihr habt die Kurve gekriegt. Stefan hat uns gerettet. Ja, aber ob das wirklich Allgemeinbildung ist? Darauf ein Eimer kaltes Wasser. Kannst du die Disziplin erklären, Wolfgang? Also erstmal irritiert mich, dass das bei dir dann das Würfel hängen geblieben ist, aber der Wet-T-Shirt-Contest verdrängt wurde. Es kann daran liegen, dass das Spiel so schlecht fand, dass ich nach dem Würfel aufgehört habe. Ja, was heißt erklären? Also die entsprechende Dame lief unten im Bild entlang und oben bediente man verschiedene Eimer und musste halt im richtigen Teil sein. Das habe ich definitiv, das habe ich nie gespielt, definitiv nicht. Die Dame wurde dann oben rechts nochmal eingeblendet und dann zeichnete sich etwas ab. Meine Diskette hatte an der Stelle einen Lesefehler. Ich erinnere mich wirklich nicht daran. Wie dem auch sei, der Punkt geht an euch. Danke, Chad. Danke, Stefan. Was ist auf dem Cover von Heavy Rain zu sehen? Ein Origami mit auf Wasser. Dann können wir das abkürzen. Ein Daikatana, ein Ikebana, Okami oder Origami ist korrekt. Hätte ich sogar auch gewusst. Eins der wenigen, in Anführungszeichen, modernen Spiele, die ich habe. Was, wenn die Zuhörer nicht wissen, was ein Origami ist, das ist ein gefaltetes Papier in Form eines Tieres oder meistens irgendwas Plastisches. Japanische Faltkunst. Oh ja, Faltkunst. Im Zusammenhang allerdings mit einem Mörder besetzt. Genau. Frage Nummer sieben. Welches Spiel wurde nach dem Firmengründer benannt? Eine Frage von Axel, dem Computersammler. Ist das Breakjobs, die Bushnell Wars, Hawkins Trip oder die Jack Attack? Na gut, das Letztere kennt man zumindest als Spiel. Aber ob das nach dem Herrn Tramiel benannt wurde? Wahrscheinlich ja. War das das Modul, Robin Jack Attack? Mich darfst du nicht fragen. Die anderen klingen alle sehr lustig. Das haben wir, wenn wir im Keller liegen, das kann das sein, dass das eins von diesen alten Modulen ist. Irgendwann war das auch schon mal, habe ich das schon mal als lustige Geschichte gelesen, glaube ich. Weil dann wäre das nämlich eine Hommage an Jack Tramiel, dann würde ich das nehmen. Wobei ich finde ja genial, Hawkins Trip finde ich besser, aber ist es nicht. Das wäre sehr schön. Das ist super. Ich bin der Meinung, es gibt Jack Attack für ein C64 als Modul von 82. Genau, ein schwarzes Modul. Das liegt unten mit der blauen Schrift, die Commodore-Module. Genau. Das liegt im Keller. Find ich gut. Aber das basiert auf Jack Tramiel dann, ne? Mach, hau rein. Ja, machen wir. Ich finde es klug. Wir versuchen es. Ja. Outstanding. Alles richtig. Jack Attack von Commodore ein Modul, benannt nach Tramiel. Die anderen Spiele gibt es auch nicht. Ich dachte eben, oh Gott. Gut, dann hören wir mal das erste Audio rein. Na toll. Für diese Aufgabe könnt ihr einen Punkt ergattern. Die Frage ist, welches Spiel ist gesucht oder wer ist der Hauptcomposer? Einigt euch auf eine Antwort. Also ich habe diese Musik noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, welches Spiel das sein kann. Vom Composer her klingt das mal wieder in Richtung entweder Maniacs of Noise oder der von, oh Gott, der auch auf den Modulen so guten Song gemacht hat letztens. Scheiße. Tim Follin oder Maniacs of Noise ist es die Richtung, vermute ich. Aber ich kann das Spiel gar nicht zuordnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre, dass auch Maniacs of Noise klingt für mich auch plausibel. Weil die einzelnen Instrumente klingen sehr gut. Das klingt aber eigentlich ein bisschen älter. Ja, aber da Maniacs of Noise auf viele Leute sind, weiß man es nicht. Selma, kennst du das? Nie gehört. Also ich habe auch gar keine Ahnung, was das sein kann. Ich würde behaupten, ich habe das Spiel nie gespielt, aber es heißt nichts. Also es klingt für mich wie irgendwas, was einen Spannungsbogen halten soll. So wie so ein, also es klingt nicht wie eine Intromusik, finde ich. Und Theorien von Musikarten auf den Inhalt der Spiele zu machen, funktionierten in den letzten Wochen nie. Genau. Also haben wir keine Alternative, als irgendeinen Komponisten zu raten. In dem Fall, weil wir drei Unwissende sind. Wollte ich vielleicht noch einmal reinhören. Das wird nichts ändern. Das wird nichts ändern. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts ändert, weil ich habe es nie gehört. Und Robin sagte ja selbiges und Selma auch. Ich kann, ich starte es einfach nochmal. Das ist so. Das ist irgendwas Spaciges. Der Anfang könnte auch Whittaker oder Galway sein. Es wird immer schwieriger. Oh Gott. Ich bin für Whittaker. Das klingt ein bisschen wie, der Anfang klingt ein bisschen wie ein Whittaker-Song. Whittaker-Song, ja. Weil der dieses, dieses sanfte. Dim, 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 dim. Genau, dieses, das ist so ein bisschen, das klingt wie, wie heißt der Grieche nochmal? Blade Runner. Ist auch egal. Ja. Und das würde auch vielleicht eher zum passenden, was du sagst, dass es etwas älter ist. Ja, ich würde so 85 sagen. Vielleicht 86. 86, 87 vielleicht. Aber das ist alles gerate. Bringt nicht viel. Dann sagen wir Whittaker. Okay. Whittaker ist eingeloggt. Die richtige Antwort ist Ben Deglish. Oh. Jetzt weiß ich, woher ich das hohe Zirken kenne. Mist. Ja. Und? Deswegen dachte ich, hör nochmal rein. Das Spiel heißt Trap. Habe ich nie gespielt, tatsächlich. Also das, aber das, 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 das Sirren oben, das, das war eigentlich der, der, der markante Ton, den haben wir überhört. Der war nämlich identisch wie, ähm, Cracker Auto und Co. Grr. Okay. Oh Mann. Audio Nummer zwei, bitte. Mein Gott. Das ist ein C64? Ich weiß es nicht. Das klingt schon fast so gut. Ja. Und das klingt wie ein Sportspiel. So, so eine Richtung, also es ist nicht Hypersports, aber so in diese Richtung, aber. Vor allen Dingen kommt mir das bekannt vor. Ja, aber dann sag doch, was es ist. Oh mein Gott. Auch für diese Frage übrigens nur einen Punkt. Spiel oder Hauptcomposer? Oh mein Gott, wie gemein. Das ist vom Klang her geil, ey. Aber auch das wieder unter Vorbehalt. Das klingt sehr klar, ne? Ja, aber das klingt, wie gesagt, ich hätte jetzt auch erst mal gedacht so, das ist C64. Das ist ja merkwürdig. Spielst du uns nochmal kurz ab? Ja. 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 Ja, C64. Nee. Irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwas stimmt ja nicht, aber das Piepsen klingt nach Galway. Dieses Klick, 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 das ist C64, definitiv. Ist das der Remix oder ist das der Originalmusik? Das Original. Erschreckend. Dann muss das aber wirklich schon 89 oder irgend sowas sein. Also ich habe irgendwas Xy-Feiges vor Augen, aber ich kann es nicht fassen. Ist das denn in Richtung Galway vom Ton her, Selma? Oder in welche Richtung würdest du das schätzen? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Wie viele Fragen kommen denn noch? Haben wir noch einen Joker? Haben wir zwei pro Folge? Ich bin das jedes Mal. Nee. Ach so, schade. Der Joker ist jetzt weg. Ach, Mann. Was kann denn Sci-Fi-mäßiges in 89, 90, 91 gewesen sein? Nee, der 91 ist zu neu. 88, 89, 90 auf dem C64 mit so einem Hammer-Soundtrack. Das klingt richtig ... Ich weiß nicht, Starflight oder sowas? Nein, hat nicht so einen Sound. Das ist schon einfach zu gut. Hier, wie heißt dieses EA, dieser Science-Fiction, dieses Alien-Spielen, also nicht mit Alien, wo man von links nach rechts laufen kann, was über dreides Ketten oder zweides Ketten geht? Fire irgendwas? Project Firestart. Project Firestart? Ist es nicht. Nein, nein, nein. Ist es nicht, okay. Oh Gott. Es ist doch nicht C64. Ach, okay. Aber ein Musiker, der auch auf es weiß ich Sachen gemacht hat. Nein. Ihr seid ganz weit weg, leider. Oh gut, das ist erschreckend. Aber gefühlt habe ich es auch schon mal gehört. Warum klingt denn das so ... Es klingt ja in Ansätzen C64-mäßig. Das ist ja das Problem. Aber warum? Ist das Star Fox? Nein. Ach, das ist doch nicht, das ist doch keine Konsole. Aber es klingt komplett anders als ein ... Was soll denn das sein vom Klang? Ist das ein Atari ST mit diesen Klippen? Das wäre ja Yamaha. Das klingt anders. Das klingt kälter und dünner. Also es klingt, als wenn jemand bis vor ein paar Tagen aufs Westen programmiert hat und umgestiegen ist, aber es wurde ja schon verneint. Aber so klingt das. Das ist doch kein Amiga. Ich bin auch da völlig irritiert gerade, genau wie ... Und für Adlib ist es eigentlich auch zu gut. Ja, wer hat denn auf dem PC ... Aber Selma ist ja ... Kann das irgend so was sein wie ... Es klingt das was, EA Richtung Hubbard auf dem PC, aber es klingt nicht so. Oh Gott. Ich überlege gerade die Firmen, die solche Spiele rausgemacht haben können. Vielleicht war das mit dem Starflight gar nicht so schlecht. Star Control? Wir schießen in den Slau. Das klingt ein bisschen episch und das könnte tatsächlich auch von Sid Meier irgendein Spiel gewesen sein, weil wir haben es ja alle gespielt. Aber man kennt den Musiker Wolfgang, oder? Schwierig. Oh, okay. Meine Güte. Also für dieses Werk ist er durchaus bekannt, sag ich mal. Sci-Fi und Episch. Das ist ja so der richtige Weg, aber ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Epik auf dem Amiga? Nein. Lösen. Ja, es bringt nichts. Ja, hau rein. Aber Selma kennt es wenigstens. Die Lösung ist Ember Moon auf dem Amiga von Matthias Steinwachs. Doch Amiga. Aber dafür klingt es ziemlich fiepig und klippig an einigen Stellen. Aber erstaunlich gut klingt es trotzdem. Es klingt nicht mottig. Und deswegen bin ich nicht auf Amiga gekommen. Da ist ja auch nichts gemoddet. Das ist ja, der hat wirklich den FM-Chip programmiert. Und zwar gut programmiert. Ein guter Komponist. Ja, definitiv, ja. Aber da werden wir wenig drauf gekommen. Schade. Gut, wir lassen federn. Aber zwei Fragen haben wir noch. Das sind offene Fragen. Da gibt es keine Antwortmöglichkeiten. Die erste Frage lautet. Welche Zahl verbindet man mit dem Activision-Hit Interstate aus dem Jahr 1997? 76. Genau. Interstate 76 und 81 oder 80? 82? 82. 82 und 76. Korrekt. Gesucht war der erste Teil Interstate. 76. Die zweite Frage. Wie viele Pfeile sind im SSI-Logo zu erkennen? Pfeile? Es sind Pfeile im SSI-Logo? Ja, das sind vermutlich zwei. Und das sind die S. Ah, nee, das wäre dann... Nee, das glaube ich dann doch nicht. Das besteht im Prinzip aus Pfeilen. Aber wo sind da Pfeile gewesen? Die Buchstaben enden immer mit einem Pfeil. Ernsthaft? Dann... Oh Gott. Dann sind es zwei oder vier. Aber ich weiß das nicht. Vier? Ach so, da ist noch ein I hinterher. Dann wären es fünf, sechs. Nee, Gott. SSI? Das sind drei. Ja, aber jede Seite kann ja ein Pfeil haben. Nee, ich glaube, wenn nur auf einer. Oh mein Gott. Dann wären es... Aber waren das überall Pfeile? Oder nur Spitzen? Ich habe keine Ahnung. Robert, du hast die Spiele doch in Hand gehabt. Ich versuche gerade mir das Logo zu überlegen, wie das aussieht. Ja, zum besseren Verständnis. Wie viele Pfeilspitzen einigen wir uns darauf? Also Pfeilspitzen haben zwei Schritte. Ist das nicht so eine durchgehende rote Banderole und darauf steht SSI? Oder bin ich jetzt gerade geistig... Wir können aber uns freuen, auch der Christian im Chat schreibt hundertmal raufgeschaut und er hat es nie gesehen. Beruhigend. Ich dachte, das ist ein roter Balken. Ich dachte, es war ein roter Schriftzug. Ich bin da auch verwirrt. Aber das ist eine tolle Frage. Ja, das ist eine tolle Frage. Aber kannst du dich anderen stellen? Also ich glaube eher, dass wenn das es dann drei sind, ne? Weil nur die beiden S mit einem Pfeil zu versehen wäre ja irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Recht komisch. Ich habe keine Ahnung. Haben wir heute das erste Mal mehr Fragen falsch beantwortet als richtig? Oh Gott, nein. Das ist böse. Aber wir haben doch SSI-Spiele. Ich meine, Selma, ihr kennt doch auch SSI-Spiele. Aber dass das Pfeile sein sollen, ist mir noch nie aufgefallen. Also sind wir komplett blind? Wahrscheinlich. Aber wie groß ist das Logo? Ich meine, bei den meisten SSI-Titeln ist das jetzt nicht. 80 Prozent des Covers besteht aus dem SSI-Logo. Ich hätte jetzt sagen können, das ist rote Schrift mit weißem Rand. Aber mehr weiß ich nicht. Ich überlege gerade an... Stimmt, Robin. Ich weiß jetzt nicht, das Logo hat sich ja auch verändert. Aber du hast recht, gab es nicht einen Pfeil, der rumläuft und dann die Buchstaben macht? Keine Ahnung. Ist der nicht sogar um die Packung drum rum gelaufen? Gott, jetzt geht's los. Kann ja nicht. Das kann ja nicht eine Linie sein. Dafür ist das SSI-Bringen, gibt ja keine eine Linie her. Der Buchstabe S ist ja nicht... Den kannst du ja nicht in einem... Also kannst du nicht zeichnen. Aber die waren ja eher auch wie so ein gedrehtes Z, die S. Das war spitz. Aber da war doch kein Pfeil dran. Oder Gott. Es ist ein roter, durchgehender Balken bei denen. Und dann stand SSI auf der Linie drauf. Ja, und da drunter war eine weiße Schrift, aber das hilft mir auch nicht. Oder eine schwarze, eine weiße Schrift, ja. Ja, die Firma heißt Strategic Simulations Incorporate, glaube ich. Genau, genau. Ich kann mich an keinerlei Pfeile erinnern. Das ist echt der Hammer. Ja, ich glaube, ich werde mich gleich in den Hintern beißen, wenn ich das mir... Wir sind ein Audio-Podcast, kannst du gerne tun. Ja, das macht auch kein Geräusch mehr. Oh Gott. Der Arsch ist ja nicht mehr knackig wie früher. Aber du fällst vom Stuhl, das reicht. Das Geräusch bitte dann auch mit der Push-and-Talk-Taste aufzeichnen, danke. Push-and-Talk. Was sagen wir? 4, 6, 3, was machen wir? 3, 4, 6. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur einer. 1, 3, 4 oder 6? Ich sage 2. Ich sage 5. Nee, 4. Ach, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Dann nehmen wir den Mittelwert. Ich habe keine Ahnung. 3-Fall. Ich habe keine Ahnung. Das ist geraten. Ich würde aufgeben. Ja gut, aber bevor wir aufgeben, raten wir. Dann lassen wir Selma mal den Vortritt, würde ich sagen, als Gast. Oh nein. Doch. Selma, hau rein. Irgendwas sagen. 1 bis... 1 bis 6. Sag eine Zahl. Gut, dann nehme ich die Mitte 3. Okay, machen wir 3. Wolfgang. Dann schauen wir das euch bitte mal an. Warte mal. Warte mal. Laut Mobi Games von 1980 bis 2000. 1, 6, 4. Das ist ja nicht wahr, ne? Die haben das S aufgeteilt in jeweils zwei Pfeile. Da habe ich nie drauf geachtet. Wirklich nie drauf geachtet. Und das passt natürlich zu Strategiesimulationen, weil das sind sozusagen zweimal Angriff auf eine Stelle. Ich habe nicht gesehen, dass das ein Pfeil ist, Robin. Ich auch nicht. Was ist das böse? Oh Gott. Robin, du hast gesagt, da ist eine Linie drunter. Das ist nicht eine Linie. Und wenn ich mir jetzt die alten Spiele angucke, hat sich das Logo tatsächlich nie geändert. Robin, das ist nicht eine rote Linie. Aha. Die Linie ist zweimal unterbrochen. Ja. Was ist denn einer der letzten Spiele? Warte mal. Das hat sich tatsächlich nie geändert. Also die Größe hat sich geändert. Ein bisschen kleiner geworden ist es. So arm dran sind viele. Gut, wieder was gelernt. Ja, und wie gesagt, der Christian, der ja wirklich auch jedes Spiel eigentlich aus dem FF kennt im Chat, schreibt auch gerade, ja, auf seinen Boxen sind sie auch gleich und er hat es nie beachtet. Also müssen wir uns nicht für schämen. Ist ja der Hammer. Nein. Volle Frage. Wunderbar. Wusstest du das, Wolfgang? Nein, ich habe aber auch nicht so ein fotografisches Gedächtnis wie ihr normalerweise, wo sich die Covers scheinbar eingebrannt haben. Ja, aber anscheinend nicht die Pfeile. Ich hätte die Farben, die Umrandung und die Schriftarten nennen können, aber nicht die Pfeile. Nee, man hat es schon so oft gesehen, aber. Ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob ich gerade mal groß gesumt hier. Ich hätte es niemals so erwartet. Wahnsinn. Okay, also man sieht. Also spulen wir zurück, machen das Quiz nochmal neu und, nein, okay, und tun so, als wenn wir nicht da waren. Wolfgang, machst du eine Auswertung? Na gut, ja. An dieser Stelle fällt jetzt erstmal die erste Klappe, denn erst in der nächsten Ausgabe spielen wir das Quiz zu Ende. Der Zwischenstand ist, ja, ordentlich. Wir haben acht, nee, sieben von elf Punkten erreicht. Von den insgesamt 23 Punkten. In zwei Wochen hören wir uns wieder mit dem Ende des Quizzes. Vorher allerdings hören wir uns noch die Gewinnspielfrage für unsere Hörer an. Falls ihr es glaubt zu wissen, und diesmal solltet ihr unbedingt mitmachen, denn ihr könnt wirklich was gewinnen. Schickt eure Antwort an mail at retrokompott.de und die Frage lautet, wie heißt die Contra-Serie von Konami in Deutschland, in der Soldaten durch Roboter ersetzt wurden? Ja, und damit wir ein paar mehr Leute motivieren, werden wir dieses Mal dem SIGA 2 Steam Keys zuschustern. Das Ganze gilt bis zum Ende der nächsten zwei Wochen, also bis zur Folge 193 muss es bei uns eingegangen sein, also jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen vom 2.4. ausgerechnet. Ja, danke an dich, Wolfgang. Das waren sehr gute Fragen. Tatsächlich fand ich richtig toll, aber für uns waren es heute definitiv die Falschen. Beschämend. Aber die SSI-Frage war der Knaller. Ja. Ja, wir sind gespannt auf Teil 2. Werden wir in zwei Wochen nochmal frisch gestärkt ans Werk gehen. Gerade noch so durchgewurschtelt, oder? Ich weiß nicht, also. Also kein gutes Händchen, aber kein guter Wolfgang. Böse Wolfgang. Ich habe das Gefühl, er schmeißt die einfachen Fragen weg und greift nur noch in die schwierigeren. Und ja, wir können nur hoffen, dass wir in zwei Wochen nochmal das Ganze ein bisschen, wie nennen wir es mal, kompensieren können. Ja, aber wir haben ja auch dann den Selma wieder mit dabei. Und du bist ja immer unsere letzte Hoffnung bei sowas, Selma, oder? Oh, scheiße. Ja, wie gesagt, lies die AGBs in den Verträgen, bevor du sie unterschreibst. Wir freuen uns drauf, wie es weitergeht. Und heute war Licht und Schatten dabei, würde ich mal sagen. Wir machen mal weiter mit dem Interview der heutigen Ausgabe und hören mal in das Gespräch mit Larry Kupermann rein. Retro Talk. Das Interview. Heute sprechen wir mit Larry Kupermann. Er war an der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Titeln wie Galactic Civilizations beteiligt. Arbeitete mit vielen großen Publishern zusammen, war Business Development Manager bei GameStop und kam später als Director auf Business Development zu Night Dive Studios. Das Unternehmen ist vor allem für die Wiederveröffentlichung alter Spiele wie System Shock oder Turok bekannt. Willkommen im Retro-Kompott-Podcast. Hallo Larry. Ich danke dir, Patrick. Das war eine wunderbare Einführung. Wie du schon sagtest, habe ich meine Spielekarriere im Jahr 2001 begonnen. Ursprünglich habe ich für Star-Doc gearbeitet, die, wie du schon sagtest, die Referenzen für Galactic Civilizations sind. Lass uns versuchen, früh anzufangen. Was war Ihr erster Kontakt mit Computern, mit Computertechnologie? Oh, mit Computern. Nun, das ist eine lange Geschichte. Ich würde schätzen, dass ich um 1980 herum mit Großrechnern im Gesundheitswesen gearbeitet habe. In den späten 80er Jahren führte ich mein eigenes Unternehmen, ein Heimarbeitsunternehmen, ebenfalls im Gesundheitswesen, was wahrscheinlich nur in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Es war PC-basiert. Mein erster Computer für zu Hause war ein Commodore 64. Ich benutzte meinen CT60 mit meinem Highest-Daten-Modem, einem Reibout-Modem, um meinen Masterabschluss zu machen. Ich arbeite damals in New York, und es war viel bequemer für mich, von zu Hause aus in Basic zu programmieren und die Ergebnisse in der Uni auszudrucken, wo sie auf mich warteten, wenn ich dort ankam. Auf meinem ersten Windows-PC lief Windows 3.1. Ich habe 1990 oder 1991 gekauft, ein 486-1660, ein DX-1660. Das war ein tolles Angebot. Er hatte volle 2 Megabyte RAM. Erinnern Sie sich an irgendwelche Spiele, die Sie gespielt haben? Welches war das erste Spiel, was Sie auf Ihrem Computer gesehen haben? Das erste Spiel, das mich wirklich interessiert hat, das mich zum Spielen gebracht hat, war Wolfenstein 3D. Damals natürlich auf dem PC, ja. Auf dem PC. Ich erinnere mich, dass ich erkannte, dass die Hand, wie man auf dem Bildschirm sah, eine Waffe hielt, dass das meine Hand war, dass es die Hand des Spielers war. Eines der anderen Spiele, das mich wirklich in seinen Bann gezogen hat, weil es lokal entwickelt wurde, war Decent. Haben Sie am Anfang nur gespielt oder haben Sie auch versucht, etwas zu programmieren? Nein, ich war nur ein Spieler. In der Anfangszeit habe ich versucht, einige Mods zu benutzen. Manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Ich erinnere mich, dass einige der ersten Mods, die mir Spaß gemacht hatten, für das Spiel Doom waren. Aber das war das Einzige, was ich je programmieren konnte. Es ist lustig, dass ich mich das fragst, denn im Laufe der Zeit, nun, ich bin viel älter als die meisten Leute, die in der Spieleindustrie arbeiten. Daraus habe ich nie ein Hehl gemacht, aber ich erinnere mich, wie ich mit meinem Sohn Spiele gespielt und ihn für Spiele begeistert habe. Und er hat sich sehr in die Counter-Strike-Community hineingezogen gefühlt und schließlich Websites für Leute in seinem Counter-Strike-Clan erstellt. Das war etwas, das sein Leben und seine berufliche Laufbahn verändert hat. Aber er war immer mehr der Programmierer und ich war immer mehr der Spieler. Verstand Ihr Umfeld, Ihre Familie, Ihre Freunde in den Anfangsjahren auch, was Sie mit den Computern da machen, waren das alles Spieler oder wie war das damals? Ich würde sagen, dass wahrscheinlich 75% der Menschen in meiner Familie und der Menschen, mit denen ich zusammenarbeitete, wirklich wenig oder gar nichts von Computern verstanden. Sie erkannten sicherlich nicht das Potenzial von Computern. Ich glaube, in den 90er Jahren war ein Computer für die meisten Menschen nur ein Textverarbeitungsprogramm, eine Rechenmaschine. Und das war es, was Sie unter einem Computer verstanden. Wenn Sie sich daran erinnern, dass es damals schwieriger und weniger lohnt war, ins Internet zu gehen und Dinge im Internet zu finden, als heute. Denn es lief ja alles über Telefonleitungen, es war langsam. Viele Leute sahen das nicht als etwas an, das sich zu dem entwickeln würde, was das Internet heute ist. Wann sind Sie beruflich auf die Idee gekommen, etwas mit Computern zu machen? Ich kam auf die Idee, weil ich schon so früh mit Computern im Gesundheitswesen zu tun hatte. Ich sah sofort das Potenzial für eine Beschäftigung, denn es könnte etwas sein, was ich beruflich machen würde. Viele Leute sahen das nicht, sahen nicht die Wachstumsaussichten. Aber ich würde sagen, dass ich mir 1991 bewusst wurde, dass Computer etwas waren, das ich für den Rest meines Lebens machen wollte. Was waren die ersten Jobs, die Sie gemacht haben? Nun, nachdem ich das Gesundheitswesen verlassen hatte, ging ich in die Technologiebranche. In den 90er Jahren war ich einiges Jahr lang Vertriebsleiter und Geschäftsleiter eines Unternehmens, das Computer für den Privatgebrauch herstellt. Wir stellten Computer für Schulen und für Industriekunden her. Ich meine, General Motors war einer unserer Kunden in Michigan. Ich habe das in den 90er Jahren gemacht. Lass mir dir sagen, wie weit das zurückliegt. Ich war in der Computerbranche tätig, als die Umstellung von Windows 95 auf Windows 98 erfolgte. Windows 98 war das neue Betriebssystem, und ich blieb in diesem Bereich bis kurz vor dem Jahr 2000. Da war, wie ich erinnere, die ganze Jahrtausendwechselangst. Einer meiner damaligen Kunden, ein Unternehmen, das computergestützte Telefonsysteme herstellte, stellte mich als Vertriebsleiter ein. Ich sah darin eine Chance, denn alle Telefonsysteme mussten im Hinblick auf das Jahr 2000 aufgerüstet oder ersetzt werden. Gegen Ende des Jahres 2000, ich war seit etwas mehr als einem Jahr in diesem Bereich tätig, erhielt ich eine E-Mail, in der es hieß, Startup Systems besitzt im schönen Livonia, Michigan, sucht einen Vertriebsleiter. Kommen Sie zur Arbeit nach Livonia, Michigan, wo es immer sonnig und 22 Grad Fahrenheit warm ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Michigan warst, aber im Dezember ist es in Michigan nicht sonnig und es herrschen keine 72 Grad Fernheit. Ich schrieb also sarkastisch zurück und sie fragten mich, ob ich bereit wäre, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen und ich traf mich mit Brett Wardell von Stardog. Wir verstanden uns auf Anhieb und es war ganz anders als das, was ich bis dahin gemacht hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich Verkäufer in Anzug und Krawatte und Stardog war sicherlich kein Ort für Anzug und Krawatte. Ich verließ das Vorstellungsgespräch und sagte zu meiner damaligen Frau, das ist verrückt, aber ich würde das gerne eine Weile machen. Und ja, das eine Weile machen waren dann elf Jahre. Was waren Ihre Aufgaben bei Stardog? Ich war für den Vertrieb einiger Produkte zuständig. Wir hatten eine Middleware-Lösung, die es Entwicklern ermöglichte, die Skinning-Technologie von Stardog Windows Blinds in ihre Software für die Benutzeroberfläche einzubinden. Ich war für den Vertrieb dieses Produkts zuständig und verkaufte es an eine Reihe von Unternehmen, darunter ATI, das später von AD übernommen wurde, aber auch an große Kunden, darunter General Electric. Und wir haben eine Reihe solcher Produkte verkauft. Und ich habe auch daran gearbeitet, Publisher für unsere Spiele zu finden. Ja, Sie haben Spiele wie Galactic Civilizations und andere veröffentlicht oder vertrieben. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Spiele? Haben Sie die selber gespielt vorher oder haben Sie bei der Entwicklung mitgeholfen? Was haben Sie bei diesen Spielen gemacht? Jeder hat sie gespielt, jeder bei Stardog. Wir waren damals ein sehr kleines Unternehmen. Ich glaube, ich war der elfte oder zwölfte Mitarbeiter im Jahr 2001. Also hat jeder mitgespielt, jeder hat Q&A gemacht. Der erste Titel, den ich verkauft habe, war nicht Galactic Civilizations, sondern The Corporate Machine, für das wir ein Publisher-Diener mit Take-Two abgeschlossen haben. Das war mein Einstieg in die Welt der Spiele. Aber jeder hat die Spiele gespielt. Man musste sich mit ihnen auskennen. Und ich bin immer auf der festen Überzeugung, dass man die Spiele verstehen muss, um sie richtig vermarkten zu können. Wenn ich mir Ihre Credits angucke, gab es eine ganze Menge Galactic Civilizations-Spiele. War es die Hauptaufgabe, diese Spiele zu veröffentlichen? Denn von 2003 bis 2008 gab es etwa sechs verschiedene Spiele der Serie. Einige davon waren Add-ons, einige waren Erweiterungen, aber der ursprüngliche Deal für Galactic Civilizations war mit Strategy First, die in der Mitte dieses Verkaufszyklus-Konkurs anmelden mussten. Ich glaube, sie sind wieder da, aber das hat uns wirklich beeinträchtigt. Es gab also immer Herausforderungen. Aber eines der Dinge, die dabei herauskamen, war, dass Stardock eine Plattform ähnlich wie Steam entwickelt hatte. Ich meine, für Ihre Zuhörer ist es wahrscheinlich am einfachsten, es so zu bezeichnen. Und wir haben diese genutzt, um unsere eigenen Produkte zu verkaufen. Und aus dem Unglück mit Strategy First entstand die Idee, dass wir auf unserer Plattform auch Spiele von Drittanbietern, also von anderen Publishern, verkaufen könnten. Das führte schließlich dazu, dass wir die Plattform zu dem weiterentwickelten, was unter dem Namen Impuls bekannt wurde und das, ja, an GameStop verkauft wurde. Ja, 2011 haben Sie Stardock verlassen und Sie sind zu GameStop gegangen. Erzählen Sie uns etwas von dieser Geschichte. Wir hatten also die Plattform Impuls entwickelt. Ich war größtenteils für die geschäftliche Seite verantwortlich, sowohl für die Kontaktaufnahme mit potenziellen Partnern, um ihre Spiele der Plattform hinzuzufügen, als auch dafür, dass alles gut läuft. Ich half bei der Aufnahme von Titeln und die Plattform war erfolgreich geworden. Stardock erkannte also, dass sie entweder eine ganze Geschäftsanhalt, einen ganzen Teil des Unternehmens für die Impuls-Plattform entwickeln mussten, oder sie mussten sie an jemanden verkaufen, der besser darauf vorbereitet war, die Plattform danach zu verwalten. GameStop wurde also der Partner der Wahl und Impuls wurde an sie verkauft. Ich wurde von GameStop als Teil des Teams eingestellt, das für die digitalen PC-Bemühungen verantwortlich ist. Aber sie haben dort nicht lange gearbeitet. Sie sind nach zu Powell Group gegangen und dann gab es einen Weg zu den Nightdive Studios. Lass mich das mit GameStop kurz kommentieren. Nein. Keiner der Leute, keiner der Führungskräfte, die ich aus meiner Zeit bei GameStop kannte, ist noch dort. Aber 2011 entschied GameStop, dass sie nicht zu einem... Also Impuls war im Wesentlichen ein Steam-Konkurrent und sie wollten nicht versuchen, mit Steam zu konkurrieren. Und so beschlossen sie, die Plattform zu schließen. Und viele der Leute, die daran gearbeitet haben, einschließlich mir, wurden entlassen. Abgesehen davon gab es, dass ich GameStop verlassen hatte, eine Zeit, in der ich, wie wir im Theater sagen, wo sozusagen zwischen den Stühlen stand. Ich habe mit Jay Powell zusammengearbeitet und geholfen, die Powell-Gruppe auf die Beine zu stellen. Eine der anderen Personen, mit denen wir zusammenarbeiteten, war Mario Kroll. Ich half Mario bei der Gründung von Überstrategist, seiner PR-Firma. Aber ich wollte zurück in etwas, das kreativer ist. Das soll nicht heißen, dass Öffentlichkeitsarbeit nicht kreativ ist. Und es soll nicht heißen, dass das, was Jay macht, nicht kreativ ist. Aber ich wollte in einem Unternehmen arbeiten, in dem wir Spiele entwickeln, in dem wir Produkte entwickeln und nicht dabei helfen, sie zu vermarkten. Ich wollte Teil dieser Entwicklung sein. Und als ich sah, was Nightdive tat, was Nightdive bereits mit System Shock getan hatte, wusste ich, dass das der richtige Ort für mich war. Ja, sie waren bei Nightdive und 2013 gab es System Shock. Wir hatten also die Veröffentlichungsrechte nur für System Shock 2. Es war sehr erfolgreich für uns, aber wir durften nur das Spiel veröffentlichen und wir begannen Verhandlungen mit dem Unternehmen. Ich meine, es gibt eine lange Vorgeschichte über den Tod von Looking Glass Studios, dass Looking Glass pleite ging und die Rechte zwischen EA und einer Versicherungsgesellschaft lagen. Und EA hat im Grunde genommen seine Hände in Unschuld gewaschen und gesagt, dass die Versicherungsgesellschaft der Rechteinhaber sei. Und das ist eine sehr komplizierte Version der Sache. Es gibt noch viel mehr juristische Unterlagen, die dazugehören. Aber das ist im Wesentlichen das, was passiert ist. Und so begannen wir, mit der Versicherungsgesellschaft zu verhandeln, um die Rechte am System Shock Franchise zu erwerben. Sie haben dort viele Spiele gemacht, alte Spiele. War es so kompliziert, für jedes Spiel die richtigen Inhaber zu finden? Oder war es manchmal einfach, die Möglichkeit zu bekommen, ein Spiel neu zu veröffentlichen? Das ist eine fantastische Frage. Die Akquise ist immer noch eine große Leidenschaft von mir, aber die Akquise dieser alten Alpes ist eine große Herausforderung. Zunächst stellt sich die Frage, wem sie gehören. Dazu müssen wir uns oft mit den ursprünglichen Entwicklern in Verbindung setzen oder eine Spur von Brotkrumm verfolgen, um herauszufinden, wem das Spiel gehört und von wem wir es licenzieren können. In früheren Zeiten war das vielleicht noch viel schwieriger. Heute, mit dem Erfolg, den Nightlife hat, mit Titeln wie Turok 1, Turok 2, Arbeiten, die wir für andere Leute gemacht haben, Ataris Blood, Fresh Supply und Quake und Doom 64 für Bethesda. Aufgrund dieses Erfolges sind wir jetzt in der Position, in der Firmen manchmal auf uns zukommen. Wie kann man mit diesen Spielen, mit diesen alten Spielen arbeiten? Gibt es eine spezielle Technik? Haben sie den Quellcode bekommen? Oder mussten sie neu alles zusammensetzen? Wie kann man alte Spiele so bearbeiten, dass sie auf neuen Systemen spielbar sind? Das ist auch eine fantastische Frage. Als ich zu Nightlife kam, war ich der dritte oder vierte Mitarbeiter, je nachdem, wie man es betrachten will. Und wir waren eine sehr kleine Firma und sehr abhängig von Daniel Grayson, der natürlich immer noch bei uns ist und System Shop produziert, um die technische Arbeit zu erledigen. Ich meine, er war die einzige technische Person, die wir wirklich hatten. Und dann trafen wir Sam Villarreal, der im Internet als Kaiser bekannt ist. Und Sam hatte bereits klassische Spiele auf seine eigene Engine portiert, die Kex-Engine, die Sam entwickelt hatte. Als Sam zu uns kam, konnten wir viel mehr mit Spieletiteln machen. Aber um deine Frage zu beantworten, wir gehen zwei verschiedene Wege. Der beste, der optimalste ist, wenn der Quellcode verfügbar ist. Aber der Quellcode ist nicht unter allen Umständen verfügbar. Das macht es für uns sehr viel schwieriger. Aber wir haben es erfolgreich gemacht, indem wir Titel zunächst zurückkompilieren, zurückentwickeln und dann auf dieser Grundlage arbeiten, um ihn auf die Kex-Engine zu portieren. Lassen Sie uns über einige Spiele sprechen. Wir haben System Shock erwähnt. Was war zum Beispiel das Besondere an der Enhanced Edition von 2015? Die ursprüngliche Version von System Shock, die immer noch spielbar ist, bieten wir ein Paket an, wenn die Leute wirklich diese klassische Erfahrung haben wollen. Das Spiel ist so alt, dass es damals Dinge, die heute jeder Gamer als Teil eines Spiels ansieht, wie zum Beispiel die Maus-Bemutzung, noch nicht gab. Alles wurde über die Tastatur gesteuert. Und das war für neue Spieler sehr, sehr schwierig. Die Leute haben es ausprobiert und gesagt, ich verstehe das nicht, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann in diesem Spiel nicht funktionieren. Es funktioniert nicht so, wie wir es erwartet haben. Und was wir von heutigen modernen Spielen erwarten, wir fanden also heraus, dass es eine ganze Community gab, die viele dieser Probleme durch Modifikationen gelöst hatte. Wir haben uns an die Leute dort gewandt und die Erlaubnis geholt, ihre Mods zu verwenden. Manchmal schrieben wir unsere eigenen. Und jetzt ist das ursprüngliche System Shock Spiel für moderne Spiele viel leichter zugänglich. Aber wenn sie immer noch die alte, schwierige Erfahrung haben wollen, können sie auch das haben. Dann sind sie in Kontakt zu Turok gekommen. In 2015 gab es dann Teil 1 und 2017 den zweiten Teil. Wer hatte die Idee für die Arbeit am Turok? Und wie haben sie die Rechte daran erhalten? Das war, naja, zunächst einmal ist es lustig. Stephen Kick, der CEO von Night Dive und ich sind unterschiedlich alt, aber wir haben oft gemeinsame Erfahrungen. Die Turok-Spiele waren Spiele, die Steve mit seinem Vater gespielt hatte und die ich mit meinem Sohn gespielt hatte. Sie waren also von Anfang an von Bedeutung für uns. Wir haben uns an die Rechteinhaber gewandt und es hat wahrscheinlich ein Jahr gedauert, bis wir die Rechte an die Turok-Spielen hatten. Ursprünglich hatten wir nur die Rechte für die PC-Version. Aber es war in Ordnung, denn damals waren wir wirklich nur ein PC-Unternehmen. Wir hatten damals wenig die Möglichkeit, noch die Programmierer, Spiele auf Konsolen zu portieren. Wir haben Turok im Dezember veröffentlicht. Es war kurz vor Weihnachtszeit. Wir waren uns wirklich nicht sicher, ob jemand daran interessiert sein würde. Ich meine, das ist die Zeit des Jahres, in der normalerweise alle AAA-Spiele herauskommen. Wenn jemand von einer kleinen Indie-Firma beraten würde, würde ich sagen, oh nein, ihr solltet es niemals in diesem Zeitfenster veröffentlichen. Wir beobachteten, wie die Verkaufszeit von Turok über Steam immer weiter anstiegen. Und da wussten wir wirklich, dass wir etwas hatten. Und bis heute sind Turok und Turok 2, naja, wahrscheinlich von allen Spielen, an denen ich bei Nightdive gearbeitet habe, von allen Spielen, an denen ich beteiligt war, sind das wahrscheinlich meine Lieblingsspiele. Ein Jahr später, 2018, gab es Forsaken, ein weiteres Spiel, von dem ich nicht weiß, ob es alle Spieler im Kopf hatten. Aber sie haben eine Remastered-Version gemacht. Forsaken war auch etwas, das bedeutsam war. Wahrscheinlich bedeutsam für mich als für Steve. Aber es war etwas für beide in der Originalversion, auf dem, ich kann mich nicht erinnern, ob ich es zuerst auf der Konsole oder auf der PC gespielt habe. Aber Forsaken, bis zum heutigen Tag ist Forsaken ein Spiel, das meiner Meinung nach den, ja, den Verlauf der Zeit gut übersteht. Ich hatte schon erwähnt, wie sehr mich Descent beeinflusst hat, in den frühen Tagen, meiner eigenen Zeit als Gamer, als jemand, der Spiele spielt. Forsaken ist dem sehr ähnlich, aber mit einigen der sarkastischen Bemerkungen, die Spieler damals, vielleicht eher mit Spielen wie die Ucke, mit der Bühne gebracht haben. Ich glaube, die Spieleentwickler hatten damals viel mehr Freiheiten. Und wie Descent ist es ein Sechs-Achsen-Spiel. Er spielt eine Reihe von Rom-Unter-Ellen-Tunneln. Das Spiel selbst ist meiner Meinung nach sehr gut gealtert. Ich glaube, er spielt sich auch sehr, sehr gut auf der Konsole. Es gab viel mehr Freiheit, glaube ich, für Game-Developer. Und wie Descent, es ist ein Sechs-Achsen-Spiel. Du spielst in eine Reihe von Untergrund-Tunneln. Was war Blood Fresh Supply? Wieder ein Titel, den wir beide gespielt haben. Ich glaube, jeder bei Nightdive hatte das Original-Spiel gespielt, die Original-Version von Blood. Und Blood hatte mehrere Iterationen durchlaufen. Die Veröffentlichungsrechte, ich muss sehr vorsichtig sein, wie ich das sage, die IP-Rechte sind immer noch im Besitz von, ich glaube, Monolith und Warner Brothers, obwohl mir das nicht zu 100% klar ist. Aber die Veröffentlichungsrechte und die Rechte, die veröffentlichte Kopie zu pflegen, liegen bei Atari. Wir haben mit Atari verhandelt und einen Vertrag ausgehandelt, in dem wir als Entwickler auftreten und eine verbesserte Version mit unserer Kex-Engine erstellen. Wir korrigierten Dinge, die in dem Spiel kaputt waren und erstellten eine Version, die für die modernen Spieler von heute zugänglicher war. Und ich sage jedem, der das hört, wenn ihr Blood Fresh Supply noch nicht gespielt habt und wenn ihr ein Fan klassischer Spiele seid, kann ich nur empfehlen, es auszuprobieren. Es macht eine Menge Spaß und es ist wahrscheinlich das schwierigste und frustrierendste Spiel, mit dem man eine gute Zeit haben kann. Im Jahr 2020 gab es Doom 64. Das war ein Projekt, das wir für Bethesda und in Zusammenarbeit mit Bethesda durchgeführt haben. Wir arbeiteten Hand in Hand mit einer Reihe von Entwicklern, darunter Kevin Cloud, der Teil des ursprünglichen Teams war, das all die Software gegründet und aufgebaut hat. Und dann ein Jahr später haben sie Quake gemacht. Auch das war ein Bethesda-Projekt, eines der anspruchsvolleren. Ich meine, wie fühlt man sich als Fan klassischer Spiele, wenn ein Unternehmen wie Bethesda zu einem kommt und sagt, wir möchten ihnen eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten anvertrauen. Hier ist Quake. Vermassen Sie es nicht. Aber unser Team hat dabei großartige Arbeit geleistet. Ich glaube, jeder war zufrieden damit, wie gut sich Quake entwickelt hat. Ein anderes Spiel, auf das viele Leute gewartet hatten, war Blade Runner, weil die alte Version nicht funktionierte. Es gibt zwar einige Möglichkeiten, es zum Spielen, aber eine verbesserte Version wäre die Lösung. Blade Runner. Der Start, naja, da war einiges umstritten bei Blade Runner. Ich werde jetzt nicht versuchen, das zu umgehen. Es gibt aber eine Reihe von Gründen und es wäre eine Diskussion für sich. Aber eines der Dinge, von denen ich glaube, dass sie den Leuten nicht bewusst sind, oder die Nightdive vielleicht nicht anerkennen, ist, dass Blade Runner es zu unserer Version nicht auf Konsolen erhältlich war. Leute, die Fans des Spiels waren, oder die sich der Geschichte bewusst waren, oder die Filmreihe liebten, und wer tut das nicht? Aber die Konsolenspieler waren, wären ohne die Nightdive-Version nicht in der Lage gewesen, es zu spielen. Haben sie damals nur die Online-Kaufversion gemacht, oder gab es das als Box-Version, und Collectors-Editionen, oder irgend sowas? Ja, wir arbeiten in der Regel Hand in Hand mit dem Team von Limited Run Games. Sie sind diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, an die wir uns wenden, wenn es um die physischen Versionen der Spiele geht. Ich bin in meinem Büro und kann dir meine Sammlung nicht zeigen, aber ich würde sagen, dass 75% der Spieleboxen, die ich ausstelle, von Limited Run Games stammen. Was sind die nächsten Pläne, die nächsten Spiele, für die Sie versuchen, die Rechte zu bekommen? Ich habe von Rise of the Triad oder etwas Ähnlichem gelesen. Was sind die Pläne für die Zukunft? Wir haben bereits eine Reihe von Spielen in Produktion. Rise of the Triad, Ludicrous Edition ist etwas, auf das ich sehr stolz bin und von dem ich glaube, dass die Fans begeistert sein werden. Es ist das erste Mal, dass wir mit dem Team von Apogee Games und den großartigen, kreativen Leuten von New Blood zusammenarbeiten. Das ist ein Vergnügen, es ist eine gemeinsame Anstrengung von drei Unternehmen, die alle einen wohlverdienten Ruf bei der Restaurierung von klassischen Spielen haben. Und natürlich ist das große Projekt von Nightdive die bevorstehende Veröffentlichung des Remakes von System Shock. Wir haben über die Schwierigkeiten mit den Rechten gesprochen. Es gibt eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben oder ob die Firma versucht hat, die Rechte zu bekommen. Es gab ein Spiel, No One Lives Forever und seit Jahren weiß niemand, was mit diesem Spiel passiert ist. Haben Sie jemals daran gedacht, dieses Problem zu lösen? No One Lives Forever ist für uns bei Nightdive der heilige Gral. Es ist ein Spiel, das wir unbedingt haben wollen. Und obwohl wir nicht immer darauf aufmerksam machen, gibt es keine Zeit, in der wir nicht zumindest in gewissem Maße versuchen, die Rechte daran zu erwerben. Ich glaube, das Geheimnis von No One Lives Forever ist, dass die Leute, die Verlage und ich spreche hier von den wirklich großen Unternehmen immer noch nicht unbedingt den Appetit verstehen, in dem die Leute auf die Rückkehr der klassischen Spiele haben. Sie verstehen nicht, wie wertvoll sie für die Fans sind. Und damit meine ich nicht nur den wirtschaftlichen Wert, obwohl natürlich alle Unternehmen vom Geld getrieben werden, sondern auch, wie wichtig sie für den Ruf eines Unternehmens sind. Während wir also immer noch versuchen, das Geheimnis von No One Lives Forever zu lüften und die Rechte daran zu erwerben, denke ich, dass mit jedem Tag, an dem mehr und mehr Revival-Spiele rauskommen, das Verständnis ist für den Wert dieser Titel leichter wird. Ich muss nicht mir so viel erklären, warum ich diese Titel machen möchte. Ist das klar, wer die Rechte an dem Spiel hat? Wir haben einige der Originalinterlagen und haben ziemlich gute Ideen, aber klar, nein, ich würde nicht sagen, dass es klar ist. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen undurchsichtig. Ja, wenn Sie auf die Spiele zurückblicken, an denen Sie beteiligt waren, welches war das Projekt, an dem Sie am meisten Spaß hatten, also Ihr Lieblingsprojekt? Ich muss sagen, Turok, also Turok und Turok 2, diese beiden Spiele, die natürlich nicht nur zum Franchise gehören, sondern in Bezug auf unsere Entwicklung zusammengehören. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Nightdive ein Unternehmen ist, das weniger als eine Handvoll Angestellte begonnen hat, sich aber inzwischen zu einem Kraftpaket bei der Wiederbelebung von klassischen Spielen entwickelt hat. Als wir an Turok arbeiteten, hatten wir bereits Sam Villarreal angeheuert und ins Boot geholt. Sam hatte James Haley empfohlen. Ich glaube, James' erstes Projekt mit uns war noch Tropolis. Aber dann arbeiteten James und Sam auch daran, Strife, Veteran Edition, zurückzubringen. Als wir dann zu Turok 2 kamen, wussten wir, dass wir jemanden für die Multifair-Seite brauchten. Und wir haben damals Edward Richardson eingestellt. Ich glaube einfach nicht, dass die Leute verstanden haben, wie klein unser Unternehmen damals war, dass diese Spiele von weniger als zehn Leuten entwickelt wurden. Und trotzdem reden wir sieben, acht Jahre später immer noch über die gute Qualität dieser Spiele. Welches war das erfolgreichste Projekt, was zum Beispiel die Verkaufszahlen angeht? Ich spreche nicht gerne über Verkaufszahlen, aber ich würde sagen, im Allgemeinen, das ist auch der Grund, warum sie immer noch unsere Favoriten sind. Das ist interessant, es scheint, dass neue Generationen von Spielern jedes Jahr entdecken, wie viel Spaß die Turok-Spiele machen, wie viel Spaß einige der anderen Titel machen, die wir zuvor gemacht haben, 7th Guest, 11th Hour und das Genre der Hour-Games, die Tex Murphy-Titel. Es macht einfach Spaß, zu sehen, wie die Verkäufe noch Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung weitergehen. Was war die längste oder kürzeste Entwicklungszeit für ein Spiel? Wie lange hat es gedauert, eine Konvertierung oder eine Neuprogrammierung vorzunehmen? Unsere Arbeit an System Shock hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Ich glaube, wir haben sechs Jahre hinter uns mit einigen Höhen und Tiefen. Falls du dich erinnerst, das Spiel sollte ursprünglich in Unity entwickelt werden. Nach einem Jahr haben wir dann die schmerzhafte Umstellung auf Unreal vorgenommen. Ich sage schmerzhaft, weil es zu personellen Veränderungen und Veränderungen in der Grafik kam. Wir hatten viel Arbeit geleistet. Zuerst sollte es in Unity werden, dann ging es verloren und muss neu erstellt werden. Das war also wahrscheinlich unser längstes Einzelprojekt. Normalerweise versuchen wir ein Spiel herauszubringen, ein klassisches Spiel, eher ein Remaster als ein Remake. Und wir hoffen, dass innerhalb, naja, ein Jahr ist jetzt wahrscheinlich zu wenig Zeit, aber zwischen eineinhalb und vielleicht zwei Jahren. Gab es unveröffentlichte Spiele, also Spiele, an denen Sie gearbeitet haben und an denen Sie die Arbeit anstellen mussten? Wir hatten das Glück, dass uns das noch nie passiert ist, jedenfalls nicht bei der Arbeit an den Spielen. Es hat nie einen Arbeitszyklus unterbrochen. Es gab jedoch Projekte, an denen wir interessiert waren und für die wir beträchtliche Ressourcen aufmeldet haben, die dann aber an andere Unternehmen gingen oder eine andere Richtung einstellen. Was waren die wichtigsten Menschen, die Sie in Ihrer Karriere getroffen haben? Hatten Sie zum Beispiel die Möglichkeit, einige der alten Originalentwickler der Spieler zu kontaktieren? Also zwei der Leute, die ich nennen werde, weil ihre Unterstützung nichts weniger als wunderbar war und sind nicht nur Unterstützer. Das sind Leute, die Freunde von uns sind. Paul Neurath und Warren Spector. Warren muss natürlich nicht vorgestellt werden. Paul war der Gründer von Looking Glass und einige der großartigsten Spieletitel sind aus seinen Studios hervorgegangen. Die Zusammenarbeit mit Paul war großartig und hat uns sehr unterstützt. Ebenso wie Warren haben beide mit ihrer Freundschaft und ihrer Hilfe alle Erwartungen übertroffen. Sie würden also wahrscheinlich ganz oben auf meiner Liste stehen. Wie bereits erwähnt, haben wir auch mit Kevin Cloud von Bethesda zusammengearbeitet, der ein großartiger Lehrer war und den ich sehr schätze. Und eine weitere Person, mit der ich noch nicht so viel zusammenarbeiten konnte, wie ich es gerne würde, die uns aber sehr unterstützt, ist Tim Willits. Spielen Sie immer noch die Spiele, an denen Sie beteiligt waren, also die älteren Spiele? Ja, das tue ich. Ich spiele nicht nur alte Spiele, aber lass mich sagen, dass ich so viele Spiele, dass ich jetzt Spiele auf meinem PC habe, die ich in einer Art Kompatibilitätsmode spiele, die noch aus den Tagen von Windows 1 stamm. Ich habe diese Titel genossen. Ich glaube, wenn man sich klassische Spiele ansieht und versucht, die Bedeutung dieser Spiele zu verstehen, dann haben wir in den alten Tagen eine Menge Dinge entdeckt, die Spaß gemacht haben. Und wenn es damals Spaß gemacht hat, macht es wahrscheinlich auch heute noch Spaß. Besitzen Sie immer noch Retro-Hardware, also alte Konsolen, alte Computer oder so etwas? Mich hat das Virus noch nicht gepackt. Allerdings bin ich wahrscheinlich der einzige Nightdive-Team, der nicht mehrere Iterationen alter Hardware in seinem Haus hat. Obwohl er uns verlassen hat, ist er einer der Leute, an die ich mich deswegen gewandt habe, Dimitris Gianakis, ein moderner Vintage-Gamer, der Teil des Nightdive-Teams war, mit uns an Blade Runner gearbeitet und dann aber das Team bei Limited Run Games verließ. Und er ist mein Ansprechpartner für Vintage Hardware. Wenn jemand mehr Informationen über Sie, über die Unternehmen und über die Spiele haben möchte, wo kann man zum Beispiel im Internet danach schauen? Nun, die Website von Nightdive ist sicherlich ein logischer Ausgangspunkt. Ich weiß nicht, warum sich jemand für mich interessieren sollte, aber mein Hintergrund ist sowohl auf LinkedIn als auch auf Mobile Games zu finden. Man kann sich die Dinge ansehen, die ich gemacht habe und jeder, der mehr Informationen über Nightdive braucht, kann uns in den Sozialen Medien finden. Ja, da müssen wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie mit uns durch Ihr Leben und Ihre Karriere gegangen sind. Wenn etwas Besonderes in Bezug auf Retro passiert, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, denn neue Informationen über alte Dinge sind sehr wichtig und sehr interessant für unseren Podcast. Vielen Dank und wir hoffen, wieder von Ihnen zu hören. Vielen Dank, Larry. Ich danke dir. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Wie gesagt, das nächste Mal gibt es da, nachher gibt es noch mal ein Update zu, das haben wir ja vorhin schon angedeutet, da war was mit Atari, da reden wir nachher noch mal kurz drüber. In zwei Wochen gibt es ein spannendes Interview, das war auch schon lange auf der To-Do-Liste, Robin. Sagt dir der Name Holger Wessling noch was? Ich weiß, dass es in der Liste stand und beim Namen, ach, das ist Data Becker, oder? Wir haben diesen Mann live getroffen, ja. Ja, stimmt, genau, das war das mit Data Becker. Genau, der rannte nämlich bei der Amiga-Veranstaltung mit einem Data Becker-Schild rum und dann habe ich ihn gefragt, wieso? Weil wir suchten immer schon Leute, die Data Becker sehr gut kennen und er war einer der Mitarbeiter dort und bot sich von selbst fast schon an und sagte, er könnte ganz viel Geschichten erzählen und wer mir sagt, er kann ganz viel Geschichten erzählen, der ist natürlich herzlich willkommen beim Interview und das haben wir aufgezeichnet, das gibt es nächste Woche und das ist wirklich interessant, denn diese, nennen wir es mal, rot-weißen Bücherwände kennt eigentlich fast jeder, der irgendwas mit IT oder Computer zu tun hatte. Data Becker ist ja wirklich jahrelang ein großer Name gewesen im Buchbereich. Selma, du kennst die Farben von Data Becker auch noch, oder? Ich habe die immer vermieden, ja. Aber das war ja ikonisch. Ja. Und ikonisch und krank und verrückt ist die Menge an, so in den End-90er, Anfang-2000er, Menge an Data Becker-Dingen bei Karstadt Das war wie eine eigene Abteilung. Das war, ich würde sagen, 20 Prozent aller Waren in der EDV-Abteilung waren Data Becker, angefangen von Kabeln, über Kleber, über Folien, über Tintenpatronen, über Lösungsbücher, Hilfen. Das war, man kann sich das, also man kann sich heutzutage sowieso ein Kaufhaus nicht mehr vorstellen, in dem es eine Computerabteilung gibt, aber das war wirklich diese rot-weißen Wände, die einen angeleuchtet haben oder beim Mediamarkt. Wahnsinn! Was für eine, was für eine Mühe, die sie sich gemacht haben, um diesen großen Konzernen Honig ums Maul zu schmieren, dass die die Abteilung voll klatschen mit deren Produkten. Ja, und es gab ja auch einen Data Becker-Laden, einen offiziellen, und den gibt es ja inzwischen auch nicht mehr, und auch darüber wird viel erzählt. Da gibt es diese markanten Fotos mit diesem Eckhaus, wo unten der Laden drin war, und auch darüber hören wir dann viele Geschichten. Also da freuen wir uns drauf in zwei Wochen. Ja, wir machen nochmal eine kurze Pause, hören uns Pupis Theme an von Kumiko, und dann gucken wir mal, was wir so gespielt haben oder auch spielen mussten. und dann gucken wir mal, ein neues Stug. RETRO PLAY Zeit für Altes und Neues. Ja, ähm, geht's euren Büchern gut, könnte ich ja jetzt fragen, denn es geht um Quinks für den C64. Ja, ähm, werden wir euch dieses Spiel mal kurz zusammenfassen. Ich nicht. Gut. Eigentlich hab ich auch keine Lust, aber ich versuch's mal. Ja, ähm, wo fang ich an? Es war an meiner Bücherseite. Die Bücherseite und die Viecher, die die Bücherseiten fressen. So kann man sich das vorstellen und vielleicht, ähm, ist das vergleichbar mit dem Zahnspiel so ein bisschen. Ich hatte auch die Assoziation zu Plag-Attack. Plag-Attack, genau. Äh, schützt die Bücher und ich, Patrick, aber warum geht eine Person auf den Seiten rum? Ich hab leider keine Anleitung gefunden für das Spiel und kenn die Hintergrundgeschichte nicht. Also es geht um Quinks, wie gesagt, mit Q-U geschrieben, I-N-X. Und im Endeffekt, ja, du hast recht, da rennt einer über die Buchseite und macht die Motten. Was sind das? Ich glaub, Ink-Worms. Ink-Worms, okay. Es sieht, eigentlich sieht's aus wie Mäuse, wenn man ehrlich ist. Und wenn er über die rüberläuft, dann lassen die einen Fleck und sind weg. Genau. Ein frühes Zwerzspiel ist, ähm, ich muss gleich mal gucken, war das von 84 oder 85, irgendwas in der Richtung. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz durchgedrungen, weil, ähm, das Ende ist immer, dass das Buch kaputt ist, hab ich das Gefühl. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Level, man hat eine Prozentzahl, die runtergeht, wie high die Seite ist, sozusagen. Und eigentlich verliert man am Ende immer und mal früher, mal später, wenn ich's richtig verstanden hab. Und zwischendurch gibt's manchmal auch Abschlusspunkte und ich weiß nicht warum. Und man kann dann auch noch irgendwelche Sachen essen, die sind irgendwo ganz merkwürdig. Und dazu gibt's ein Fässchen mit Tipp-Ex und das Tipp-Ex ist dazu, da sozusagen den Rest der Seite zu schützen oder zu nachzumalen. Und dann gibt's auch noch diese Monster und, ähm, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie demotivierend das Spiel wird, wenn man plötzlich, äh, man arbeitet und macht diese Bücherwürmer platt und dann kommen diese komischen Habhab-Münster und beißen die Seite einfach in Teile. Also, oah, also ich, äh, ich fand's hektisch und die Motivationskurve war nicht sehr steil. Ja, ich, ich hatte halt, äh, Level vermisst oder Abschnitte vermisst, weil im Endeffekt, wenn ich's richtig verstanden hab, kann man da ja nur verlieren. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Die Grundidee find ich für so ein altes Spiel ganz lustig, aber, ähm, irgendwie hab ich auch sehr schnell die Motivation verloren bei dem Titel, muss ich sagen. Auch wenn die, die Idee nett war. Selma, hast du das jemals gespielt oder gesehen vorher? Nein, nie. Hast du was verpasst? Nein. Okay. Ja, wie gesagt, ähm, falls irgendeiner unserer Hörer jetzt sagt, das war das Spiel seiner oder ihrer Jugend, ähm, dann schreibt uns. Tut mir leid. Oh, ich wollt was Nettes sagen, Selma, danke. Ähm, dann schickt uns gerne eine Audio-Teil und lobt dieses Spiel und erzählt uns warum. Wie gesagt, witzig fand ich's, aber, ähm, eigentlich nur zum ein- oder zweimal spielen gefühlt. Und Robin hat das ja so ähnlich gerade gesagt. Da fehlt die Dauermotivation, das kann man wahrscheinlich sagen. Ähm, ey, kurz, den Entwickler, der hat nichts weiter gemacht, ne? Ich hab nichts rausgefunden. Das ist verrückt. Ja, dann gucken wir mal, was wir uns fürs nächste Mal Verrücktes einfallen lassen haben oder was uns da zugetragen wurde. Satan's Hollow für den C64 sagt mir gar nichts. Wollen wir kurz mal googeln? Gerne. Ich hab übrigens, äh, doch noch was gefunden von den Quings, das hab ich mal auch aufgeschrieben, Patrick. Erzähl. Jetzt spring ich mal wieder inzwischen. Andrew Trott hat noch gemacht, ein Jahr vorher das Spiel Xerons für den C64 und im selben Jahr das Spiel Sticks. Sticks, sagt mir was, ist das eine Quicks-Variante? Nein, irgendwie nicht, das ist, ach doch, das ist eine Quicks-Variante, stimmt. Das ist, äh, Abtrennen von Flächen und, genau. Genau, das hab ich gespielt, das kenn ich. Und Xerons ist irgendein, das ist eine Galaxians-Variante. Also, aber ist lustig, dass ein Spiel, ähm, dass man aufhört, 1984 Spiele zu programmieren. War schwer, über den Herrn noch irgendwas rauszufinden. Ja, das ist bei solchen Sachen wirklich selten. Kommen wir zu Satan's Hollow, das ist da einfacher. Ich hab hier grad einen Wikipedia-Eintrag und bin, ja, erstaunt. Es ist ein Spiel von 84, was wohl auf einem Spielautomaten von Bully Midway von 82 basiert. Und, ähm, man muss mit einem Pontifex-Panzer, der ein Heiligensschild hat, äh, ja, den Kampf gegen Satan und seiner unheiligen Untertan aufnehmen. Das klingt ja schon wieder sehr spannend. Sieht sehr bunt aus, sieht sehr interessant aus, sieht aus wie ein Screenshot aus dem alten King's Quest-Spiel, gefühlt, vor dem geballert wird. Äh, nie gesehen, nie was von gehört, bin gespannt. Das ist so verrückt. Das sieht wirklich aber gar nicht so schlecht aus für so ein altes Spiel. Ich seh hier Animation. Ja, auch relativ viel Objekte auf dem Bildschirm, ne? Ja, kann man spielen. Sieht aus wie ein Shooter, also eine Spielhain-Umsetzung. Ja, ein näheres dazu in zwei Wochen. Aber das könnte was werden. Mal gucken, ob sich das auch gut steuert. Wir hatten das ja schon öfter, dass wir vorher dachten, das wird was. Und als wir es dann selber gespielt haben, ja, dann war es doch was ganz anderes. Was haben wir freiwillig gespielt? Ja, ähm, ich hab wieder wenig beizutragen. Aber, äh, dank Groppeln, ähm, hab ich mich wirklich jetzt länger mit dem MSX oder MSX2-Gerät befasst. Weil, äh, du hast ja einen, so einen Multicard-Reader besorgt, dass wir im MSX auch mal mehr Spiele ausprobieren können. Und ich bin tatsächlich, äh, ich war geschockt und begeistert gleichzeitig. Ich war geschockt, geschockt, wie schlecht MSX1-Spiele sind. Und begeistert, also nicht pauschal, aber einige. Und begeistert, wie gut viele MSX2-Spiele sind. Äh, MSX1 liegt so gefühlt unterm C64. Und MSX2 kommt fast an Amiga ran. Also, ähm, da gibt's richtig gute Sachen. Wir haben, du hast ja noch mit mir zusammen das Aleste gespielt zum Beispiel. Das sah sehr gut aus. Es gibt, ja, ich will jetzt nicht sagen jedes Spiel für ein MSX2, aber es gibt wirklich von Pac-Mania über Outrun, von, von Commando bis, wobei Commando war schrecklich. Aber es gab wirklich viele gute MSX2-Spiele. Und ich glaube, ich weiß, was ich die nächsten Wochen hauptsächlich probieren werde im Museum, wenn da ein bisschen Zeit ist. Ich werde das Gerät wahrscheinlich jetzt jedes Mal mit anschalten, um einfach mal wieder ein paar Spiele auszuprobieren. Und gefiel mir richtig gut. Also, und ich verweise da auch gerne nochmal auf unseren Mehrteil davor. Waren's zwei Jahre inzwischen, anderthalb Jahre, zwei Jahre, wo wir ja mit MSX-Experten da fünf Teile, glaube ich, fast hingelegt haben. Ähm, jetzt verstehe ich vieles von damals mehr. Weil mein erster Eindruck war, klingt alles toll, ich will es spielen. Da hab ich es gespielt und wollt's nicht mehr spielen. Und jetzt verstehe ich, was es da wirklich auch an Perlen geben, gegeben hat und auch noch geben wird. Also, da kämpfen wir uns mal durch, glaube ich, oder? Kann ich nämlich nahtlos anspringen. Reinspringen und sagen, äh, gleiches gilt für mich. Äh, ich hatte die ein, zwei Stunden vorher schon das Vergnügen, nämlich da ranzusetzen. Und genau wie du erzählt hast, ich war erstaunt, wie schlecht die MSX-1-Spiele teilweise aussehen. Einige waren in Ordnung, aber wirklich auf einem sehr unteren C64-Niveau. Ähm, besonders hervorheben muss man bei den schlechten Spielen, dass die Shooter ein miserables Scrolling haben. Also, das ... Das ist so ein Block-Scrolling. Das war bei Parodius was auch ganz schlimm, zum Beispiel. Genau, das war, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen unspielbar, aber es war schon sehr hinderlich. Und, äh, krass mit dem Aleste, du hast es eben schon gesagt. Das ist so schnell, da würde ich jetzt auch auf dem Amiga nicht ad hoc sofort viele Spiele wissen, die so schnelles Scrolling mit einem machen. Zwar sehr auf einer niedrigen Farbanzahl, aber man hat schon wirklich das Gefühl, dass einem, dass man echt gezogen wird. Und nicht, dass man dem Ganzen, äh, das muss es anschieben muss, wenn es scrollt. Ja, ähm, also wie gesagt, auch gilt auch für mich, äh, MSX ist ein spannendes Thema. Ähm, wir haben zum Glück viele Spiele schon mit drauf. Äh, ich werde einfach mal so die Top 20 abgehen, wenn, äh, gibt's ja diverse Seiten, die damit werben. Die besten MSX 2-Spiele, die werde ich mir nach und nach mal angucken. Selma, hast du mal ein MSX gesehen? Also, ich hab sogar einen, ich glaube sogar einen Zweier hier, aber, ähm, ich glaub mein Diskettenaufwerk oder so geht da irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, äh, mir fehlt auf jeden Fall so ein, so ein Cartridge-Modul, mit dem man, äh, ROMs laden kann oder sowas. Von daher ausprobiert hab ich's noch nicht. Lohnt sich. Also, seit Neuesten gibt's halt, ähm, seit Neuesten, seit Neueren gibt's halt ein, äh, eine, eine offene Technologie dafür, das ist also 3D-Druckbar plus Bauteile, ähm, so ähnlich wie auf dem C64 mit dem, wie heißt das Ding noch beim C64? Äh, äh, Kung-Fu-Flash. Kung-Fu-Flash, so ähnlich wie das Kung-Fu-Flash auf dem C64, ähm, ich hab das, glaub ich, aus Italien, gut, das Ding hat auch 70 Euro gekostet, aber, ähm, ansonsten steht halt dieses Gerät da sehr, traurig rum und spielt nur Antarctic Adventure oder das, äh, Konami-Boxing und das ist einfach ein bisschen traurig, weil, äh, dafür ist halt doch ein bisschen mehr rausgekommen und, äh, wie gesagt, unterhaltsam und, äh, selbst die Musik, das wollte ich noch vorhin sagen, selbst die Musik fand ich gut. Ja, also da haben wir ja noch viel zu tun in den nächsten Wochen. Äh, äh, bei mir nur kurz dazu, äh, ich hab irgendwann mal einfach um, äh, ich weiß gar nicht, irgendwann abends nochmal, äh, FIFA Manager 22 reingeschmissen und finde, dass da so viele Sachen auch noch detail verbessert worden sind, dass ich sage, das ist wirklich, äh, das ist nochmal ein echter Sprung zu den vorherigen Versionen von diesem kostenlosen Fan-Projekt. Ja, Selma, hast du was Spannendes gespielt, was du uns erzählen möchtest? Mal abgesehen von den Replay-Geschichten habe ich die letzten zwei Monate damit verbracht, die Bioshock-Komplettserie durchzuspielen und muss sagen, mit den Add-ons hatte ich die vorher noch nie gespielt. Und das war so ziemlich das Beste, was ich in den letzten zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren an Singleplayer gespielt habe und, äh, dachte mir, hm, vielleicht versucht man mal noch so das eine oder andere, ich weiß nicht, so einen Immersive-Shooter oder so zu spielen und ich, äh, wollte erst Far Cry oder sowas, Far Cry 1 und 2, die ja doch ganz anders sind wie die Ubisoft-Spiele, die jetzt rauskommen. Hab mich dann aber dazu entschieden, Stalker zu spielen und Stalker 1 war schon sehr, sehr schwer und ich bin jetzt im zweiten Teil, wobei ich sagen muss, dass ich die letzte Stunde von Stalker 1 ausgelassen habe, die hab ich auch damals nie zu Ende gespielt, da hat man auch nicht viel verpasst, wenn man die weglässt und, ähm, ja, Stalker 2 ist ein bisschen besser, ist ein bisschen hübscher, ist ein bisschen offener, aber so richtig, man merkt halt, dass man nur von A nach B läuft die ganze Zeit und dazwischen mal ein paar Gegner umballert. Ich weiß nicht, früher war's besser. Ja, das ist immer die Gefahr, wenn man die Sachen, äh, lange nicht gespielt hat, lange nicht gesehen hat, wir haben da auch immer mal wieder leichte Schocks bei einigen Dingen, das ist, die Erinnerung verblasst manchmal, oder man hat eine rosa-rote Brille aufgefühlt. Wobei ich mal dachte, ich kann gar nichts schocken, weil ihr spielt da ja teilweise auch Sachen, wo ich mich frage, wo ich mir sage, das würde ich keine 10 Minuten anfassen können, vor allem einige, ja, Simulationen oder Strategiespiele, die ihr da anschmeißt, äh, das könnte ich nicht. Das finde ich immer faszinierend, mit welchem Durchhaltevermögen ihr euch da durchbeißt. Das können viele nicht, das können auch viele nicht zuschauen, aber das ist mir egal, ich mache es trotzdem. Okay, das ist eine ehrliche Erklärung, aber sehr schön. Ich finde es trotzdem faszinierend, dass man sich für sowas begeistern kann und, ähm, da müssen wir, dass wir das jetzt nicht machen, das ist sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen mal zu den News und gucken mal, was wir so alles Neues aus der Szene gefunden haben oder auch bekommen haben. Retro News Neues aus der Szene Ähm, Robin, keine Folge ohne Doom. Ja, verstehe ich auch. Warum sollte auch nicht eine Folge ohne Doom passieren? Ein so elementar wichtiges Spiel für die Computerspieler. Äh, ja, aber auf einem Mac SE30, äh, ja, okay, ähm, eigentlich braucht das, äh, Ultimate Doom für Mac einen 256-Farbmonitor und mindestens einen 68.040er. Und, äh, der YouTuber Action Retro, äh, der macht das einfach auf einem 89er-Monochrom Macintosh SE30, also diese kleinen All-in-One-Geräte. Und, äh, es funktioniert mit, äh, 1,5, äh, Frames pro Sekunde. Wollt ihr das spielen? Nein, aber es läuft. Freu, freu, freu. Wie immer, weil es geht. Ja, dann haben wir auch vom Christian, das eben war auch von Christian der Hinweis, noch einen Hinweis bekommen auf eine, ja, neue Edition von Chris Hülzbeck, ähm, nämlich von der Piano Collection. Die gab's vor einigen Jahren als Kickstarter. Da gibt's jetzt Teil 2, The Player's Choice. Das heißt, da konnten wohl die, ähm, ja, Käufer der ersten Serie mitentscheiden, was da raufkommt. Äh, das Ganze ist ein bisschen geheimnisvoll. Ich weiß nicht, welche Stücke drauf sind, weil man soll sich da zuerst ein Video angucken. Aber, ähm, die erste, die erste Folge hatte ich mir geholt und die war wirklich toll, weil die Stücke von Hülzbeck auf einem Klavier gespielt, ähm, das ist wirklich ein, ein ganz anderer Genuss nochmal. Das klingt wie klassische Musik, das klingt richtig hervorragend. Und deswegen wird der zweite Teil da auch mit Sicherheit in diese, äh, Richtung gehen. Ich hab mir den bestellt, der kommt hoffentlich in den nächsten Wochen an und dann werde ich mein Näheres dazu sagen. Und wer möchte, kann auch wieder ein Scorebook, also ein Notenbuch dazu bestellen, wo man dann die ganzen Sachen auch ausgedruckt hat, wenn man sie selber nachspielen möchte oder, äh, ja, mal wissen möchte, wie das komponiert wurde. Also eine ganz tolle Idee. Und da gibt's, wie gesagt, jetzt den zweiten Teil. Wir packen den Link in die Shownotes. Ich guck mal kurz, was das kostet. Das, äh, liegt bei 29 Euro, das Album. Äh, man kann aber auch, wenn man möchte, sich noch gegen einen Aufpreis das Ganze als USB-Stick mit verlustfreien, äh, Tracks in High-Quality holen. Flack wahrscheinlich, ne? Ne, das ist, äh, 24-Bit-Waff. Äh, limitiert auf 77 Exemplare. Sehr schön. Aber wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Wer Klaviermusik mag und Hülsberg, der kommt nicht drum rum. Wer nur Klaviermusik mag, kommt auch nicht drum rum. Also eine schöne Idee, um Computermusik mal anders zu hören. Ja, was haben wir noch bekommen? Ähm, was macht man, wenn ein Shop dicht macht, Selma? Dann verliert man alle Spiele, die man in diesem Shop hat. Es sei denn, man hat sie vorher runtergeladen. Dann verliert man sie erst, wenn die Konsole oder das Speichermedium den Geist aufgibt. Was ja, glaub ich, schon öfter bei Nintendo passiert ist. Äh, darum hat sich jetzt jemand hingesetzt und überlegt, ich kaufe 866 Wii U-Spiele. Das sind ja digitale Spiele. Das sind ja viel mehr Spiele, wie für die Wii U so erschienen sind. Und 1547 3DS-Spiele, ähm, wo aber auch DSi- und Virtual-Konsolen-Spiele und DLCs dazu reichen. Das sind dann zusammen 1,2 Terabyte auf der Wii U und 267 Gigabyte auf der 3DF und kostet irgendwie 22.000 Euro. Nur in der Hoffnung, dass diese Spiele dann, ähm, nicht verloren gehen. Was irgendwie schade ist, dass, äh, Anbieter von so digitalen Spielen oder digitaler Kunst, wenn man so will, sie dann einfach im Nirvana verschwinden lassen können. Ich finde, das sollte irgendwie, äh, rechtlich geregelt werden, dass nach Ablauf der Verkaufszeiten oder so, die irgendwie in Landesmuseen archiviert werden müssen oder so. Ja, vor allem, das ist ja, was der gemacht hat, ist ja absurd, weil im Endeffekt, die Sachen sind doch an die Konsolen gebunden. Die sind doch kodiert auf die Konsolen. Das heißt, wenn er die woanders drauf spielen will oder jemand anders die spielen wollen würde, was rechtlich so schon problematisch ist, müsste er sie ja manipulieren. Und dann braucht man sie eigentlich auch vorher nicht kaufen. Also, äh... Das dürfte der teuerste Game Boy auf Erden sein. Ja, und wie gesagt, wenn das, der dann kaputt ist, hat er ein Problem. Also, es ist eine absurde Aktion. Ich finde aber gut, auf sowas aufmerksam zu machen und, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber daraus jetzt zu folgern, da muss ich einmal alles kaufen, was es in dem Shop gibt und gebe dann da fast 30.000, 30.000 fast, Euro aus. Wie war das? Ja, das geht ja gar nicht. Aber absurde Meldung auf jeden Fall. Ja, dann, äh, darf ich eine Spektrum-Meldung verkünden. Ich bin ja ein Riesenspektrum-Fan bekannterweise, aber das könnte mich fast interessieren. Es gibt eine Demo, äh, einer Konvertierung eines NES-Nest-Spiels auf den Spektrum 128. Äh, Super Bomberman 2 kommt raus. Und das sieht wie immer spektrummäßig aus, aber, ähm, das Video, was es da gibt, gefällt mir. Das ist ein Einspieler-Bomberman, muss man dazu sagen. Aber, ähm, ich würde es spielen, glaube ich. Ich würde es mal angucken. Wobei ich dazu wieder sagen muss, ich bin halt kein Riesen-Fan von der Einspieler-Version von Bomberman. Denn, wie gesagt, ich liebe die Multiplayer-Varianten, halte ich für eines der besten Multiplayer-Spiele aller Zeiten. Aber mit dem Einspieler-Modus bin ich nie so warm geworden. Aber, äh, warum nicht mal wieder dem Spektrum eine Chance geben und wenn das dann fertig ist, das auch mal anschauen. Super Bomberman 2 Remix heißt das Ganze. Ja, und, äh, dann, Robin, gibt es auch Leute, die machen sehr skurrile Sachen mit Aufbauspielen. Ja, ähm, Rollercoaster-Tarcoon 2, ein geniales Spiel, richtig Spaß gemacht. Andere Leuten macht das so Spaß, dass sie anfangen, Schrott zu machen. Und zwar, äh, hat ein, äh, YouTuber mit dem mal Muscle Voss, den haben wir schon mal diverse Male gehabt. Der hat eine Achterbahn gebaut in Rollercoaster-Tarcoon 2. Die fährt, Achtung, 100 Trilliarden Jahre. Kannst du mir das erklären? Das verstehe ich nicht. Also, die Fahrt mit dem Rollercoaster, also mit der Achterbahn, ähm, gibt es ja mit verschiedenen Faktoren. Man kann ja bestimmen, wie schnell fährt der Zug und so weiter. Der schafft es, den Zug mit einem kmh auf einer riesigen Karte fahren zu lassen. Und normalerweise darf man nur siebenmal die Fahrt fahren lassen. Er schafft es aber mit, äh, der Hilfe sozusagen in Verbindung mit einer anderen, mit einem anderen Fahrgeschäft das Ganze nochmal, ähm, jedes Fahrgeschäft kann dann nochmal sieben, mal sieben, mal sieben, mal sieben, mal sieben, weil es gibt ja 53, äh, Fahrgeschäfte. Das heißt, äh, die fährt mit einem kmh auf einer Strecke, die ewige hunderte Kilometer lang ist. Dann fährt sie nochmal, 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 siebenmal. Und das bei jedem, äh, ja, also... Um das abzukürzen, ich glaube eben nicht, er soll da erstmal ein Video von machen. Genau, und gucken, ob er das bei YouTube hochladen kann. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Naja, machen wir weiter. Ähm, Nintendo, äh, wird ein bisschen ärgerlich sein, wenn die nächste Meldung stimmt, Selma. Warum kriege ich eigentlich die Nintendo-Nachrichten? Warum nicht? Wir sind auch keine Konsoleros, irgendeiner muss das machen. Ja, also Dolphin ist ein Emulator für Gamecube, glaube ich, und DS, weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Auf jeden Fall für Nintendo-Konsolen. Und Nintendo möchte das natürlich nicht, dass dieser Emulator benutzt wird, weil damit man ja ROMs spielen kann. Und ROMs zu benutzen ist illegal. Aber einen Emulator zu programmieren halt nicht und ihn zu veröffentlichen halt auch noch nicht. Und deswegen kommt er demnächst, ich glaube in zwei Wochen oder so, nach Steam. Äh, im Sommer, sorry, im Sommer zu Steam. Finde ich interessant auf jeden Fall. Das ist ja auch wieder eine, ja, ein weiterer Schritt in diese Richtung der Archivierung des Erhaltens im Endeffekt. Dass es überhaupt diese Emulatoren dann auch auf einfachen Wege gibt. Und warum soll es die nicht auch auf Steam geben, natürlich. Genau, und im Zweifel kann man immer noch Homebrew oder sowas drauf machen. Absolut, ja. Ja, was man leider nicht mehr kann, ist zur E3 gehen. Die sollte dieses Jahr ja vom 13. bis 16. Juni stattfinden in L.A. Und ja, es hat sich abgezeichnet, denn es hagelte Absagen. Nintendo wollte nicht mehr hin, Microsoft, Sony, alle stiegen aus und dann auch noch Tencent. Und dann bin ich ausgestiegen und dann war es vorbei. Und dann auch noch Tencent, Sega und Ubisoft, die dann auch am Ende nicht kommen wollten. Und dann haben sie irgendwann gesagt, dann können wir es auch gleich lassen und haben die E3 abgesagt. Und wenn ich mal überlege, wie wichtig diese Messe vor vielen, vielen Jahren waren, wie man da Berichte über die News gelesen hat, das war ein Highlight. Und ja, heute kann man online die Trailer sich angucken, das Ganze sich online runterholen. Und damit ist das dann wahrscheinlich obsolet geworden. Ob es die jemals wieder gibt oder ist die Zeit der Messen vorbei? Was denkt ihr? Die ist vorbei, hundertprozentig. Ich glaube, das wird auch nicht wiederkommen. Ich vermute, sie werden es nochmal umbenennen, damit sie sozusagen sagen, wir machen Relaunch und wir machen das anders. Nur noch digital? Nee, ich glaube, sie werden es auch nochmal so ein bisschen so mit Pseudo, wir machen das und wir, die werden sich aber vorher absichern, dass alle definitiv kommen. Und wenn sie die nicht zusammenkriegen, wird die zweite Version dann auch ganz abgesagt. Nein, diese Messe wird nicht mehr passieren, weil es werden ja auch immer weniger Inhaber dieser Firmen. Weil wenn wir irgendwann nur noch drei oder vier Inhaber von diesen Firmen haben, dann warum sollen die Leute denn noch auf eine Messe gehen? Was soll der Grund sein? Und die E3 war ja keine Konsumermesse, die war ja eine... Branchentreffung. Genau, und das ist das nächste Problem. Warum sollen die dann auch hingehen? Genau, wenn die in ihrer eigenen Firma jedes Mal 20 bis 30 Prozent der wichtigen Programmierer haben, brauchst du doch die anderen nicht mehr treffen. Warum denn? Richtig, und die reinen Konsumermessen hätten vielleicht eher nochmal eine Chance. Die haben es, glaube ich, noch versucht beim letzten Mal, da ein, zwei Tage, glaube ich, zu machen mit normalem Volk. Aber das ist wahrscheinlich der Fehler gewesen, dass sie sich zu sehr in diese Richtung gedrängt haben. Ja, sie haben halt die Indies nicht gekriegt. Das ist halt das Problem. Und wozu sollst du dann da hingehen, um dir die neuen 3 EA-Spiele anzugucken, die eh doof sind? Nee. Wo du zwei Wochen vorher in irgendwelchen YouTube-Videos schon Previews siehst, warum sollst du dann da hingehen, um dasselbe nochmal anzugucken? Ja, ich glaube, Messen allgemein ist nichts mehr. Ich meine, in der Industrie und so gibt es jetzt Messen, und die laufen jetzt langsam auch wieder an, ganz langsam. Aber das ist auch noch eine Frage der Zeit, bis die ältere Generation da in Rente gegangen ist, dann gibt es da auch nichts mehr. Wir werden es sehen. Wir werden euch da weiter von Berichten auf dem Laufenden halten. Mal sehen, wie es den anderen Veranstaltungen geht. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube auch, dass der Trend bei den Sachen, bei den großen Produktionen eher in den Online-Bereich geht. Weil warum sollte jemand sich ein Video erst auf der Messe angucken, wenn es das schon auf YouTube gibt oder da geben kann? Logisch. Und du darfst auch nicht vergessen, was inzwischen auch diese Reisen alle kosten. Es ist ja auch alles durch Corona, alles teurer geworden, Hotels teurer geworden und so. Wenn du jemanden hast, der eine Woche Geschäftsreise macht, wird der in Amerika auch nicht unter 3.000 Dollar oder 2.500 Dollar herauskommen. Und das rechnen mal alle Firmen, mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Mitarbeiter. Das ist viel Geld. Ja, und wenn du mal nachdenkst, wir haben ganz viele Interviews gehabt von Leuten, die erzählt haben, was sie auf Messen aufgebaut haben. Die waren da nicht mit drei, vier Mitarbeitern. Die waren da vor einigen Jahren noch mit Dutzenden von Mitarbeitern. Und die Zeiten sind wahrscheinlich wirklich vorbei. Überleg mal, Patrick, die Gamescom, wie das war. Als das erste Mal, als wir auf der Gamescom waren, wie groß war der Stand von Electronic Arts? Das war eine eigene Halle fast. Die haben, ich sag jetzt mal, 2.000 Quadratmeter war Electronic Arts. Mit einem Screen von der Größe, ich würde mal sagen, das war ein Volleyballfeld. Nee, das ist nicht untertrieben. Volleyballfeld groß. Sowas kostet in der Miete pro Tag 20.000 bis 30.000 Euro. Und dann hast du da 150 Leute. Dann baust du 300 Computer auf, damit die Leute den Kram spielen können. Alter, das ist das Geld, was da rausgeht. Unglaublich. Wie gesagt, wir schauen mal, ob das wirklich so die letzte große Messe war. Oder ob wir noch mal was kommen. Wir gucken mal. Was haben wir noch, Robin? Atari 2600 News haben wir auch regelmäßig. Nicht schlecht. Was passiert da denn? Ja, es passieren Dinge, die sind einfach auch noch schön. Und zwar gibt es eine Geschichte, die vor 40 Jahren ein jähes Ende nahm. Denn es geht die Geschichte um von einem 44-jährigen Programmierer. Nee, Entschuldigung. Ein 44 Jahre altes Spiel, das Atari in den 70er Jahren im Auftrag gegeben hat. Nämlich Brad Stewart hat einen Auftrag bekommen, er sollte ein Spiel programmieren mit dem Namen Sonar. Und das wurde nicht weitergeführt, beziehungsweise Atari hat es eingestellt. Und das wurde beschrieben als eine Spielzeugversion von Battleship. Ja, und dann ist dann alles Mögliche passiert, als diese Problematiken waren und dieses Spiel ist einfach untergegangen. Es war weg. Er hatte auch keine Sicherheitskopien mehr. Ja, und dann plötzlich passierte etwas. Nämlich ein Prototyp wurde wiedergefunden. Und zwar in der Kollektion von Jim Snyder. Ja, und da gibt es ganz viele Geschichten. Da wurde was in der Garage wiedergefunden mit Floppys. Und das sollte eigentlich alles weggeschmissen werden. Es wurde einem Museum angeboten. Die haben gesagt, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Und ja, das ist dann trotzdem gecheckt worden. Und diese Version ist tatsächlich da mit drin. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man Sachen, die wirklich 40 Jahre in einer Garage geschlummert hat, rausholt. Und dann feiert, dass das immer noch da ist. Und jemand erinnert sich dran, dass er das mal gemacht hat. Finde ich eine tolle Geschichte. Absolut. Ja, was auch immer toll ist, ist, wenn es halt für Geräte, die jetzt vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, Spiele gibt. Wir hatten vorhin ja schon Spektrum. Jetzt kommen wir zu einem CPC. Da gibt es einen Klassiker für, Selma. Das ist ein Klassiker, glaube ich, den ich ausgelassen habe. Ich kenne Renegade nicht. Oder heißt es auch das Original, Renegade Reloaded? Das gab es, ne, also ohne Reloaded logischerweise. Es gab es auf uns Westig. Das habe ich in meiner Jugend sehr viel gespielt, tatsächlich. Das ist ein gutes Kampfspiel gewesen. Ah, okay. Das gibt es jetzt jedenfalls für den Amstrad CPC. Und, mit Ausrufezeichen, es hat jetzt Scrolling. Das scheint was Besonderes auf dem CPC zu sein. Ja, der hat wahrscheinlich so ähnliche Probleme wie die MSX1-Geräte, wo wir vorhin geredet haben. Wobei der CPC manchmal ordentliche Spiele hatte. Die waren zwertig ebenbürtig bis auf den Sound. Aber die haben da auch nicht alles hinbekommen, zumindest nicht durchgängig. Also wie gesagt, gibt es nochmal wieder eine Chance, den Titel nachzuspielen. Fand ich ganz spannend, weil ich habe eher den Nachfolger damals gespielt für gerade einen Target, Renegade. Aber Renegade war der erste Teil aus der Serie. Ja, wir haben noch einiges über Discord bekommen. Da kann man uns ja auch zuschicken, wenn man spannende News findet. Und da hat uns der Goldie was geschickt, Robin. Und es geht schon wieder um Doom. Ja, ja, ja. Also, um es kurz zu machen, Doom auf dem C64 ist eine tolle Meldung. Aber es ist eine Cartridge mit einem eingebauten Raspberry Pi 3. Und dann kann man es spielen mit Maussteuerung. Aber ganz ehrlich, das hat ja noch nichts mit dem C64 zu tun. Der ist ja im schlimmsten Fall nur noch ausführendes Organ. Die Grafik und Sound werden allerdings weiterhin auf dem C64 gerendert. Die Farben werden neu gemischt und sind reduziert. Die Auflösung 200x160 Pixel. Ja, der Sound wird vom SID-Chip programmiert, angesteuert. Ja, und mit Red Cartridge ist das wieder. Also, es ist natürlich kein C64er im klassischen Sinne. Aber Doom läuft, ist doch schick. Es läuft. Selma, hast du kleine Finger? Hm, nee, eher so durchschnittlich. Und ich mag auch diese Art von Joystick, die der, wie heißt er? Äh, Retro-Pocket-Flip hat. Was wieder so eine Android-11-Handheld-Konsole ist, die wie die Nintendo DSi oder so aussieht. Also, die hat diese, die Vita auch irgendwie hat diese Joysticks, die man so hin und her schiebt, die man nicht richtig kippt. Also, damit, als Analoge, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber es sieht ganz interessant aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, es gibt so viele von diesen Android-Handheld-Konsolen. Ich hab nicht verstanden, was an dieser jetzt besonders ist. Ähm, wir müssten nur mal die letzten Monate die News durchgucken. Ich glaub, wir haben auch schon über Dutzende von diesen Dingern gesprochen inzwischen. Und ich geb dir recht, ähm, außer das Club-Display, das ist ja nett. Aber das haben auch, hat ja auch jeder, äh, jeder China-Gameboy, sag ich grade. Dann, hatten wir schon gesagt, wir hatten das Interview mit dem Herrn Cuperman. Und, ähm, Selma hat's ja schon angestoßen. Atari hat, äh, oder möchte jetzt die Nightlife-Studios kaufen. Das hat uns der Oliver, der V3.to, geschickt. Und, ähm, die wollen für 10 Millionen Dollar, ja, dieses auf Remake spezielle Studio übernehmen. Und ich war mir erst mal gar nicht ganz sicher, ob das was Positives ist, weil ich so ein bisschen Bedenken hatte, dass sie dann ja nur noch Atari-Sachen machen eventuell und ähnliches. Aber ich hab noch ein Interview oder ein kurzes Gespräch, ähm, nicht Gespräch, eine kurze Info von Herrn Cuperman gelesen. Und er ist begeistert. Gut, er wird viel von dem Geld bekommen. Er ist einer der Betreiber der Studios. Aber es wurde gesagt, dass Atari auch die anderen Retro-Sachen weiter verfolgen möchte, dass die weiter umgesetzt werden können. Und es geht nicht nur um Atari-Sachen. Aber Atari möchte, ja, sehr gerne auch, dass ihre Sachen vernünftig umgesetzt werden. Bisschen Angst hab ich, denn, ähm, wir hatten ja auch das Thema Atari, neue VCS-Konsole und sowas regelmäßig. Das war ja keine so schöne Geschichte. Nein. Und man liest auch schon wieder, dass man die Schulden mit Anleihen decken wird und Atari-Aktien umwandelt. Und, äh, das klingt alles schon wieder so ein bisschen, oh Gott, hoffentlich hält das. Aber grundsätzlich wollen die wohl wirklich den gesamten Retro-Markt damit wieder, ähm, ja, aktivieren oder weiter aktivieren, damit diese alten Sachen weiter rauskommen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich hatte ja in dem Interview auch darauf nochmal, äh, hingewiesen, was dann mit so einem Spiel wie No One Lives, nicht No One Lives Forever, ähm, No One Lives Forever. Heißt das? Nee, Quatsch. Ähm, ja, ja, ja. Doch, das war das mit der Agente, ne? Genau. Was es ja bis heute aus rechtlichen Gründen nicht mehr gibt, da kämpfen die ja gerade drum. Und wenn da natürlich jetzt nochmal ein Großkonzern hinter steckt, vielleicht haben die dann ja eine Chance rauszufinden, wer da jetzt wirklich recht dran hat und vielleicht kommt das Spiel dann auch nochmal irgendwann raus. Also, von den Machern des, des, des Nighthawk-Studios ist es eine positive Nachricht, haben sie gesagt. Ich selbst hab das noch nicht so ganz, äh, einordnen können. Ich weiß nicht, wie ihr sowas seht. Ich hab immer so ein bisschen Angst, dass damit auch ein Studio am Ende ins Verderben geschickt werden kann. Weiß ich nicht. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Braut aufgeschickt wird. Wenn ihr wisst, was ich meine, dass sozusagen vor dem, um einen Tod einer Firma oder einen Unterwertverkaufen einer Firma zu verhindern, kauft man auch schnell im Stolpern alles das, was man mitnehmen kann, damit die Firma dann nicht mehr 200 Millionen, sondern 350 oder 500 Millionen wert ist. Damit man, damit man sagen kann, wir haben folgende Firmen im Petto, wir haben folgende Lizenzen, die sie benutzen könnten. Und dann eine große Firma wie Microsoft oder keine Ahnung, wer sagt, ah, na gut, dann nehmen wir dich auch noch mit. Hier hast du nochmal 400 Millionen für deine Firma, obwohl sie vielleicht eigentlich nur 200 Millionen wert ist, weil sie vorher noch ein bisschen akquiriert hat. Wir überhalten das mal im Blick. Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich gut ist. Natürlich, der Name klingt dann wieder gut. Vielleicht können sie damit einfacher an Sachen rankommen, wie ich ja vermutet habe. Aber Atari kann sich irgendwann auch übernehmen, denn das ist ja auch nicht das Atari, was wir immer als Atari im Kopf haben. Nein, 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 nein. Das ist Infogramm, das ist Infogramm, ne? Ja, und es wurde ja auch wieder, wie gesagt, die Atari-Geschichte ist zu kompliziert, um sie hier jetzt nochmal aufzudröseln. Aber wir schauen mal, was da passiert. Was haben wir noch? Vom Arne kam ein Hinweis, Robin, für Fans von Flashback gibt es was Schönes. Ja, es gibt ein neues Altspiel, nenne ich das immer gerne. Lunark ist rausgekommen, ein Pixel-Art-Sci-Fi-Abenteuer. Und das Spiel sieht sehr pixelig aus, ist ein besonderer Stil, aber es ist eigentlich ein Flashback in Retro-Optik. Das heißt, alles das, was früher modern und unglaublich revolutionär war, haben sie reduziert auf eine Pixel-Grafik, die sehr schön gelungen ist, wenn man auf diese sehr pixeligen Spiele steht. Ja, ob man es richtig mag oder ob man das lange spielen möchte, weiß ich nicht, aber auf den ersten Blick und wenn es auf Pixel-Art steht, ist das mit Sicherheit ein optischer Leckerbissen. Ja, Selma, wir hatten vorhin schon den Fall, dass es ja wichtig ist, Sachen zu erhalten. Und manchmal passiert sowas zufällig. Das hat uns der Amiga-Master geschickt. Ja, jemand hat bei Adidas das Spiel, bei Adidas, bei Ebay das Spiel Adidas Championship Football von Ocean gekauft und hatte die Hoffnung, dass es die Amiga-Version ist, weil das wohl nicht so ersichtlich war und hat dann Glück gehabt und dabei herausgefunden, dass es irgendeinen Kopierschutz gibt, sodass es nur auf 68.000er-Prozessoren gelaufen wäre. Jetzt hat man natürlich die Hoffnung, dass es durch die Entfernung des Kopieschutzes durch FTR auf allen Amigaren läuft. Aber scheinbar steht das noch nicht fest. Mal gucken. Aber auch wieder was gefunden, was eigentlich als verschollen galt. Ja, wir hatten eben schon das Thema Handhelds und Miniaturgeräte. Und der Christian schickte uns wieder einen Hinweis auf eine Kickstarter-Kampagne. Die Pocketstar-Miniatures gibt es jetzt. Die Tiny Gaming-Konsoles. Ich finde all diese Namensschöpfung schon wunderbar. Und es läuft auch Doom drauf, schreibt er. Wunderbar, das dritte Mal heute, dass wir schon wieder Doom dabei haben. Die sehen ganz nett aus, aber sehen so ein bisschen aus, als wenn sie aus Knetmasse wären. Es gibt da so fünf Varianten. Die sind sehr klein, muss man dazu sagen. Da steht eine Lego-Fugur neben. Die ist größer als die Konsole. Witzig finde ich die Idee, in einem Fernseher zu spielen. Und da sollen sogar dann Videos drin abgespielt werden können in schlechter Qualität. Das klingt wie ein April-Scherz, aber es ist ein Kickstarter. Lustige Idee. Aber wie gesagt, es gibt viele von diesen Dingen inzwischen. Und preislich liegen die auch nicht gerade im unteren Bereich. Ein Gerät kostet 50 Dollar. Und man kann dann Pakete mit bis zu fünf Stück sich da besorgen und sich dann aussuchen, welche man haben will. Inhaltlich sollen die alle gleich sein. Das heißt, sie schreiben hier cross-kompatibel. Das heißt, die Immunatoren und die Hardware ist immer gleich, egal ob man das im Fernseher, in der Gameboy-Variante, in der Handheld-Variante oder in der Arcade-Variante spielt. Es ist kompatibel. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die hübsch finde, ehrlich gesagt. Die sehen so ein bisschen aus wie selbst gebaut, oder? Jetzt muss ich erst mal gucken. Mach mal. Sieht aus wie Knetmasse. Weiß ich nicht. Ja, stimmt. Das liegt vielleicht irgendwie am Druck. Vielleicht werden ja die Richtigen ein bisschen besser. Oder das ist Absicht. Aber wie gesagt, die Idee ist ja witzig, den gleichen Inhalt in verschiedene Formen zu pressen. Das finde ich wiederum ganz gut als Idee, weil dann kann sich jeder die Version holen, die er optisch am schönsten findet. Aber die Dinger sind wirklich extrem klein. Das muss man schon sagen. Och, 42.000 Euro von 4.600 Euro erreicht. Ja, ja, das Ding ist durch. Das ist finanziert, ja. Ich finde es auch ganz nett, aber ich brauche es trotzdem nicht, weil ich, Selma sagt es vorhin schon so, diese Masse an Emulationsgeräten oder Ähnlichem ist schier unüberschaubar. Ja, der Dark Metatron schickt uns noch eine News. Selma, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Schon wieder eine Geschichte, die aus dem Zewerksich keinen Zewerksich macht, beziehungsweise ihn doch anders tunet. Genau, und wie so oft, meist mit einem Raspberry Pi 3, oder einem Zero 2 und ich habe es nicht ganz verstanden, aber es macht wohl mehr wie nur eine RAM-Erweiterung. Es kann auch ein MOS 6510 8.500, was auch immer das ist, emulieren oder kann als Co-Prozessor fungieren und kann auch diese üblichen Turbo-Karten und sowas emulieren. Also, ja, eine Rundum-Karte. Das Besondere, ich weiß nicht, ob das das Besondere ist, für mich wäre es das, dass es halt Open Source ist, also hier liegen die Gerber-Files und die Build-of-Materials liegt vor. Also, hätte man sich theoretisch alles selbst zusammenbasteln können. Ja, dann habe ich was, was ich inhaltlich noch nicht ganz verstehe, aber ich versuche es zu verstehen. Der Hinweis kam von Goldie. Man kann ein Gameboy-Boot-ROM aus einem DAI-Foto, also aus einem Foto des Chips, wiederherstellen. Und wir verlinken das, weil das ist sehr technisch, aber die Grundidee ist interessant. Da geht es um das Boot-ROM. Das ist der Bereich, wenn das Logo kommt, bis zu diesem Pling-Geräusch. Und da hat ein Hacker jetzt gezeigt, wie man das wiederherstellen kann aus einem Foto. Und er hat gesagt, dazu musste man den Chips zunächst in Petersäure entkappen, dann mit Ultraschall in Aceton reinigen, dann das Foto mit einem metallurgischen Mikroskop erstellen, was auch immer das ist. und dann kann man von diesen Fotos die Bitfolge wieder dekodieren und disassemblen. Also das ist ja komplett absurd. Warum er es macht, habe ich verstanden, weil ein Foto haltbarer ist als der Chip im Endeffekt oder die Daten. Aber ja, das ist wirklich Hacking in einer anderen Liga oder Dimension, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste den Text dreimal lesen, bis ich überhaupt verstanden habe, was der da macht. Ich glaube, es ging hier nur mit dem Game Boy als einfaches Beispiel. Ich glaube, es ging eher um Sicherheit oder so. Das heißt, wenn jemand einen Chip von irgendwas hat, dann könnte das relativ schnell ein Sicherheitsproblem darstellen. So habe ich es verstanden. Wobei die aber auch sagen, dass mit dem Foto geht nur, wenn das nicht zu komplex ist, das Ganze. Das steht ja auch drin. Trotzdem, wie gesagt, interessante Variante auf jeden Fall. Ja, Robin, sagt dir der Herr Gordon Moore etwas? Ja, hat er vorher schon und Ruhe in Frieden, lieber Gordon Moore. Er ist gestorben. Jetzt aber nicht in einem Alter, wo man sagt, oh Gott, wie konnte das nur passieren? Herr Moore ist 94 Jahre alt geworden und wer ist Gordon Moore? Ist das der mit den moorschen Gesetzen? Da klingelt was bei mir. Die moorschen Gesetze, genau. Was sind die moorischen Gesetze? 1965 hat ein damals aufstrebender, junger Ingenieur, hat ein Bachelor in Chemie an der Universität von Berkeley, gesagt, ein Artikel, in dem er die moorischen Gesetze genannten Zusammenhang für die vorgehenden Jahre feststellte. Er beschrieb anhand der vorliegenden Daten dieser Jahre, also Mitte der 60er Jahre, einen Zusammenhang zwischen der Zeit und der Anzahl der elektronischen Bauteile in einer integrierten Schaltung, IC, eine jeweilige Verdopplung in einem Jahr und stellte die Frage, was wäre, wenn es die nächsten zehn Jahre so weiter ginge? So, und was ist moorsche Gesetz? Eine Verdopplung der Prozessorleistung alle 18 Monate. Die gilt tatsächlich immer noch. Das heißt, er hat im Prinzip in den Mitte der 60er Jahre, ihr könnt euch vorstellen, keine PCs im klassischen Sinne, nur Großcomputer. In den meisten Fällen nur mit Lochkarten. Es gab keine Monitore oder wenn, war das ganz selten, dass es das überhaupt gab. Hat er gesagt, dass alle 18 Monate die Prozessorleistung verdoppelt wird. Im selben Artikel nahm Moore auch andere Entwicklungen der Chipindustrie vorweg, die von den damaligen Fachfeldern als Science Fiction abgetan wurden. Zum Beispiel überlegte Moore, dass zwar die zunehmende Anzahl von Transistoren mittelfristig zu Problemen bei der Hitzeentwicklung führen würden, die stärkere Integrationsdichte der aktuellen Halbleiter durch Schichttechnik auf einem Chip, aber auch für die Leitungswege und somit für den Werbeverlust verringern würde, was zu einem Ausgleich führen kann. Also dadurch, dass die Leiterbahnen kleiner werden und dadurch auch der Strom geringer ist, würde auch das nachher sich ausgleichen. Ja, und ja, der Typ ist klug, keine Frage. Warum reden wir eigentlich über gerade wen? Der hat nämlich Intel gegründet. Im Jahr 1968 zusammen mit Andy Grove und Robert Neuss, nicht wie die, also wie der Psylon, hat der Intel gegründet und die beiden anderen sind auch schon tot, also sozusagen von den Original-Intel-Gründern niemand mehr da. Und falls ihr mal ein schönes Konto sehen möchtet, Herr Moore hat verhinterlässt 9,5 Milliarden US-Dollar. Na gut, er ist natürlich auch der Chef von Intel gewesen in einer Zeit, wo man wahrscheinlich irrsinnig viel Geld mitverdienen konnte. Aber mit 94 in Hawaii zu sterben, ich weiß nicht, das können ein gutes Ziel im Leben sein. Achso, sein Reichtum besteht natürlich darauf, dass er 2,8 Prozent des Grundkapitals von Intel besitzt. Ja, und sehr weitsichtig war demnach. Ja, 65, Patrick, stell dir das mal vor. Die hat man damals dann auch nicht ernst genommen. Natürlich nicht, aber in der Zeit waren auch alles Hippies, glaube ich, gefühlt irgendwann. Wahrscheinlich. Wir machen noch mal eine kurze Pause und hören in eine Musik von Kumiko rein. I'm in the not a club und dann gucken wir mal zu unseren Retro-Talks. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fange ich an mit dem Visity Unboxing Teil 5. Ich bin wieder Christian, ich bin der DOS-Sammler von allen möglichen DOS-Spielen in Big Boxen. Visity Teil 5, Hurt of the Mailstorm. Da habe ich jetzt die IBM Version, es steht explizit drauf, es ist ein Standalone-Szenario und man braucht keine früheren Wizardies mehr. Na gut, das hatten wir bei Tab 4 auch schon, aber die Box sieht besser aus. Die ist immer noch gleich groß, ich schläge mal das Lineal an, die ist immer noch 15 cm breit und 23 cm hoch, aber schon einiges breiter. Das geht schon auf die 3 cm zu. Das Cover sieht auch anders aus, es ist jetzt farbiger, Wizardry ist jetzt hochkant links gestellt und der Titel rechts drauf. Leider auch nicht mehr dieses schöne Glitzer-Cover, es ist ein normales, gutes, schönes Pub-Cover. Das Schöne ist aber auf der Rückseite, wir haben farbige Screenshots. Man hat es auch erahnen können, weil am Label, dass es ein PC ist, da wird CK, EGA und VGA angezeigt. Also wir erwarten Farbe. Ich lese die Rückseite auch mal wieder vor. Das Cover sind 3 Screenshots und verlieren sie sich in einer neuen Generation auf Wizardry. Das Erbe geht weiter. Trotz der größten Magie der alten hohen Wesen wird das Land Lürgermün erneut von großen Überschwemmungen, Erdbeben und Hungersnöten heimgesucht. Die große Kugel von Lübkebeth, ein Artefakt von bemerkenswerter Macht, das die Stadt seit Generationen beschützt, ist machtlos, die Geisel aufzuhalten. Aber jetzt haben die Weisen entdeckt, dass der verborgene Grund tiefer und erschreckender ist als die schlimmsten dieser Katastrophen. Um die Welt, wie wir sie kennen, zu retten, müssen sie und ihre unerschrockene Gruppe Hals über Kopf in die, natürlich, Titel, Heart of the Maelstrom, also Herz des Maelstroms. Es ist eine vollständige Überarbeitung des Visity Gaming Systems mit mehr Storys und Spieltiefe als je zuvor. Sie können ihre eigene Gruppe von Abenteuern zusammenstellen und Charaktere aus anderen Visity Zennahen verwenden. In dieser neuen Welt von Visity finden sie neue Labyrinthe, mehr als doppelt so groß wie frühere Zennahe, mit größeren Monsterbildern, magischen Teilchen, vergrabenen Schätzen, verschlossenen Türen und viel mehr. Es gibt auch neue Fähigkeiten, Dieb- und Ninja-Charaktere, die sich verstecken und dann ahnungslose Monster überfallen können. Zaubergundige können Monster bespüren, kämpfe für deine Party. Und neue Zauber, es gibt über 40 brandneue Zaubersprüche, also insgesamt 60. Ein einzigartiges und völlig neues Zaubersystem und auch ein neues Kampfsystem. Diabolische Monster mit tödlichen Fähigkeiten als je zuvor, ein Arsenal an Feuerwaffen und neue Kampfsituationen werden ihre strategischen Fähigkeiten und ihre Stärke auf die Probe stellen. Und natürlich auch neue Monsterbegegnungen. Unterhalte dich, kaufe Fährka, vertausche Stähle oder Kämpfe in einem Dungeon voller echter Charaktere. Für die aufregendste Erfahrung, die es im Fantasy-Rollenspiel gibt, betreten sie Hurt of Maelstrom. Na gut, es ist immer noch keine Bigbox, sondern ein bisschen kleinere Box, aber da wird schon viel versprochen und wie gesagt, die Bilder sehen schon viel schöner aus. Dann schauen wir mal rein. Die Disketten sehen noch ähnlich aus. Es ist ein wunderbarer Aufkleber, die leuchten noch anders als ein rot-silbernd. Es steht Sirtisch auf der Hülle drauf und es geht ab und c. Ich habe auch deine Warn-T-Card. Oh, sie rufen Welcome Back. Willkommen zurück, eine extra Begrüßung für Leute, die schon die anderen Wizardee-Spiele gespielt haben. Es hat sich eine Menge geändert seit dem letzten Wizardee. Und dann erklären sie halt, was man alles machen kann. Da gibt es noch Tools dazu. Die neuen Waffen, also das sind explizite Hinweise, was dran ist. Dann gehen wir doch mal aufs Handbuch. Es gibt hier ein, die Mythen und Musen aus dem Maelstrom, ein extra Heft. Da wird Hintergrund erzählt mit wunderschönen Tusche-Zeichnungen. Schwarz-Weiß-Zeichen, aber schon sehr Sachen, die einfach nur den Hintergrund erzählen. Ruby Warlock ist auch erwähnt. Geisternest. Auf zwölf Seiten, die Monster, werden vorgestellt. Das Buch ist mal richtig dick. Das hat das gleiche Titelbild wie die Box selber. Wird aber jetzt von D.V. Wadley und Andrew Greenberg vorgestellt. Die ganzen Qualitäten, das haben wir ja im Podcast schon gehört, sind auch wieder anders. Und das Spiel ist von 1988, das habe ich vergessen zu erwähnen, das Handbuch ist von 1988. Das Handbuch hat 90 Seiten, das ist schon ordentlich. Es wird ja gerne Geschichte erzählt. Journey to the Land of Wizardry. Ein bisschen was erklärt, aber auch sehr viel. Eine Karte von Kase selber. Da sind noch ein bisschen Comic-Zeichnungen dabei. Wie man eine Gruppe aufbaut. Also sehr viel zu lesen. Und hinten dran habe ich schon gesehen. Dann kommt noch eine große Liste von Magie-Spiele, Zaubersprüchen und Priestersprüchen. Genau. Dann gibt es hier auch wieder diese schwarz auf braun, Hörd-of-the-Majester-Magic-Wordlist. Das hat er selber erwähnt. Da sind nämlich die Spells durch Wörter kodiert. Das ist effektiv eine Code-Abfrage wieder. Das sind wieder zwölf Seiten. Ja, so ungefähr. Nicht kopierbar für damalige Zeiten. Sehr schön. Auch ein gelbes Zettel. Morning. Do not insert this Kette oder remove this Kette während des Spiels. Und man hat mehrere Disketten zum Spielen, wird angefragt. Es gibt zwei Pappblätter noch. Einmal die Mage-Spell-Quick-Reference-Card. Da drückst du die Priest-Spell-Quick-Reference-Card. Und wieder der gleiche Zettel wie schon immer von 87 vom Special-Effects-Department, dass das Spiel auch im PC läuft und was die besonderen Kartensmöglichkeiten sind. Das war es schon. Also ein Handbuch, ein Willkommenszettel, eine Anleitung zu den Charakteren, viele kleine Zettel. Diesmal keine Preisliste, schade. Aber drei Disketten. Und schon kommen wir zur nächsten. Nämlich zur User T6. Da habe ich den Vorteil, dass ich endlich mal eine deutsche Box habe und nicht mehr spontan besetzen muss. Die Box ist vom Format immer noch so groß, aber jetzt schon dreieinhalb Zentimeter dick. Jetzt tun wir uns langsam an der richtigen Big Box andrehen. Da haben wir das erste Mal ein richtig schönes Cover und Leder dargestellt. Wird ein Bane of the Cosmic Forge draufsteht. Mit einer Glaskugel, einem Messer, einer Feder, einem Schwert. Also sehr schön. Wieder verziertig. Bei mir auf der Deutschen. Also komplett in Deutsch. Und für so Variantensammler wie mich, ganz furchtbar, die Box gibt es mit dreieinhalb und mit fünfeinviertel Zoll Disketten. Einmal mit HD und einmal mit Low Dinted Disketten. Also man kann sich schon rein von der Deutschen und Englisch ein paar mehr Varianten gönnen. Auf der Rückseite, jetzt steht wieder darauf, ein neues Wizardy und eine neue Art der Computer Fantasy Rollenspiel. Vor zehn Jahren setzte Wizardy im Bereich des Fantasy Rollenspiels neue Maßstäbe. Jetzt, nach zahlreichen Auszeichnungen und über zwei Millionen verkauften Exemplaren, verbesserte sechste Produkte, müsse die Reihe Bane of the Cosmic Forge, diesen selbst definierten Standard. Ein Fantasy Rollenspiel, wie sie es schon immer gewünscht haben. Wir treten mit ihrer sechskoffischen Abenteuergruppe das alte Schloss, um die kosmische Feder zu finden, ein magisches Werkzeug, das sogar den Lauf der Dinge zu verändern vermag. Während ihrer Suche werden sie zahlreiche Schätze, Ausrüstungsgegenstände und verborgene magische Objekte finden. Den teilweise etwas seltsamen bewohnen, so manches Geheimnis entlocken, zahlreiche Fallen und Hindernisse überwinden und eine knifflige Rätsel lösen. Nehmen Sie das an, das Abenteuer ist so real wie der Spielspaß. Man sieht zwei kleine Screenshots, die aber schon farbgewaltig sind und erkennt, dass da mehr wie 16 Farben benutzt wird. Und darunter wird natürlich auch noch aufgemalt, was denn alles das Ding kann. Farbiger, Medigrafik, digitalisierter Sound. Die Festplatte wird unterstützt, das sind 11 Rassen und 14 Berufe. 24 Fertigkeiten, 6 verschiedene Zauberbücher mit 462 Kombinationen. Natürlich auch die Spiegelcharaktere, 400 authentische Gegenstände. Und hier sind die Screenshots auf der Box, auch mal von dem DOS-Format, weil das natürlich ein DOS-Spiel ist. Die Box ist von, der Copyright ist von 1990 und die Box ist von 1991, also die deutsche Version kann ein bisschen Spiele. Jetzt geht es nämlich los, hier sind ein paar mehr Disketten drin. Ich habe jetzt hier die fünfundviertel Version, die deutsche. Das ist auch ein sehr schönes Logo, aber schwarze Diskettenaufkleber mit den Sirtisch. Das sind fünf. Und dann das dicke Handbuch. Das Handbuch ist nochmal dicker geworden. Das hat jetzt 130 Seiten. Wieder viele Zaubersprüche drin. Oh, sogar die Amiga-Referenzkarte habe ich hier noch drin für die Pestplatten. Und Konfig-Sys geht es langsam schon los, wie man das konfiguriert. Für Tendee 1000 gibt es noch extra Tipps. Viele, viele Danksagungen. Es gibt Dinge, die ihr wissen sollt. Und ein riesen, riesen Angebot, ein Hintergrund steht, wie man die Party baut. Hier merkt man, dass Visa die neue Käufer bekommt, neue Leute, die sich interessieren. Wir sind auch in einer anderen Zeit, 1991. Und da fängt man an, nochmal von vorne die Leute zu für visit, sie zu begeistern. Es ist auch grafisch in der Neuzeit angekommen. Es ist nicht mehr diese alte Apple-2-Grafik. Na gut, das war beim Teil 5 auch schon nicht. Aber man bekommt hier schon mehr geboten. Es ist ein komplett neues Spiel. Hinten drin auch die Charakterwilder sehr schön gemacht. Okay. Was haben wir noch drin? Ah, wir haben natürlich hier wieder unsere braun-schwarze Kopierschutz. Aber diesmal mit Symbolen. Und hier habe ich sogar noch eine Kopie, das sind nämlich Charakterbögen, wo man selber seine Werte und seine Zauber eintragen kann. Ich weiß nicht, ob das im Modena doch. Das müsste im Modena-Spiel auch gewesen sein. Sehr schön. Dann gucken wir mal schnell noch in die englische Version, die ich natürlich auch habe. Also ein, zwei Varianten habe ich dann doch. Ob da was anderes drin ist? Das D-Box ist Copyright von 1990. Steht auch für IBM Tandy. E.K.A., M.C.A. Herkul. Oh, Herkul ist auch sehr schön, wenn ich mein Spiel spiele. Das Herkul ist unterstützt. Das sind dann dreieinhalb Zollesketten. Auch drei Stück. Hier habe ich noch eine Warn-D-Card. Disk-Exchange gewonnen. Auch, ah, jetzt hier noch einmal. Hier sind die Charakterbögen aber auf A5. Und auf der Rückseite ist das Karopapier, was wir schon vermisst haben. Ich habe noch ein kleines Heft, Wizardy Bane of the Cosmic Forge Magic Word Eigenlist. Da ist es ein Heft, also im Deutschen war es ein A5 Papier. Hier ist es so ein kleines A6 oder A7 Heft, wo wieder schwarz auf braun die Magie-Sprüche mit so einem Symbol verbunden sind. Ein Hinweis auf das Wizardy Bane of the Cosmic Forge Hint Book. Also man kann das Hint Book kaufen. Das Hint Book soll 12,95 Dollar kosten. Dann gibt es noch Quick Hints und jeweils ein Poster für 5 oder für 6,50 Euro. Liste von Disketten-Varianten. Hier steht es auch nochmal 5,25 Low-Density und High-Density. Und die 3,5 Low-Density und 3,5 Zoll High-Density. Na super. Das ist auch die Möglichkeit, dass man die dementsprechend austauscht, je nachdem man ein altes oder neues Disketten-Format hat. Denn die 1000-Owner werden immer noch angesprochen. Das wird ja schon, die sind damals schon sieben Jahre alt. Sehr schön. In der Box ist alles drin. Aber in der Deutschen war dann dieser Charakterbogen und die Karom-Karte nicht. Und der Kopierschutz war da anders. Ich habe natürlich auch noch die anderen zwei Versionen, aber da wird wahrscheinlich das Gleiche drin sein. Sehr schön. Mit Wizardy Crusaders of the Dark Seren möchte ich eigentlich dieses Unboxing beenden als letzten Teil. Denn wir gehen jetzt langsam in die Big-Box-Area, wo dann auch später noch CDs sind. Aber hier, das sind die letzten, ein bisschen kleiner-formatischen Boxen. Die sind jetzt aber schon 3,5 cm dick, beziehungsweise die dicke deutsche Box ist eine richtige Big-Box im Euro-Format. Auf dem Titel sieht man eine mystische Bronze-Tafel mit Zeichen drauf, aber Teil meines Schatzes, der in einem YouTube-Beutel ist. Sehr schön. Ein Foto als Titel. Ich habe jetzt hier die englische Version. Da steht noch Copyright 1991 drauf. Die deutsche wird dann schon ein bisschen mehr sein. Ich vernehme aber jetzt die deutsche, um dann nochmal die Inhalte zu sagen. Da gibt es drei verschiedene Packungsvarianten. Die deutsche, äh, die englische Version von 1991 ist noch eine Stülpschachtel. Ich habe eine US-Version von 1992. Genau, das Titelbild ist genau gleich. Nur, dass es so eine Hülle ist, um eine weiße Inbox. Und die deutsche ist eine Stülpschachtel im großen Euro-Format. Hinten drauf sieht man drei Screenshots, jetzt in der vollen 256 Farbenfracht. Published bei Softgold in der deutschen. In der englischen gibt es nur Surtech als Logo drauf. Und auf der US-Box ist dann vermarktet bei US-Gold. Willkommen in Lost Guardia. Ein neues, aufregendes Abenteuer erwartet Sie. Erforschen Sie mit Ihren Gefährten den lange verlorenen Planet Lost Guardia. Doch Vorsicht, Sie sind nicht allein. Andere fremdartige Wesen verfolgen die gleichen Ziele wie Sie. Wenn auch mit teilweise wesentlich unfreundlicheren Mitteln. Überwinden Sie die Gefahren dieser Welt und finden Sie ein lange vergessenes Geheimnis. Das Geheimnis des Universums. In den abendberaubenden Weiden des Landes und in den geheimnisvollen Tiefen der Äonen alten Dungeons warten Aufgaben und Abenteuer auf Sie, die Sie sich in Ihren künstlichen Träumen nicht vorgestellt haben. Doch nicht alle Wesen sind automatisch Gegner. Seien Sie freundlich zu den Mitbewohnern dieses einzigartigen kleinen Planeten, glitzernden Strom des Universums. Und man würde Ihnen helfen, Ihr unglaubliches Abenteuer heil zu überstehen. Und denken Sie immer daran, was immer Sie auch getan haben, was immer Sie tun werden. Alles hat einen Einfluss auf die Geschehnisse, auf Lost Guardia und letztlich auf Ihren Erfolg oder auf Ihr Versagen. Und die dunklen Menschen, Mächte, warten nur auf Ihren Misserfolg. Die Features sind hier richtig übersichtlich. Man fängt an, nicht mehr inhaltlich, sondern über die technischen Features zu reden. Nämlich 256 Farben VGA-Grafik, digitalisierte Soundeffekte, Auto-Mapping, komplexe Ober- und Unterwäldern, vier verschiedene Anfangsmöglichkeiten. Und Sie können die Charaktere von Bane of the Cosmetic Force importieren. Dann geht es wieder los. Dann schauen wir doch mal in die Box rein. Das erste Mal eine Karte. Eine Karte, die ist zwar noch aus Papier, aber die ist A3. A3, genau, auf der einen Seite bedruckt, mit der Welt Lost Guardia, mit einigen Orten, in der Mitte ein See, eine, sonst viele Monsters und einige Orte benannt. Sehr schön. Das braucht eigentlich jedes Rollenspiel, warum hat das Wizardier erst jetzt? Das Handbuch ist wieder ähnlich groß wie das letzte. Es hat, na, sagen wir mal 110 Seiten. Man kann hier gleich am Anfang sich das Handbuch besorgen. Das gibt es einmal als Dark Servant Playmasters Compendium für 20 Dollar. Das Postal kann man nachbestellen. Das Bane of the Cosmetic Force hat damals 60 Dollar gekostet. Und das Bane Playmasters Compendium kostet hier noch 12,95 Dollar. Der Diskettenwechsel kostet nach 10 Tagen 10 Dollar. Naja, da haben sie ein bisschen zugeschlagen. Und dann fängt das Corsatus of the Dark Servant eigentlich an. Ein Fantasy-Role-Playing-Simulation bei Poetley D.W. Poetley. Wieder natürlich die Playsector, die Credits werden immer länger. Es sind natürlich immer umfangreichere Sachen dabei. Es fängt an mit einer Introduction für New Players. Also auch hier werden wieder neue Rollenspielleute angesprochen. Es geht mit der Charaktergeneration los, mit vielen Kleinigkeiten, mit den Möglichkeiten der Charakter. Jetzt werden noch die Mitspielercharakter erklärt, was es alles gibt. Es gibt hier verschiedenste Rassen und Personen. Dann kommt das Abenteuerspiel an sich. Wie man das Spiel spielen kann. Wo die Optionen sind. Wie man das bedienen kann. Man kann sehr viel klein gehen. Und dann geht es noch ins Kampfsystem. Das Kampfsystem ist natürlich bei einem Rollenspiel, was ein bisschen umfangreicher ist, auch gut. Und ab Seite 68 kommen tatsächlich die ganzen Spells. Und es geht bis zur Seite 88. Also 20 Seiten Spells. Das ist wie in einem normalen Rollenspiel. Pen & Paper. Da kommen viele Rollen und am Hintergrund kommen noch viele Charaktere. Und sagen, wieder ein paar Seiten für Notizen. Und ein wieder aus dicker Pappe. Ein MS-DOS System Reference Card. Kann man ausklappen. Es sind vier, fünf Seiten. Wo dann nochmal das Spiel in der Kürze erklärt wird. Das ist in der englischen Version drin. Die US-Version hat wahrscheinlich das gleiche. Genau. Zwei Disketten. Dreieinhalb. Hier habe ich auch endlich mal wieder eine Clubkarte. Die Mordor Charge Karte. Die Landkarte. Das Handbuch. Die Referenz Card. Und hier noch ein Disket Change und eine Warranty Card drin. Und dann schauen wir als letztes noch die DOS Box an. Die ja die einzigste im Euro Format ist. Da steht da vorne drauf. Komplett in Deutsch. Aber direkt aufgedruckt. Und auf der Rückseite, wie gesagt, steht auch Published by Softgold drin. Die Disketten sind ein bisschen spuckloser aus. Zwei Disketten. Die Bestellkarte von Softgold dabei. Das Handbuch. Die Landkarte. Die Referenzkarte. Ich habe natürlich auch noch die Rechnung dabei. Wunderschön. Und bei Softgold kennt man auch. Da ist eine Preisliste dabei. Da kann man mal schauen, was solche Spiele damals gekostet haben. Ah, Softgold hat ja damals ziemlich viele Spiele vertrieben. Da ist zum Beispiel ein Monkey Island drin. Für 99 Mark. Ein Indiana Jones 4. Für 120 Mark. Eye of Beholder. 1, 2. Für 99. Beziehungsweise für 119. Das Wizardy 7. Da unten englisch. Ist für 119 Mark eingetragen. Und das teuerste. Ist X-Wing. Englisch. Aber mit komplett ausführlich deutschen Handbücher. Für 129 Mark. Das soll man aber sagen. Spiele sind teuer. Ja. Das ist also eigentlich. In allen Versionen ist das gleiche drin. Ich kann euch empfehlen. Sammelt keine Varianten. Es ist das gleiche drin. Zwei Disketten. Handbuch. Referenzkarte. Und Landkarte. Sie sehen halt ein bisschen anders aus. Von der Größe. Aber auch das Titelbild ist gleich. Das war Wizardy 7. Cousin of the Dark Servant. In verschiedenen Versionen. Und damit beende ich das Unboxen. Wenn das euch gefallen hat. schreibt es als E-Mail an info.atretrokompott. Ob ich mehr davon machen soll. Wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt es auch. Ich werde mich vielleicht daran halten. Und dann keine Lust mehr haben. Aber ich fand es interessant. Dass ihr am Retrokompott viel über die Spiele. Über die Firma erzählt wurde. Und als Sammler finde ich immer spannend. Was ordentlich Boxen ist. Wie die Boxen daherkommen. Was so drauf steht. Was so in den Handbüchern steht. Was mitgeliefert wurde. Weil das gibt es ja heute bei den neuen Sachen nicht mehr. Und wir konnten ja damals entweder über eine Spielezeitschrift. Über einen Spieletest erfahren. Wie das Spiel sein kann. Wie das sein wird. Aber wir konnten als Kaufentscheidende nur im Laden die Box haben. Auf der Rückseite schauen. Und sagen. Ist es was oder ist es nicht. Und diese Erfahrung kann man als Sammler immer noch heute haben. Das war es. Viele Grüße. Euer Christian. Ja, Sammler. Jetzt wissen wir auch warum. Du hast ihn auf den. Ja, du hast es auf den Weg gebracht. Hast du ja gesagt. Auf die Idee ist er selbst gekommen. Aber ich habe ihn da gut zugesprochen, ja. Passt ja, wie gesagt, perfekt. Also wie gesagt, vielleicht kommen da ja jetzt regelmäßig Unboxing-Folgen zu irgendwelchen Themen, die wir haben. Mal gucken. Ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank an Christian. Und ja, den nächsten Talk kannst du eigentlich anmoderieren, Sammler. Interessante Idee. Gar nicht so schlechte Umsetzung. Alles andere passt leider nicht zusammen. Die Kurzform vom Lightspeed. Das ist schön. Retro Talk. Auf ein Wort. Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute räume ich zusammen mit Alexander in den Altlasten auf. Hallo Alexander. Hallo Selma, grüß dich. Was sagt man denn eigentlich, wenn man sich so im Weltall trifft? Gibt es da irgendwie so einen Spruch, den man so von Weltraumfahrer zu Weltraumfahrer sagt, wie bei Fischern zu Petri Heil? Hm, gute Frage. Immer Sauerstoff oder sowas. Na, eine Handvoll, eine Handbreit Wasser unterm Kee passt auch nicht, ne? Ne. Weiß ich auch nicht. Gute Frage. Wahrscheinlich müssen wir das erst etablieren, weil ich glaube, so viele Raumfahrer im Weltraum haben sich noch nicht getroffen. Das stimmt, das stimmt. Zumindest haben sie Russisch oder Englisch gesprochen, ne? Richtig. Oder Chinesisch. Oder Chinesisch. Ihr merkt es schon, wir sprechen über Hyperspeed, Schrägstrich Lightspeed. Und das mit dem Altlasten war halt so gemeint, dass wir dieses Abschlussgespräch schon hätten längst führen sollen, aber irgendwie nie dazu gekommen sind. Wir haben ja Besserung gelobt und ich finde, das haben wir in den letzten Tagen auch ziemlich gut durchgesetzt. Dieses ist sozusagen das letzte Abschlussgespräch, was aus dieser Altlast noch stammte. Und damit werden wir jetzt fertig. Hoffentlich. Also, wir machen es jetzt fertig. Wir machen es. Packen wir es an. Genau. Darum erstmal kurz die technischen Dinge vorweg. Also, ich habe das auf MS-DOS gespielt. Gibt es auch auf keinem anderen System. Das Genre von beiden ist, ja, Space-Simulation, hätte ich jetzt mehr gesagt. Es mixt sich ja. Es gibt ja so ein gewisses Genre wie Starflight und so weiter, was nicht so richtig Simulation ist. Auch nicht so ganz nur ein Rollenspiel. Es ist also so eine gewisse Mischung, bis sich das Genre so ein bisschen, ja, festgesetzt hat später. Aber wir werden noch einige andere aus diesem Genre kennenlernen. Ich habe da so einen kleinen Hang zu. Erschienen ist das Ganze, also der erste Teil, Lightspeed 1990 und der zweite Teil, Hyperspeed 1991. Und um das gleich vorweg zu nehmen, Lightspeed ist ähnlich wie bei Pirates, das Originalspiel. Und Hyperspeed ist sozusagen die Gold-Version. Microprose hat das ja geschickt eingefädelt manchmal. Das haben sie bei Railroad Tycoon gemacht. Das haben sie zum Beispiel auch bei F19 gemacht, wo es eine upgedatete Version gibt, die dann F117 Stealth Fighter sogar mit der 2.0 dahinter hängt. Also das könnte man bei Microprose sozusagen ein kleines Update, dann nochmal als extra Spiel verkaufen. Und normalerweise war so viel in dem Spiel drin, dass es zum Teil sogar gerechtfertigt war, diesen Aufpreis zu zahlen. Ich meine, Pirates Gold hat komplett neue Grafiken bekommen in SVGA. Ob man diese jetzt mag oder nicht, aber es steckt ein gewisser Aufwand da drin. Railroad Tycoon hat einen neuen Kontinent bekommen, den man besiedeln kann. Besiedeln kann? Den man, wie nennt man das denn? Erobern kann. Beschienen kann. Beschienen kann, sehr schön. Und Lightspeed hat noch zwei weitere, nennen wir es einfach mal Missionen bekommen und ein ausführlicheres Intro. Und im Großen und Ganzen war es das, was meiner Meinung nach aus einem schon nicht so gut angekommenen Spiel damals jetzt kein besseres Spiel gemacht hat. Aber das sehen wir später in den Presseausschnitten, weil ich habe einen Test von Lightspeed und Alexander einen von Hyperspeed oder umgekehrt. Wir sprechen auf jeden Fall über beide. So ist es. Entwickelt wurde das Ganze und vertrieben von Micropros. Und wie das bei Micropros üblich ist oder damals üblich war, sind unter dem Micropros-Label eigentlich alles nur Micropros-Produkte vertrieben worden. Da gab es dann ja noch andere Labels, unter denen dann Third-Party-Produkte vertrieben worden sind. Also ist das Ganze auch von Micropros-Designern entwickelt worden. Und der federführende Designer dabei war Andy Hollis, der mir zumindest immer von Gun Chip und vor allen Dingen von F-15 Stealth Fighter bekannt war. Später dann mit F-15 Stealth Fighter? Nein, F-15 Strike Fighter. Genau, F-19 Stealth Fighter oder F-15 Strike Eagle, nein. Richtig, danke. F-15 Strike Eagle. Wobei bei F-19 hatte er, glaube ich, jetzt keine Designrolle innegehabt. Ich glaube, da hat er nur programmiert. Also Andy Hollis ist einer der ersten Mitarbeiter von Micropros gewesen und hat da mit Sid Meier relativ viel programmiert. Und dann hat er auch mal versucht, Spiele zu designen. In den Simulationen war er ziemlich gut und ich muss zugeben, in diesem Spiel dann nicht mehr so gut. Von daher verstehe ich nicht, wie er es hingekriegt hat, dann nochmal ein Update davon zu machen. Vielleicht war er selber auch da gar nicht mehr dran beteiligt. Ja, genau. Und Alexander hatte noch berechtigterweise Sandy Peterson aufgeführt, der auch noch an dem Spiel beteiligt war. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze wurde mehr von Andy Hollis getrieben oder produziert, sagt man heute, glaube ich, mehr. Von daher, ja. Sandy Peters ist ein ziemlich bekannter Designer, der ziemlich viele bekannte Spiele gemacht hat. Quake, Doom, Halo, Age of Empires, ja, ganz, ganz viele. Und auch voll im Geschäft, wenn ich das sagen darf. Richtig. Ich habe geguckt, da sind noch Spiele von 2021 dabei. Richtig. Aber sein erstes Designspiel war Lightspeed. Na ja, sagen wir mal, jeder muss ja klein anfangen. Ja, Andy Hollis hat danach nicht mehr so richtig viele, ich sage mal, storylastige Spiele versucht zu machen. Was aber auch okay ist. Also, ja, das lag ihm, glaube ich, nicht. Und er hat es dann erkannt. Und ich finde, das ist dann auch eine Stärke, dass man dann sagt, okay, ich habe das erkannt. Das ist nicht meins. Ich bleibe bei 15 Strike Eagle. Und ja, danach hat er so richtig Spiele designt sowieso eh nicht mehr. Er hat sich nun mehr dann um die Produktion gekümmert. Von bei Jane oder dann hinterher bei Alpha Centauri. Ja, okay. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt relativ wenig. Es ist natürlich auch ein unbekanntes Spiel. Das heißt, dass jemand von den amerikanischen größeren Content Creators, sage ich mal, auch im Retro-Bereich mal irgendwie ein Interview gemacht hat zu Andy Hollis. Oder eine Zeitung aus der Zeit irgendwie mal ein Interview mit Andy Hollis gemacht hat zu dem Spiel. Das ist leider nicht passiert. Also gibt es da relativ wenig Hintergrundinformationen. Heute, ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte Andy Hollis vor einem Jahr oder so mal irgendwie geschaut, was der macht. Und ich glaube, er ist heute im Autorennen und ist Trainer für Nesca oder irgendwie sowas. Also er hat komplett die Branche gewechselt. Und ich glaube, er erfüllt sich jetzt so ein Traum, dass er aus einem Hobby einen Job gemacht hat, glaube ich. Ist das Spiel aus einer Serie? Nein, nicht wirklich. Also ja, es gibt halt diesen, in Anführungsstrichen, Nachfolger. Aber die beiden sind halt eine Serie und beide besprechen wir hier ja auch. Ähnliche Spieler aus der Periode und vielleicht aus diesem System. Da hast du geschrieben, dass Elite das große Vorbild war. Ich glaube, das war von dir, ne? Ja, das war von mir, weil das war auch das Erste, was mir dann bekannt vorkam. Das sind einzelne Elemente, die drin sind. Und ich glaube, Elite war hier wirklich eins der Spiele. Vor allem, weil ich gelesen hatte, dass Lightspeed schon bereits 1987 in der Entwicklung war. Ja, das heißt, wenn man sich überlegt, wann war Elite, weißt du das, Selma? 85, kann das sein? Ich gucke mal gerade. Ja, 84, 85. Ja. Das heißt, das ist noch nicht allzu lange her. Und das war natürlich ein bahnbrechendes Spiel damals. Eines der ersten Open-World-Spiele und Sandbox-Spiele, wenn wir das so sagen dürfen. Und ich denke, dass dort die Faszination gelegt wurde, für Andy diese Spiele dann am Ende auch zu programmieren. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, dass Elite halt relativ wenig Story hat. Man kann mit Aliens nicht so viel sprechen und so weiter. Und man kann auch sein Raumschiff nicht so stark mit Modulen verändern wie hier. Dafür hat man unterschiedliche Raumschiffe. Ah, nee, beim ersten Teil hat man das auch gar nicht, oder? Nee, hat man nicht. Nee, hat man nur einen. Genau, aber da kannst du dein Raumschiff aufrüsten. Ja, richtig, richtig. Das geht schon, ne? Ja. Und musst du auch. Am Anfang kannst du ja keinen Bergbau betreiben oder ähnliches, weil du nicht das richtige Equipment dabei hast. Mhm. Also, ich glaube, du hast recht, das ist schon eine Mischung. Wobei zu der Zeit ja auch mehrere Spiele rausgekommen sind. Es gab ja von Origin auch zum Beispiel dieses Space Rogue, dann das Star Control, was so ein bisschen zu der Zeit rausgekommen ist. Starflight war ein bisschen vorher. Also, das sind mehrere Spiele, die da, glaube ich, als Vorbild lagen. Aber definitiv, wenn man das Spiel auf den ersten Blick erstmal sieht, muss man wirklich auch an Elite denken, an die Polygonraumschiffe, die man da sieht. Dann beginnen wir mit der großartigen Story. Also, wie das nun mal so ist, ist die Erde zerstört und ist ein Wasteland. Das Handbuch sagt, es ist ein Wasteland, also ich denke mal, dass es Kriege gab oder so weiter. Und die Erde ist halt nicht wirklich zerstört, also explodiert oder weg, sondern sie ist halt, ja, unhabitabel, wie nennt man das? Das ist unbewohnbar geworden. Unbewohnbar, ja. Unbewohnbar geworden. Und darum haben die Menschen halt mit den letzten Ressourcen, die ihnen zur Verfügung standen, angefangen, Transport- oder Kolonieschiffe zu bauen. Und haben die Menschen dann in der Hypostasis da reingepackt und die liegen da jetzt so wie Sardinen da drin oder wie in so einem Bienenstock. Und diese Transportschiffe sind halt unterwegs zu einer Galaxie. Und diese Galaxie ist sozusagen der Missionsbereich. Und davon gibt es in dem Lightspeed 3 und in dem Hyperspeed 5. Und das sind die Missionen. Und jedes ist anders. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, als würde man das Ziel im Startmenü aussuchen für die Kolonieschiffe. Und damit diese Kolonieschiffe nicht dort ankommen und irgendwie in ein schwarzes Loch reinfliegen oder so, wird der Spieler mit der Trailblazer, ich habe es falsch geschrieben, deswegen muss ich nochmal ganz genau gucken, mit der Trailblazer, das ist nämlich das Aufklärungsschiff, wird er losgeschickt. Also als Scout sozusagen vorausgeschickt, um diese Galaxis, die man halt beim Start ausgewählt hat, zu erkunden und schon mal einen Planeten zu finden und die Ressourcen, damit die Kolonie dort halt die zweite Erde eröffnen kann, erschaffen kann, einrichten kann. Damit die sich ins gemachte Bett legen können, sagen wir es doch so wie es ist. Die harte Arbeit sollen wir als Spieler machen und dann kommen die Lushis und naja gut. Ganz genau, die Zivilisten, aber so ist es halt normal, so ist es mit den Zivilisten. Ganz genau und damit wir nicht ganz so alleine sind, haben wir eine automatisierte Sternenbasis mitbekommen. Zu dieser können wir hinfliegen und die repariert uns dann, beziehungsweise repariert uns dann in Anführungszeichen, da kommen wir aber gleich nochmal drauf und tankt uns wieder auf. Das ist sozusagen unsere Zielbasis. Die Story der Galaxien ist jedes Mal eine andere und da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf eingehen oder nicht spoilern, weil das wirklich der riesengroße Pluspunkt dieses Spieles ist. Die sollte jeder selbst rausfinden, weil jede ist anders, jede ist interessant und bei jeder gibt es andere Begegnungen und andere Möglichkeiten, um Aufgaben zu lösen. So, dann würde ich sagen, falls du keine Fragen oder Anmerkungen hast, Alexander, gehen wir zum größten Block, dem Gameplay. Ja, sollten wir. So, ich klicke hier mal in die Tabelle rein, weil das ist, ich habe da relativ viel geschrieben. Also, wie wir schon gesagt haben, man denkt wirklich am Anfang, es ist irgendwie Elite oder vielleicht auch Wing Commander. Also, es macht erstmal mehr den Action-Eindruck. Es gibt ein Fadenkreuz, wenn man drückt, kann man schießen und so weiter. Also, es ist schon mal erstmal eine Action-Simulation. Man sieht auch dieses, ja, von Micropros übliche Cockpit, ist ganz nett gezeichnet. Aber, ich glaube, du hattest das gesagt, es ist schon sehr von Elite abgeguckt, ne? Ich fand schon, das war wirklich das allererste, was mir auffiel, der Radar, wo ich dann direkt wusste, alles klar. Weil mit dem Radar hat David Bramban wirklich einen Maßstab, einen Standard gesetzt. Ist auch eine sehr pfiffige Idee, im dreidimensionalen Raum ein Radar zu installieren, wo der Spieler dann wirklich weiß, wo befindet sich der Gegner. Ja, dann gibt es noch so ganz komische Anzeigen in dem Cockpit. Und das ist man von Micropros eigentlich nicht gewohnt. Das ist man mehr so, ja, digitale Sieben-Segment-Anzeigen gewohnt oder analoge Anzeigen mit irgendeiner Skala drauf oder sowas. Das gibt es hier alles gar nicht. Es gibt gar keine Beschriftung, gar nichts irgendwie in dem Cockpit. Da muss man dann schon mal ins Handbuch schauen. Große Teile des Cockpits werden aber auch einfach gar nicht genutzt. Jedenfalls ist das Cockpit der zentrale Punkt, in dem sich der Spieler befindet und den er auch nie verlässt. Er bleibt immer in dem Cockpit. Es gibt kein Außenrum laufen oder auf Planeten gehen oder in Kneipen gehen wie bei zum Beispiel Space Rogue oder Starflight, wo man das Raumschiff verlassen kann. Hier bleibt man immer drin. Und leider, leider fehlen wie bei MPS oder bei Micropros Spielen üblich diese Ansichten, weißt du, wo man nach rechts und links aus dem Cockpit schaut, aber auch noch Teile des Cockpits sieht. Weißt du, was ich meine? Und wenn man nach hinten guckt, wo man den Spieler dann selber sieht, das war für mich, deswegen erwähne ich das hier immer noch, als Jugendlicher extrem wichtig, diese Ansicht zu haben. Wenn ich nach hinten gucke, sehe ich den Kopf meines Piloten oder vielleicht die Schultern meines Piloten. Oder aber in manchen Spielen ist es sogar so, wenn ich nach unten gucke, sehe ich die Füße des Piloten. Das ist so ein richtig immersiver Kick für mich gewesen. Das bin ich, ich kann mich da sehen sozusagen. Ich habe diesen coolen Helm auf, in dem die Umgebung reflektiert wird. Zwar immer gleich, aber es ist egal. Und das fehlt hier komplett. Also es gibt nur diese Cockpit-Anzeigen, diese Armaturen nach vorne. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Was eine verpasste Gelegenheit ist, um diese Immersion zu erhöhen. Warum, da komme ich gleich nochmal drauf. Jetzt habe ich natürlich mehrere Stationen, die ich wechseln kann. Aber im Prinzip sind das immer nur andere Ansichten oder andere Screens, die angeblendet werden im Cockpit. Unter anderem ist es, ich glaube, ein relativ wichtiger und zentraler Teil, könnte man sagen, diese Systemkarte. Und die unterscheidet sich natürlich, welche Galaxie ich ausgewählt habe. Die unterscheidet sich nicht nur an der Position von Planeten und so weiter und was an diesen Planeten ist, sondern auch an der Anzahl der Planeten. Also die erste Galaxie ist so eine kleine Tutorial-Galaxie, wo man so ein bisschen rumprobieren kann. Die ist halt noch relativ klein. Die anderen werden manchmal relativ groß, sodass man relativ schwer nur diese Galaxie durchreisen kann. Da muss man dann schon wirklich handeln und so, damit man den Treibstoff bekommt. Das ist dann auch nochmal eine weitere Herausforderung. Wenn man ein System ausgesucht hat, dann entsteht so eine Linie und man sieht dann ungefähr, wie viel Treibstoff man noch übrig hätte, wenn man in diesem System ist. Das heißt, man muss dann immer selber rechnen, ob man dann noch zurückkommt. Weil den Treibstoff auffüllen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen, kann ich natürlich nur an der Basis an dieser automatisierten Raumstation, die ich bekommen habe. Das heißt, ich muss das immer so ein bisschen selber im Auge behalten, den Bingo-Fuel. Ich suche mir dann halt irgendein System aus. Dann gibt es so einen Hyper-Space-Jump. Dann bin ich in diesem System. Und in diesem System muss ich erstmal scannen. Und wenn ich in diesem System scanne, bekomme ich entweder Kontakt zu einer Alien-Rasse, die dort beheimatet ist in diesem System. Dann ist das schon geclaimed oder besetzt. Oder aber ich bekomme so eine Planetenübersicht, was für Planeten es gibt und was für Ressourcen sich auf diesem Planeten befinden. Dann habe ich drei Minenstationen. Und diese Minenstationen bekomme ich nur von der Basiskolonie nach. Und dann kann ich mir überlegen, welche Ressourcen, es gibt fünf Stück glaube ich, welche von diesen fünf Ressourcen, oder es gibt sogar mehr, weiß ich auswendig gar nicht mehr. Spielt aber auch gar keine Rolle. Es gibt mehrere Ressourcen und dann kann ich mir aussuchen, ob ich die abbauen will oder nicht. Dann schicke ich diese Minen-Kolonie da oder dieses Minen-Dings-Bumsi runter und dann habe ich die sofort in meinem Frachtraum. Das ist es. Das ist mehr, mehr ist das nicht. Das ist dann nicht der Planet, auf dem die Basis aufgeschlagen wird oder so. Ich habe den nur, ja, seiner Ressourcen beraubt sozusagen. Diese Ressourcen brauche ich, um mit anderen Alien-Rassen Handel zu treiben. Oder aber ich brauche auch bestimmte Anzahl von planetaren Ressourcen für die Kolonie hinterher, für die Basis. Da muss ich dann auch immer überlegen, ob ich damit handele oder ob ich die dann zurückbringe zur Basis oder wie auch immer. Die zweite Option ist natürlich, dass ich eine der vielen Alien-Sorten entdecken kann und mit denen Kontakt aufnehmen kann. Und ich weiß nicht, Alexander, ich hatte dir ja gestern nochmal den Tipp gegeben, dir mal aus der letzten Folge, also aus dem Stream, diese Alien-Rassen anzugucken. Erinnert dich das auch so sehr an Star Control wie mich? Ja, auf jeden Fall. Also das ist unverkennbar. Ich fand es auch richtig cool, weil die Alien wirklich alle unterschiedlich waren. Und man wird auch sehr ausführlich aufgeklärt über die Hintergründe, was das für eine Rasse ist und welche Neigungen sie haben. Und zwar nur einen Text, wo du dich durchklicken musst, aber das sind schon sehr viele Informationen, die du da erhältst. Ich finde auch, das ist sehr schön gemacht. Die haben eine unterschiedliche Musik, die haben unterschiedliche Animationen, je nachdem, ob die ärgerlich oder freundlich sind. Das ist, also da hat sich Star Control 2 schon einiges von abgeguckt, was ja dann, glaube ich, zwei Jahre später gekommen ist. Und das gefällt mir richtig gut. Also da habe ich sehr viel Spaß mit gehabt, mit den Aliens sich zu unterhalten. Und die Aliens sind zwar in unterschiedlichen Galaxien gleich, aber die Texte und die Aufträge, in Anführungsstrichen, die die verteilen, die sind immer anders. Also wenn man die kennt, dann weiß man schon, wie die Alien-Neigung so ein bisschen ist, ob man denen trauen kann, ob die einen hinters Licht führen wollen. Aber dennoch ist dieser Text zum größten Teil halt immer anders. Manchmal ist es aber auch so, dass man halt, dass es halt keinen Kontakt gibt oder dass die einen angreifen. Und dann kommt es zum Kampf. Und dieser Kampf ist jetzt nicht so interessant, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Also man hat eine Reihe von Offensivoptionen und Defensivoptionen. Als Hauptgeschütz hat man, glaube ich, so ein Plasma-Geschütz oder irgendwie so ein ganz großes Geschütz, das aber starr in dem Raumschiff verbaut ist. Also das richtet sich nicht automatisiert aus oder so. Man muss halt so das Raumschiff bewegen, um zu zielen. Das Zweite, was man hat, ist so eine Art Point-Defense-Laser, den man frei 360, also grad oben, unten, links, rechts, bewegen kann. Und damit relativ schnell auf feindliche Jäger oder aber auch auf Schüsse feuern kann, die von den Aliens dann auf das Schiff abgefeuert werden. Man kann damit auch offensiv agieren, wenn man halt kleinere Gegner angreift. Weil die halt auch eine kürzere Reichweite hat und nicht so viel Durchschlagskraft. Also was schon ganz praktisch ist ab und zu mal. Des Weiteren ist das große Offensivpotenzial in sogenannten Chassis zu finden. Das sind sozusagen Hüllen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wäre das, weiß ich nicht, so ein Photonentorpedo wie bei Star Trek. Aber man kann halt unterschiedliche Ladungen sozusagen da reinpacken. Die erste Ladung ist ein, ja, Fernsteuerungsmodul, könnte man sagen. Damit kann man nämlich sozusagen, ich sag immer sozusagen, damit kann man nämlich einen Jagdflieger ausrüsten und diesen dann remote übernehmen und steuern. Man steuert dann also nicht mehr die Trailblazer selbst, sondern einen kleinen wendigen Jagdflieger, der in etwa die gleichen Waffen hat, wie dieses Point Defense, was an der Trailblazer dran ist, nur ist sehr viel schneller und auch sehr viel wendiger. Es gibt Situationen, in denen kann man damit Jäger abfangen oder feindliche Schüsse abfangen. Es gibt aber auch Raumschiffe, die zum Beispiel so rote Module haben. Das sind so ähnlich, wie man das von Star Wars, von Sternenzerstörer kennt, dass man erst diese Kugelchen da auf der Brücke kaputt schießen muss, damit das Schild dann weg ist. Sowas ähnliches gibt es da auch. Da muss ich erst solche Schildgeneratoren zerstören, bevor ich mich dann an das Ziel heranwagen kann. Dafür sind zum Beispiel solche Jäger gut, aber die werden natürlich dann schnell abgeschossen. Dann gibt es noch so ein Kamikaze-Modul, was ziemlich genauso ist wie dieser Jäger, nur keine Waffen mehr hat und schon ziemlich kaputt ist. Dafür macht es sehr viel Schaden. Man kann es dann in das feindliche Schiff reinsteuern. Ich finde, das Kamikaze-Modul ist irgendwie ein unglücklich gewählter Name. Ich stelle mir das eher so vor wie ein Torpedo, den man selber fernsteuern kann, wie so eine TV-Rakete oder sowas. Weil es gibt nämlich noch ein richtiges Torpedo-Modul, das dann selber auf das Ziel anfliegt. Wo jetzt der Unterschied ist, das Kamikaze-Modul macht, glaube ich, sogar mehr Schaden wie das Torpedo-Modul. Der Nachteil ist, ich bin in diesem Kamikaze-Flieger und kann die Trailblazer nicht beschießen. Das heißt, es könnte sein, dass ich das Kamikaze-Modul oder dieses Fernsteuerungs-TV-Modul, Chassis-Steuer und in der Zeit die Trailblazer zerstört wird, weil ich gar nichts dagegen machen kann. Ich kann die Point-Defense gerade nicht benutzen. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht gar nichts mehr machen. Deswegen ist das Torpedo-Modul gar nicht so unpraktisch, um vielleicht das ein oder andere Schiff anzugreifen, während man selbst eine defensivere Option gewählt hat. Unterschiedlichen Aliens haben alle unterschiedliche Raumschiff-Designs, was ziemlich cool ist. Die sind zugegeben, da kommen wir gleich bei der Grafik drauf noch, zu sprechen, nicht so super detailliert. Mir hat es aber gereicht, um sie eindeutig zu identifizieren. Und sie sind auch nicht langweilig. Sie haben auch unterschiedliche Taktiken, unterschiedliches Vorgehen, haben unterschiedliche Waffen, was schon ziemlich interessant ist. Da möchte ich dann doch noch mal auf die letzte Folge des Replays verweisen, also die Folge vor dieser Folge. Da lernen wir alles kennen. Also in dem Stream wird einfach alles besprochen. Wer den Rest des Replays nicht gesehen hat oder nicht sehen möchte, sollte sich die letzte Folge anschauen, weil da kommt einfach alles dran vor. Wenn ich ein Alien zerstört habe, kann ich auch noch mal so ein paar Ressourcen bekommen darüber. Am Ende des Kampfes lootet man sozusagen noch mal so ein paar Ressourcen. Da gibt es dann noch so ein paar Module, da sprechen wir aber gleich noch mal drüber. Die zweite Option in der Kommunikation mit den Alien ist natürlich der Handel. Und in dem Handel selbst, ach, der ist, wie soll ich sagen, hakelig, der ist eckig. Das fluppt nicht so richtig von der Hand. Man kann das ein bisschen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das besser, aber das ist irgendwie nicht sehr intuitiv gemacht und wirkt insgesamt aufgesetzt. Den Handel muss ich machen, um weiterzukommen, um neue Module zu kaufen, aber er hat mir keinen Spaß gemacht, was komplett anders ist wie bei Elite. Ich fliege nicht von Raumstationen rum, kaufe da was und fliege das irgendwo anders hin, um da was fair zu kaufen. Ich habe das mal versucht, das hat sich nicht rentiert. Vielleicht habe ich auch nur die falsche Route gewählt, vielleicht gibt es irgendeine Galaxie, in der sich das lohnt, aber das ist jetzt nicht wie bei Elite einer der Hauptmöglichkeiten, um irgendwie Geld, Ressourcen zu sammeln. Also das auf jeden Fall nicht. Das ist mehr so sekundär. Hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, ich glaube, dann wären wir jetzt taktisch gut an der Stelle angekommen, um über, ich glaube, das große Novum dieses Spiels zu sprechen, nämlich den Maschinenraum, Alexander. Der hat dir ja gleich schon mal gut gefallen. Der hat mir richtig gut gefallen. Der ist optisch schon mal sehr beeindruckend. Zuerst habe ich gedacht, dass ich eine riesengroße Platine vor mir habe mit Prozessor und Lüfter und Widerständen, bis ich irgendwann dann kapiert habe, dass es einzelne Unterabteilungen sind des Maschinenraums von oben, weil man an den Seiten die Treppen sieht, um hochzugehen. Ganz genau. Das ist clever gemacht. Oder genau das Gleiche habe ich auch gedacht, dass man einfach in so eine Platine guckt, die irgendwie im Cockpit sitzt. Aber das ist ein ganzer Raum. Man guckt von oben in einen ganzen Raum rein. Das ist, glaube ich, sehr groß. So ist es. Und dann hast du rechts noch einen Platz, wo du deine Ersatzteile oder die Sachen, die man gefunden hat, dann lagern kann, bis man sie benötigt. Und dann, wenn man sowas hat, muss man es dann einsetzen. Und was ich total clever fand, Selma, war, dass es logisch ist. Also es gibt ja, das war, glaube ich, oben rechts, das Modul für die Laserwaffen. Da waren zwei Lüfter, da waren irgendwelche komische andere Sachen, da waren Widerstände, die waren schon eingebaut. Deshalb hattest du auch direkt vom Anfang an zwei Laser, mit denen du kämpfen konntest. Genau. Diese Point-Defense-Laser sind das, genau. Genau, danke. Und wenn man dann die entsprechenden Teile hatte, konnte man sich dann einen dritten und einen vierten Laser dann hinzubauen, indem man einfach die einzelnen Module in die schon vorgefertigten Steckplätze, die noch leer sind, reinsteckt. Und das fand ich cool. Das habe ich bei keinem anderen Spiel gesehen. Das finde ich viel, viel besser als das, was man bei Liete oder bei anderen Weltraumspielen gemacht hat, wo man einfach so ein Modul gezeigt bekommen hat im Raumhafen und dann Geld ausgegeben hat und dann wurde es eingebaut. Aber das hat man nicht mitbekommen. Hier hast du als Spieler tatsächlich die Möglichkeit, die Module händig einzubauen. Und das fand ich richtig cool. Das hat mir gefallen. Genau, das fand ich auch wirklich super. Das ist auch clever gemacht, weil diese Module haben alle eine sehr einzigartige Form. Und die Umrisse dieser Form ist sozusagen schon mal vorgedruckt. Man weiß also immer, welches Modul wohin kommt. Und es gibt von den einzelnen Modulen auch oftmals zwei, drei, vier oder fünf Versionen. Also es gibt unterschiedliche Effektivitätsstufen in den einzelnen Modulen. Aber diese Außenform, die behalten die, diese Umrisse. Das heißt, du weißt immer, was du wo einbauen kannst. Und dann musst du dir natürlich am Ende auch überlegen, welches Modul baue ich wohin? Also welches Modul tausche ich aus? Vielleicht, weil es eine bessere Effektivität hat oder so weiter. Was brauche ich da gerade? Das finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Ich wünschte auch, das würden andere Spiele machen. Ich hatte jetzt, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal ein Indie-Spiel gespielt, was leider ziemlich verbuggt war. Aber das hatte auch dieses Modul-Austausch-System. Da gab es aber, glaube ich, nur drei oder vier Module, was ein bisschen schade war. Aber es war, glaube ich, auch irgendwie nicht fertig. Und der Entwickler hat es dann irgendwie aufgegeben. Aber trotzdem, das hat mich auf jeden Fall auch daran erinnert. Also wir können alle diese Systeme, Point Defense, die Hauptwaffe, die Schilde, den Antrieb, den FTL, also den Faster-Than-Light-Antrieb, das können wir alles beändern, verändern, beeinflussen und so weiter. Das Interessante, was man noch wissen muss, ist, dass die Schilde nicht so, wie man das vielleicht von Star Trek oder Star Wars oder so gewohnt ist, so einen Treffer absorbieren und dann bekommt man keinen Schaden, sondern sie absorbieren immer nur eine bestimmte Prozentanzahl. Ich glaube, das Maximum ist 75 Prozent des Schadens werden absorbiert. Das heißt aber, 25 Prozent kommen auf jeden Fall durch und am Anfang sind das, glaube ich, eher so 70 Prozent oder so. Ich weiß es nicht mehr, die am Anfang durchkommen und dann Schaden machen. Der Schaden ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man dann, weiß ich nicht, kaputten Antrieb hat oder kaputtes Cockpit hat oder die Außenhaut zerstört wird oder so. Es werden immer nur diese Module im Maschinenraum getroffen. Alles andere, am Raumschiff bleibt heile und diese Module werden getroffen. Die sind auch nicht zu 50 Prozent beschädigt oder so. Das ist sehr digital. Die sind heile oder die sind kaputt. Was in einem hektischen Kampf ziemlich nervig sein kann, weil, wie gesagt, während ich in diesem Maschinenraum rumbastle, um überhaupt mal wieder eine Waffe zu bekommen oder ein Schild zu bekommen und mir überlege, nehme ich dafür die Module aus dem Antrieb, um das Schild wieder zu reparieren, wird das Raumschiff weiter angegriffen und bekommt weiter Schaden. Und wenn die Schilde ausgefallen sind, 100 Prozent. Und da dieser Schaden sich nicht nur auf die Module auswirkt, die man eingebaut hat, sondern auch auf die Module, die in diesem Lager sind, gehen auch die Module in dem Lager kaputt. Und das macht im Prinzip das ganze Spiel für mich kaputt. Da sprechen wir aber gleich noch drüber. Das ist leider eine sehr schlechte Designentscheidung gewesen. Kommen wir nochmal auf den Kampf zu sprechen, weil da ist auch leider nicht so wirklich eine gute Designentscheidung getroffen worden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erzähl mal. Der Kampf ist erstmal generell interessant, weil ich schon gesagt habe, es gibt unterschiedliche Aliens, die auch unterschiedliche Taktiken benutzen. Man muss die erst so ein bisschen ausbaldofern. Und das finde ich schon ziemlich spannend und das ist auch ziemlich clever gemacht und da ist sehr viel Liebe im Detail. Der Kampf selbst ist ein bisschen holprig, sehr, sehr hektisch. Es steuert sich auch nicht so richtig gut, was manchmal zu der Zeit, also 90er Jahren mit dem Joystick am PC, das hat nicht immer so richtig funktioniert. Von daher weiß ich nicht, ob man das dem Spiel so direkt ankreiden kann. Es gibt aber auch Beispiele wie Wing Commander zum Beispiel, die hundertprozentig 1A funktionieren. Also zum Teil kann man das dem schon irgendwie ankreiden. Also immer der Spieler, der muss alles machen, der muss zwischen den Waffen, der Point Defense, den Fightern, Kamikaze und den Maschinenraum hin und her schalten, dabei immer die Lage im Auge behalten. Und das ist die ersten paar Maler auch wirklich spannend und danach wird es wirklich nervig und man versucht einfach nur noch den Kampf zu umgehen, weil die Module ja kaputt gehen können und diese Module habe ich mit Ressourcen gekauft und ich bekomme aus einem Kampf niemals so viele Module oder Ressourcen wieder hinaus, dass ich dieser Kampf lohnen würde. Also ein Kampf lohnt sich eigentlich nie. Du bezahlst immer sehr hohen Preis für einen Kampf. Ist vielleicht bewusst gewollt, aber der Kampf ist halt ein sehr großer Teil des Spieles und dem Spieler dann diesen großen Teil malig zu machen, indem er nie etwas Positives aus diesem Kampf bekommt oder aus diesem großen Spielteil ist glaube ich keine gute Designentscheidung gewesen. Dazu kommt noch, dass man relativ schnell bemerkt, dass Schüsse Schüsse zerstören können und da man selber immer auf den Feind ausgerichtet ist natürlich, um mit der Hauptwaffe, die am meisten Schaden macht, auf den Feind zu schießen, springt man immer zwischen der Hauptwaffe und den Point Defense Waffen hin und her. Das funktioniert aber auch nicht immer, weil das Problem natürlich ist, also der Feind schießt auf den Spieler, der Spieler schießt zurück und zerstört den Schuss des Feindes. Feind und Spieler laden ihre Waffen wieder auf, der Feind schießt, der Spieler schießt, beide Schüsse weg, beide laden ihre Waffen wieder auf und dann kommt es darauf an, was für eine Ausrüstung hat die Waffe des Spielers. Kriege ich vielleicht alle zwei, dreimal einen Schuss dazwischen, dass der nicht von den Feinden abgeschossen wird oder aber bin ich so gut, schnell genug auf die Point Defense Waffe zu wechseln, schnell genug die Point Defense auszurichten, weil die immer in eine Richtung steht, die gerade nicht auf den Feind ist, die merkt sich halt die Richtung nicht, in der sie gestanden hat, sondern die ist immer an einem Punkt, ich glaube, die guckt immer, glaube ich, gerade nach oben oder so und schaffe ich es, dann den feindlichen Schuss abzuschießen, um dann meinen dazwischen zu setzen und wenn ich es schaffe, ist die Distanz klein genug, dass in der Zeit, wo der Schuss, mein Schuss zum Feind fliegt, der Feind nicht wieder an zu schießen fängt, der natürlich auch mich schießt, nicht auf den Punkt, aber naja, ist halt eine Gerade, das heißt, auf dieser Gerade ist mein Schuss und der Schuss des Feindes und vielleicht treffen die sich und dann hat sich das schon wieder erlegt, niemand hat Schaden gekriegt, das heißt, meistens läuft es daraus hinaus, erstmal die feindlichen Fighter abzuwehren, also die Jagdflieger sozusagen und danach ist das so ein Hin und Her, bis man dann die richtige Taktung rausgefunden hat, vielleicht lohnt es sich auch einige Module aus dem Geschütz wieder auszubauen, um es langsamer schießen zu lassen, damit man nicht mehr rumtaktieren muss, aber dann muss man ja wieder die Hauptstation verlassen und kann dann und sieht dann nicht, wann der Feind geschossen hat, das heißt, das ist auch wieder so ein Risiko und das ist irgendwie, weiß ich nicht, sehr unangenehm, finde ich, weiß ich nicht, ist eine komische Spielentscheidung gewesen, die finde ich auch innerhalb des Playtestings hätte auffallen müssen. Ich habe es ja nicht so intensiv gespielt wie du, ich habe ja nur ein paar Kämpfe gemacht, ich habe vielleicht eine Stunde insgesamt gespielt und zwar auch Hyperspeed und ich muss gestehen, die Möglichkeit, feindliche Schüsse zu absorbieren, zu eliminieren, das fand ich gerade reizvoll, weil das kannte ich von Elite oder von anderen Spielen nicht, da hattest du einfach Treffer und dann ging halt dein Schutzschild runter und du musstest halt aufpassen, ob du zu lange in der Schusslinie bist und ausweichen musstest oder ob du dann drin bleibst und einfach weiterschießt, das fand ich hier eigentlich ganz cool gemacht, vor allem hatte ich auch den Eindruck, aber das waren halt auch Übungsmissionen selber, dass es nicht besonders herausfordernd war, diese Schiffe zu zerstören, wenn man den richtigen Rhythmus gefunden hat, also die scheinen nicht allzu viel auszuhalten oder habe ich mich da geirrt? Ich glaube, es gibt zwölf oder 15 Alienrassen, da sind welche bei, die halten ganz schön viel aus, ja, also die am Anfang sind natürlich einfach, da gebe ich dir recht, das sind nur ein paar Schüsse, dann hat sich das erledigt, das geht ruckzuck, aber später wird es schon schwieriger. Ich hatte auch überlegt, warum die das gemacht haben und ich glaube, der Grund, warum sie das gemacht haben, ist wieder diese komische Mechanik mit den Schilden. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann wäre auf jeden Fall der Kampf schneller zu Ende, was ich persönlich besser gefunden hätte, aber dann wäre natürlich die Verlustrate der Module noch viel höher, weil der Spieler ja keine andere Möglichkeit hat, als Treffer zu kassieren, weil man nicht seitlich, also nicht die Six Degrees of Freedom sozusagen benutzen kann, sondern ich kann mit meinem Raumschiff nur nach vorne fliegen, auf den Feind zu und das muss ich machen, um ihn beschießen zu können. Danach muss ich dann wieder ausweichen, zur Seite fliegen, um den Schüssen auszuweichen und je näher ich an den Feind rankomme, desto geringer sind die Zeiten. Also, ich weiß nicht, so einen richtigen Mittelweg gibt es da nicht, auf jeden Fall, wahrscheinlich haben die das mit den Schüssen gemacht, damit der Kampf überhaupt noch irgendwie, in Anführungsstrichen, spielbar wird, aber dadurch wird er halt auch sehr zäh und ich finde dann auch irgendwann eher langweilig. Okay. Um jetzt zu wissen, nach dem ganzen Hin und Her und so weiter, wie weit ich überhaupt bin mit meiner Mission oder wie weit das Kolonieschiff weg ist, gibt es noch als letztes so ein Übersichtsscreen, wo ich sehe, wie viele Ressourcen ich schon für diesen Planeten gesammelt habe. Es gibt so ein Erfolgsrating, sage ich mal, so ein Performance-Rating, heißt es glaube ich, in Prozent, das zeigt so ein bisschen an, glaube ich, wie viele Quests in Anführungsstrichen, also mit wie vielen Alien man gesprochen hat, wie viele Ressourcen man gesammelt hat und sozusagen, wie weit man in Richtung, ich habe schon wieder sozusagen gesagt, und wie weit man in Richtung des Erfolgs der Mission gelaufen ist. Das bringt einem jetzt nicht so richtig viel, aber ja, die wichtigste Information auf diesem Screen ist, wie viele Ressourcen ich schon gesammelt habe für die Kolonie und wie weit die Kolonie noch entfernt ist oder die Kolonieschiffe noch entfernt sind. Das sind unterschiedlich, glaube ich, pro Galaxie ist das unterschiedlich und es sind unterschiedliche Zeiteinheiten, die verbraucht werden, glaube ich, wenn man im Hyperspace ist, so richtig wird das nicht erklärt, aber ich glaube, man hat in der ersten Mission irgendwie 50 Monate Zeit oder so, das ist jetzt nicht, du hast zwei Stunden Zeit, sondern man hat schon ausreichend Zeit, man kann das in der Galaxie auch schaffen, man hat, glaube ich, nie so richtig das Zeitdruckproblem, weil wenn man, man fliegt halt in dieser Galaxie rum und spielt ein paar Mal, bis man ungefähr weiß, was man machen muss und dann löst man das sowieso relativ schnell. Ich glaube, das ist mehr so, ja, ein Plotvehikel, damit man weiß, da kommt was auf einen zu. Ich glaube, das ist nicht dazu gedacht, um den Spieler richtig unter Druck zu setzen, weil ich glaube, das Spiel möchte schon, dass der Spieler die Galaxie, die Aliens, die Planeten das untersucht und so weiter. Und ich glaube, das sind alle Gameplay-Elemente. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Nee, hört sich ziemlich komplett an. Es klingt auch jetzt vielleicht gar nicht so komplex, wenn man das zum Beispiel mit F-15 vielleicht vergleicht, wo ja dann doch unterschiedliche Jäger und sowas noch dazukommen, unterschiedliche Waffensysteme, die ich lernen muss. Das ist hier alles vielleicht so ein bisschen abgespeckt, aber wie ich das schon gesagt habe, der große Pluspunkt sind halt diese Aliens, die Story-Elemente, da hat man sich richtig, richtig viel Mühe mitgegeben und das merkt man auch. Das merkt man wirklich, das ist was Besonderes und das ist auch das, was am Ende den Spaß macht, aber das sehen wir dann ja auch später. Ich glaube, niemand von uns hat eine persönliche Verbindung mit dem Spiel, oder? Hast du das mal irgendwo gesehen, gelesen, eine Werbung von gesehen oder so? Nein, gar nicht. Also das Spiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Das ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, denn 1990 war ich noch voll in der Amiga-Welt behaftet, habe da den 2000er, glaube ich, schon gehabt und da das Spiel ja nur für MS-DOS rausgekommen ist und scheinbar auch nicht groß beworben worden ist, denn in den Zeitschriften haben wir ja nicht viel darüber gefunden, in den deutschsprachigen war das scheinbar kein Thema und deshalb habe ich es zum allerersten Mal jetzt im Rahmen deines Replays gesehen. Ja, mir ging das auch. Ich bin da auch später drauf gestoßen, natürlich als ich mich mit Microprose und auch mit Andy Hollis und so beschäftigt habe, bin ich erst darauf gestoßen und ich glaube, Microprose selbst hat das auch gar nicht so großartig in Deutschland vertrieben. Ich glaube, es ist eher eines der selteneren Spiele, ich sage mal, aus der mittleren Schaffens-Epoche, wenn man so möchte. aber wenn du mal bei MobiGames guckst, da scheint es auch eine deutsche Ausgabe gegeben zu haben, zumindest das Cover war auf Deutsch. Hm, das kann sein. Ich habe auf jeden Fall nur englische Ausgaben, dann hat man sich die Mühe, ich weiß es nicht, also es hat ja auf jeden Fall da nicht viele Leute gekauft, ne, also man sieht es halt auch bei Ebay und so relativ selten. Es ist jetzt nicht super selten oder so und es ist jetzt auch kein besonders wertvolles Spiel oder so. Aber im Vergleich zu anderen Microprose-Spielen habe ich das Gefühl, aus den späten 80ern, frühen 90ern sieht man das ziemlich selten. Teile ich deine Meinung? Also wie gesagt, ich habe es noch nie gesehen, ich bin jetzt hier gerade auch nochmal gucken gegangen, in der Tat, Covers sind auf Deutsch, aber es steht hier nicht drin, ob das Spiel auch auf Deutsch ist. Hm, das weiß ich auch nicht, wobei es ja relativ viel Text gibt. Hm. Oder habe ich sogar mal, das ist der Nachteil, wenn man das Abschlussgespräch so lange nach dem Replay ausnimmt. Ich habe, ich vermute mal, ich habe mich im Replay damit auseinandergesetzt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Also alles weg in dem halben Jahr. Kommen wir zur Grafik. Da hast du ja auch was, die hast du ja auch gesehen. Wie hat sie dir denn gefallen? Also ich fand sie ganz gut. Man muss das natürlich in Relation zu der Zeit sehen. Also wir sprechen über 1990 und wir reden über den PC. PC. Ja, aber es hat schon VGA. Was heißt schon VGA? 90 kam ja auch noch. Genau, VGA 320 mal 200 Pixel mit 256 Farben. Das war schon sehr gut. Von der Pixelanzahl war es ja glaube ich sogar ein bisschen höher als der Amiga, wenn ich mich recht entsinne. Und mir hat es auch sehr gut gefallen. Die Polygone ausgefüllte Raumschiffe fand ich ganz toll, weil bei Elite, als ich es damals gespielt hatte, waren es ja nur diese Drahtgittergestelle. Erst bei den nachfolgenden Versionen von Elite, auch bei der PC-Version. Da gab es dann halt auch ausgefüllte Raumschiffe. Das fand ich direkt toll. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch das bunte Cockpit, vor allem der Maschinenraum haben mir gut gefallen. Dagegen weniger der Weltraum und die Planeten. Der Weltraum sieht sehr langweilig aus. Da gibt es keinen Nebel oder irgendetwas an Abwechslung. Es ist einfach eine schwarze Masse mit weißen Punkten, durch die man rum navigiert. Und auch die Planeten sind leider etwas einfallslos. Anders als man sich das vorstellt, sind es keine texturierten Planeten, wo man dann etwas von der Topografie sehen kann, sondern es sind einfarbige Planeten, die dann, und das wirst du mir wahrscheinlich gleich erklären können, direkt dem Spieler sagen können, ob das was ist oder nicht zum Besiedeln. Also eher zweckmäßig nicht so schön. Richtig. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass man diese Planeten in 3D ja eigentlich gar nicht sieht, sondern immer nur auf dieser Scan-Übersicht, wenn man seine Sonde abschießt. Also man sieht auch keine Sonne und nichts, wenn man in dieser 3D-Ansicht durch die Gegend fliegt. Das stört schon die Immersion sehr, ja. Ja, leider. Was ich wiederum cool wieder fand, war die Navigationskarte. Das ist zwar auch nur schwarz mit weißen Punkten, aber da war es toll, dass man es so 3D-mäßig drehen konnte. Das hat mir sehr gut gefallen. Also man hatte eine richtige 3D-Karte der anderen Planetensysteme. Richtig. Und was ich ganz cool fand, da haben wir schon drüber gesprochen, die Aliens, jede Alien-Art sieht anders aus, andere Charakteristika, andere Grafiken, andere Farben, aber nicht nur die Aliens an sich, sondern auch die Planeten, auf denen sie leben, sehen entsprechend anders aus und dazu die Musik. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, da gebe ich dir recht. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du das, wahrscheinlich hast du das nicht gesehen, aber da sind noch einige drin von den Aliens, die EGA gezeichnet sind und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Aber wenn du sagst, dass das 87 oder so schon in der Entwicklung war, dann sind das wahrscheinlich noch einige Überbleibsel aus dieser Zeit, glaube ich. Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Nein, Gott sei Dank. Ich muss sagen, ich finde die 3D-Grafik okay. Man kann die feindlichen Raumschiffe gut lesen, man kann sie gut identifizieren, man weiß, welches Ende feuert. Das geht eigentlich ganz gut. Ich finde, sie sehen auch ganz ordentlich aus. Ich muss aber sagen, im Vergleich zum Beispiel zu F-19 Stealth Fighter, was zwei Jahre früher rausgekommen ist, sind da verdammt wenig Polygone, weil F-19 Stealth Fighter hat einen guten Job gemacht, um die Vehikel zu zeigen, aber es gab halt auch noch den Boden. Und ich habe das Gefühl, hier hat man die Vehikel mit der gleichen Anzahl von Polygonen benutzt, obwohl man viel mehr Möglichkeiten gehabt hätte, weil ja den Boden, man muss die Landschaft überhaupt nicht zeichnen. Das sind nur ein paar Punkte auf schwarzem Hintergrund gewesen, die man gezeichnet hat. Also ich habe das Gefühl, da wäre noch einiges mehr drin gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht gemacht hat. Vielleicht, weil man, wie du schon sagst, drei Jahre vorher die Polygone gezeichnet hat und da hatte man halt noch nicht die Ressourcen, das richtig aufzubohren. Weiß ich nicht. Es hätte das Spiel aber nicht wirklich verbessert oder in irgendeinem Punkt geändert. Es hätte halt nur größer ausgesehen. Ja, über die fehlenden Cockpit-Grafiken haben wir schon gesprochen und du hast, glaube ich, alles zu den Alien-Kontaktaufnahmen gesagt, zu denen man, was man dazu sagen kann. Also die sind wirklich einzigartig, die sind toll und ich glaube, ich meine, du bist ja immer derjenige, der dann schnell behauptet, dass irgendwer von irgendwem was abgeguckt hat, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass, wie heißt der, Fred Ford, The Third oder so und ich habe den Namen des anderen vergessen, auf jeden Fall den Jungs von Toys Pro Warp, die dann später Star Control 2 gemacht haben. Ich habe das Gefühl, die haben sich da was abgeguckt. Also das ist lustig, weil ich hatte dann nochmal geguckt, wann Star Control rausgekommen ist, ob es danach war und tatsächlich, es war danach und dann dachte ich mir, okay, die haben das Spiel gespielt. Ja, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl. Sound ist ein bisschen wenig, oder? Ja, deshalb konnte ich auch gar nicht viel dazu sagen. Sehr, sehr spärlich. Klar kann man jetzt sagen, im Weltraum hört man nichts, aber an Bord eines Raumschiffs, da hört man, glaube ich, schon sehr viel, wenn man da durch die Gegend fliegt. Ich kann mir vorstellen, dass man Knarren hört oder Gegenstände, die rumpoltern. Wie beim Autofahren, stelle ich mir das vor, zumindest innerhalb der Kabine und sowas gab es da leider nicht. Also für meinen Geschmack etwas zu wenig. Hattest du da einen anderen Eindruck? Nein, das ging mir ganz genauso. Also die Sounds sind schöne Adlib-OPL-Sounds, die ich natürlich, je nachdem, was für ein Soundsystem ihr da auswählt, aber ich nehme ja immer Soundblaster beziehungsweise Adlib und die sind auch ganz nett. Das ist so diese üblichen Sounds, die man von allen Micro-Pro-Simulationen kennt. Dieses Brumm in den Explosionen, man hört einen Zischen oder mal einen Laserschuss. Viel mehr ist es dann aber auch nicht. Ich glaube, man kann das Brummen des Antriebs an- und ausschalten, weil das ist dann halt ein Brummen, was einem nach der Zeit auch auf die Nerven fällt. Das war es großartig schon. Sie tragen zur Immersion bei, will ich sagen, aber ich glaube, da wäre auch noch Luft nach oben gewesen. Wie du schon sagst, andere Hintergrundgeräusche oder ich glaube, der Maschinenraum hat nochmal andere Geräusche gemacht, oder? Der hat noch so andere Hintergrundgeräusche gemacht, ja, aber zum Beispiel Geräusche, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder weiß ich nicht, wenn man ein anderes Ziel ausgewählt hat oder ja, es wäre einige Möglichkeiten gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, dadurch wäre die Immersion richtig, richtig groß gewesen. Nein, 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 nein. Die Immersion bei dem Spiel ist grundsätzlich nicht so hoch. Anders wie bei allen anderen Microprose-Spielen gibt es mehr oder zumindest allen anderen Microprose-Spielen, die wir bis jetzt hier auf dem Kanal hatten. Ich habe die Adventures weggelassen, aber nee, 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 da muss ich widersprechen bei den Microprose-Spielen, die für die NES rausgekommen sind. Da war immer Musik dabei. Nein, nein, das wollte ich ja nicht sagen. Ach so, ich dachte, du wolltest den Warnengag wieder rausholen. Nein, nein, ich wollte sagen, dass alle Microprose-Spiele, die ich glaube ich bis jetzt gespielt habe, immer nur ein Musikstück hatten. Nur einen Theme-Song und das ist hier ja anders. Hier gibt es richtig viele Musikstücke. Hm. Okay, Civilization, das ist ja alles später rausgekommen, ne? Hm. Railroad Tycoon ist später rausgekommen. Ja, könntest du es recht haben. Ja, aber auch Railroad Tycoon hat nur ein Musikstück. Nein, zum Beispiel, wenn du am Bahnhof bist, hast du doch ein anderes Musikstück, wenn da ein Zug rauskommt. Ist nicht alles das Gleiche? Nein, 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 wenn eine Brücke gebaut wird, gibt es auch wieder eine Melodie. Ah, okay. Ich glaube nicht, dass es die Titte-Melodie war. Nee, dann, ich dachte, für mich klang das alles nur nach dem Gleichen. Aber es war später, Selma, oder? Nach 91. Railroad Tycoon nicht, nee. Das war früher, okay. Ja. Ist auch egal. Dann können wir die Aussage nicht so stehen lassen. Ist egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt ein, ja, Theme-Track dazu und dann hat jede Alien-Rasse ihren eigenen, ja, sehr ikonischen Soundtrack, finde ich. Der auch mit der Art und Weise, wie die Aliens mit dem Spieler kommunizieren und wie sie aussehen, irgendwie auf wunderbare Art und Weise zusammenpasst. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gibt hier zum Beispiel diese Aliens, die so aussehen wie Trompeten, da ist dann auch so ein bisschen, der, was heißt so ein bisschen, ist schon ganz schön stark, die Hintergrundmusik, trompetig und immer wenn die was sagen, dann sieht es so aus, als würden sie Trompeten und so weiter und das klingt auch von ziemlich cool bis irgendwie ziemlich strange. Ja, ich bin auch ganz froh, dass du mich darum gebeten hattest, etwas weiter zu spielen und zu den Aliens zu gehen, weil die Musik fand ich auch tatsächlich passend und gut und abwechslungsreich, im Gegensatz zur Titelmusik, die ja auch über die gesamten, ja, über das gesamte Intro läuft. Was ziemlich lange ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das hat ein sehr langes Intro, ja. Die fand ich fürchterlich, ja, ist ziemlich lange, genau, weil dort nämlich die einzelnen Raumschiffe vorgestellt werden, neben der ganzen Hintergrundgeschichte, was eigentlich ganz cool ist und auch grafisch eigentlich ganz gut gemacht ist. Aber nur bei Hyperspace, nicht bei Lightspeed. Nur bei Hyperspace, okay, okay, bei Hyperspace zumindest, aber die Musik, die gefällt mir gar nicht. Sie ist disharmonisch, sie ist kalt, sie ist, ach, nicht im Takt, sie führt zu körperlichem Unwohlsein bei mir, diese Art von Musik. Also sie gefällt mir nicht und deshalb war ich echt froh, dass ich doch ein bisschen weitergemacht habe und mir dann die Aliens angeschaut habe, weil da ist es anders und da finde ich es gut. Aber die Titelmusik, die ist wirklich fürchterlich. Aber zur Titelmusik hast du auch noch was zu sagen oder war das ein anderes Stück? Nee, 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 das war die Titelmelodie. Ich habe leider nicht mal herausgefunden, wer von den Sounddesignern das war. Einer von denen ist nämlich später mit Sid Meier zu Firaxis gegangen und hat dort das gleiche Theme geremixt als den Theme Song zu Alpha Centauri und die Musik, die den... Aber da hört es sich ganz anders an, oder? Also da habe ich nicht, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass mich die Musik so gestört hat. Nee, ich glaube, wo du drauf ansprichst, ist dieses komische Piepen, dieses Piepen am Anfang, das gehört ja so ein bisschen zu diesem MPS-Logo und das hat auch Civilization und das haben ganz viele andere Spiele, nur da erholt sich diese Musik, dieses Piepen, dieses Disharmonische irgendwie wieder. Du hast recht, hier ist es, weil es halt sehr lange, stille Szenen oder Stücke, stille Episoden in dem Stück gibt, klingt das irgendwie ganz komisch. Wie ist dir denn die Störung von der Hand gegangen? Ich vermute mal, du hast dir die Tastatur Shortkeys angeguckt oder? Ja, auch, aber ich habe mir einen Joystick geholt und den angeschlossen und den auch direkt konfiguriert, das muss man ja machen, wenn man das Spiel dann lädt. Ich habe Kalibriert, meinst du? Kalibriert, genau. Ich habe Hyperspeed gespielt und ich fand sie nicht gut, die Steuerung. Ich fand die Steuerung im Flug sehr träge. Ich hatte zuerst gedacht, das lege möglicherweise daran, dass ich keine Geschwindigkeit aufgenommen hatte, aber als ich dann Gas gegeben habe, Schub gegeben oder was auch immer man da sagt, da war das nicht viel anders. Also es ist nicht besser und nicht schneller geworden und ja, ich weiß nicht, man stellt sich etwas anders vor, aber vielleicht ist es auch eine falsche Denke. Warum? Dieses Raumschiff, die Trailblazer, das ist ja kein kleiner, schnittiger Jäger. Das ist ja schon ein großer Prummer. Es ist ein Scout. Also eigentlich müsste der ja noch kleiner sein wie ein Jäger, oder? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass es ein riesen Kasten ist, den ich da manövriere. Und dann macht es vielleicht Sinn, dass es sich wie ein LKW fährt. Ja, vielleicht. Ich glaube, im Intro wird sogar gezeigt, irgendwie wie groß die ist. Ich glaube, da gibt es irgendwie so eine Anzeige in 500 Meter oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich fand die nicht gut, die Steuerung. Nee, ist er auch nicht. Dazu kommt noch, dass es, wie das zu der Zeit üblich war, ein Tastaturschablonenspiel ist. Also es gab ja diese Tastaturschablonen, die man dann, die waren so ausgestanzt, die konnte man über die Tastatur legen und dann stand daneben und darüber über den F-Tasten und so weiter, welche Taste was macht. Das hat aber zur Folge, dass natürlich die Tasten, die außen an der Tastatur sind, bevorzugt benutzt werden, weil da muss ich ja nur einen Pfeil zur F1-Taste machen. Und dann kann ich dran schreiben, was das ist. Wenn ich zu D will, wie mache ich das denn geschickt? Dann muss ich an den anderen Tasten vorbei, sodass der Spieler das noch gut erkennen kann. Deswegen sind diese Tastaturschablonenspiele, bei Microprose ist es immer so, dass die Zahlentasten mit allen möglichen komischen Funktionen benutzt sind. Und die untere Reihe, also die Y oder Z, X, C, die sind auch alle mit Funktionen belegt. Und deswegen siedelt sich in der Mitte irgendwie nie was an. Und deswegen sind die auch eigentlich nie so richtig eingängig. Das ist hier auch so, aber hier ist es nicht so schlimm, weil ich meine, ja, ob man Torpedos drückt oder 5, nach der Zeit hat man das raus. Aber das muss man halt wissen, dass man erstmal so ein bisschen üben muss und auswendig lernen muss, welche Taste wirklich was macht. Aber so viele Tasten gibt es da noch nicht wirklich. Ja, Spielumfang. Die Spielzeit hängt weniger davon ab, wie, hm, wie drücke ich es am besten aus, wie weit ich in dem Upgrade-Tree oder so von meinem Raumschiff bin, sondern sie hängt von der Anzahl und der Komplexität dieser Galaxien ab. Wie viel Story, wie viele Aliens kann ich dort entdecken, wie viele, wie viele Möglichkeiten versuche ich zu benutzen, um die Aufträge der Aliens zu umgehen. Hintergehe ich eine Alienrasse, was wirklich möglich ist und ziemlich interessant ist oder verbünde ich mich mit der einen Alienrasse und kämpfe mit der gegen andere. Kämpfen, also ihr müsst euch das jetzt nicht so vorstellen, dass man mit mehreren Raumschiffen in die Schlacht zieht, aber die sagen dann, okay, wir kämpfen mit dir, hier hast du ein paar Ressourcen, zieh los und mach die anderen platt zum Beispiel. Sowas in dieser Richtung ist dann das gemeinsame Kämpfen. Und das ist auch wirklich das, was Spaß macht und was einen auch durch die Story motiviert, weiterzuspielen. Der Rest leider nicht. Und wenn man dann diese ganzen Bauteile und so das nur aufs Nötigste beschränkt und versucht sich auf die Story zu konzentrieren, dann hat man schon relativ viel Zeit, die man trotzdem noch in dieses Spiel investieren kann, wenn es einem gefällt. Also wenn man über diese ganzen Fehler, über die wir im Gameplay gesprochen haben, drüber hinweg schauen kann, dann bekommt man eigentlich, zumindest in Hyperspeed, vier Galaxien mit ziemlich coolen Storys, die auch unterschiedliche Lösungswege haben. Zumindest gehe ich davon aus, dass sie cool sind, weil ich habe nur zwei dieser vier probiert und das war schon sehr, sehr interessant. Also ihr habt das ja, oder wenn ihr möchtet, im Replay selber gesehen. Also da ist ja alles drin, von Verbünden, Hintergehen, bis Zeitreisen und Verrat, Intrige, alles mögliche. Also das ist unglaublich komplex für ein Unternehmen oder für einen Entwickler, der eigentlich nur Storylose oder relativ Storylose Simulationen und Strategiespiele vorher gemacht hat. Du hast noch Zeitlimit bei dir stehen, das ist halt, wie gesagt, unterschiedlich. Es gibt ein Zeitlimit, aber das Spiel lädt einen trotzdem zum Erforschen ein. Sprechen wir kurz über den Boxinhalt. Ich meine, ihr habt es ja in der ersten Folge gesehen. Hat ihr da irgendwas besonders imponiert oder hast du da irgendwie etwas besonders positiv im Gedächtnisbehalten? Ja, tatsächlich. Und zwar bei Lightspeed sieht man auf dem Cover den Kopf des Piloten in einem Helm, in einem futuristischen Helm. Und zwar ist das ein echtes Bild. Also ein echter Mensch mit einem echten Helm, wo dann aber drauf auf der Oberfläche ein Raumschiff drauf gemalt wurde, aber so gut, dass es echt aussieht. Also wir reden hier über Fotorealismus. wie eine Reflexion, meinst du, ne? Genau, wie eine Reflexion auf dem Helm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das hätte mich damals auch angetriggert, weil es nicht eines dieser Zeichnungen waren, die man halt kennt von diesen Spielen, sondern mal was anderes. Und das hat mich erinnert ein bisschen an dem Cover von Rescue of Fractalus von Lucas Games, das wir ja auch mal im Replay hatten. Und wenn du dir dort mal das Originalcover ansiehst, da ist es genauso. Und dann ist auch ein Bild des Raumschiffs dabei. Das war ja kein Zufall, weil das waren die Designer von Star Wars, die da mitgeholfen hatten. Und das fand ich hier wirklich sehr gut. Leider ist das bei Hyperspeed nicht mehr der Fall gewesen. Da war das jetzt eine ziemlich langweilige Grafik. Da wäre ich wahrscheinlich achtlos vorbeigegangen, weil ich gedacht hätte, das ist ein Ballerspiel. Aber bei Lightspeed, da wäre ich, glaube ich, an der Schachtel stehen geblieben im Laden. Ja, das ist ganz interessant, dass du es erwähnst, weil diese realistischen oder realistisch anmutenden Cover diesmal von Microprose hier gar nicht so richtig gewöhnt, würde ich sagen. In den USA ist das aber gar nicht so unüblich gewesen. Zum Beispiel das Cover von M1 Tank Platoon in den USA, das hat auch einen richtigen M1 vorne drauf. Das ist ein wenn minimal bearbeitetes Foto. Und in Deutschland ist das dann, glaube ich, wieder so ein gemaltes Ding geworden. Also einige Covers sind gut rübergekommen, einige nicht so gut rübergekommen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man sich da jetzt bei gedacht hat. Für Hyperspeed das komplett, diese Fotografie-Sache ad acta zu legen, vielleicht war das einmal einfach damals so. Ich weiß nicht, ob danach noch Spiele rausgekommen sind, die das hatten. Vielleicht war das einfach so ein Übergang in der Zeit und deswegen haben sie für Hyperspeed halt davon abgesehen. Ansonsten ist es eigentlich in der Box, habt ihr ja gesehen, ist eigentlich das Übliche drin. Das Handbuch ist etwas dünner, ist halt auch nicht so ein komplexes Spiel, dass man da jetzt ein großartiges Handbuch oder dickes Handbuch für bräuchte. Es gibt schöne, nette Illustrationen da drin, es wird auch über Alien-Rassen, über das Raumschiff wird philosophiert. Mir hat das Handbuch insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Es trägt auch definitiv zur Immersion bei, was ja der Rest jetzt nicht so hat, sondern für mich war das Handbuch schon ein sehr, sehr großer Immersionsträger, wenn man so möchte. Die Immersion, das ist ein gutes Stichwort. Warst du sofort drin? Also ich meine, so ein Cockpit hilft, zumindest bei mir, hilft das ja immer. Das ist schon mal immer immersiv. Geht dir das auch so? Ja, ich glaube, das ist ein Mittel für Computerspiele, um tatsächlich den Spieler ganz schnell reinzukriegen. Die Ansicht aus einem Cockpit, aus einem Auto, aus einem Fahrzeug, wo man so einen A3D-Effekt hat, weil man halt die Armaturen und ähnliches vor sich hat. Testdrive und ähnliches. Da bin ich komplett bei dir. Ich habe es aber nicht lang genug gespielt, um das wirklich ernsthaft beurteilen zu können, wie das dann weitergeht. Was mich schon gestört hatte, war diese fehlende Außenansicht, die ich zumindest nicht gefunden habe, aber ich glaube, es gab keine. Und wie du auch schon sagtest, dass man nicht nach rechts, links, hinten gucken konnte. Es trägt halt dazu bei, dass man sich mittendrin fühlt. Ob man jetzt links und rechts Fenster hat und da etwas erkennen kann oder ob man nach hinten guckt, spielt für mich erstmal nur eine geringe Rolle. Es zeigt halt, dass ich mich in einem Raum befinde und es hilft mir halt, mir vorzubestellen oder vorzustellen, was um mich drumherum ist. Und das finde ich halt schon sehr angenehm, um mich dann besser in das Spiel hinein versetzen zu können. Ansonsten ist es leider so, dass die Immersion am Anfang ziemlich hoch war und dann immer weiter abnimmt, indem man merkt, dass dieses ganze Bauteile tauschen und so weiter mehr Arbeit wie Spaß ist. und dann verliert mich halt sowieso schnell die Immersion. Also von daher, ich glaube, das ist auch so mit der größte Grund, warum ich so ein bisschen enttäuscht bin vor dem Spiel, weil ich weiß noch, dass ich am Anfang angefangen habe und jetzt sind wir schon so ein bisschen beim übernächsten Punkt, dass ich mir beim Anfang mich gewundert habe, warum finden das alle so schlecht? Warum hat das so schlechte Bewertungen gekriegt, das Spiel? Das ist doch richtig, richtig cool. Haben die das nicht richtig gespielt oder was? Doch, haben sie. Und man muss es erst ein bisschen spielen, bis die Macken auffallen. Ich meine, wer es sowieso im Regal stehen hat und auch nicht gespielt hat, kann sich das ruhig mal angucken. So die ersten paar, zwei, drei Stunden ist das schon interessant und macht Spaß, weil es halt was anderes macht. Aber so richtig der Brüller ist es nicht. Es hat halt auch viele innovative Ideen, finde ich, ganz vorneweg und das, denke ich, sehen wir daran, dass Star Control sich das kopiert hat, dieses Kommunikationssystem mit den Aliens, dass die halt anders sind, dass jeder andere Grafiken hat, dass jeder eine andere Sounduntermalung hat und sowas. Das war schon, finde ich, sehr, sehr innovativ. Das hat wirklich was gebracht fürs Genre. Alles andere irgendwie nicht so. Ich meine, das mit dem Maschinenraum ist auch innovativ, nur hat es wahrscheinlich einen Grund, warum es niemand gemacht hat bis jetzt. Aber wir haben den Punkt Verbesserungsvorschläge übergangen und hier geht es wirklich nur darum, dass es vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten sind, die man verbessern könnte, um ein besseres Spiel draus zu machen. Es geht natürlich nicht darum zu sagen, okay, mach einfach detailliertere 3D-Modelle. Das dauert halt noch mehr Galaxien. Ja, genau. Das dauert halt viel zu lange. Es geht halt so um kleine Punkte. Hast du da irgendwas, was dir sofort ins Auge gestoßen ist? Das war tatsächlich die Steuerung, weil das war dann auch die Einstiegshürde für mich, wo ich dann gedacht habe, ah nee, da habe ich irgendwie keine Lust. Das gefällt mir nicht. Das fühlt sich nicht so toll an. Also an der Steuerung, da müsste man was machen, um es etwas, na nicht fluffiger, aber ein bisschen schneller und direkter zu machen. Also ich habe mehrere Punkte. Ganz voran, dieses Schadenssystem an den Pods und so weiter, wie Schilde funktionieren, das finde ich unglücklich. Ich fände es besser, wenn man vielleicht mehrere Module braucht, um ein Upgrade zu machen, wenn man vielleicht aus drei Stufe 1 Modulen ein Stufe 2 Modul machen könnte, irgendwie sowas, aber die dafür nicht immer ständig zerstört werden würden, wenn man die Schilde vernünftig ausgerüstet hat. Vor allen Dingen auch nicht, die zerstört werden würden. Ich dachte ja am Anfang, auch das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man dann im Kampf ist und merkt, es geht nicht mehr richtig, dann baut man einfach alle Module aus. Das Raumschiff kann hier so gar nicht kaputt gehen. Das geht ja erst kaputt, wenn alle Module weg sind. Also mache ich erst mal alle Module weg. Dann kann das Raumschiff nicht kaputt gehen. Ja, geht ja auch nicht, weil die Module halt in diesem Lager halt auch kaputt gehen. Aber so dachte ich. Und dann war ich auch schon, weil ich hatte genauso gedacht wie du. Ach, dann ist es ja ganz einfach. Nee, so war es dann halt nicht. Aber ja, also das müsste man auf jeden Fall ändern. Dann finde ich, muss man auch ändern, dass die Schüsse die Schüsse nicht zerstören können, was dann zur Folge hätte, dass es ein dynamischerer Kampf wird, weil man dann halt versuchen muss auszuweichen. Dann muss man natürlich, wie du sagst, an die Steuerung ran. Dann wäre es sicherlich auch interessant gewesen. Und das ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das viel Arbeit ist, das zu ändern. Man hätte den Handeln ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken können. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen. Es gibt so eine Universal, naja, nicht wirklich eine Universalhandlung, aber der Spieler bekommt sozusagen schon mal Credits von der Basis mit. Das sind so Disketten mit Informationen über die Menschheit. Und ich bin dann, ehrlich gesagt, jemand, der, ich gebe doch Aliens jetzt nicht die Geheimnisse der Menschheit. Wir wollen doch hier in der gleichen Galaxie bleiben. Das geht doch nicht. Den gebe ich dann doch noch nichts. Also, nee, das läuft nicht. Du Verräter. Genau. Das fände ich halt auch interessant, wenn man dann halt, das ist halt nur ein Ich-Problem, nenne es halt anders irgendwie, nenne es Gold oder weiß ich nicht was, ist auch egal. Jedenfalls fände ich besser, wenn das ein bisschen mehr der Handel in den Vordergrund gesetzt werden würde. Und, aber ich glaube, das ist komplexer, wenn der Spieler halt auch eine kleine Crew mit an die Hand gegeben bekommt. Dass man zum Beispiel jemanden hat, der rudimentär schon mal darauf aufpasst, versucht dieses Point-Defense-System zu benutzen. Der ist vielleicht nicht so gut wie der Spieler, aber der trotzdem schon mal anfängt ein bisschen auf Gegner zu schießen oder vielleicht jemanden, der im Maschinenraum ist und nicht so clever und so schnell wie der Spieler die Module austauscht, aber dann vielleicht doch schon mal Module austauscht oder wenigstens Reparaturen anstößt oder sowas. Das hätte das Spiel, glaube ich, um einiges besser gemacht, weil es wirklich schade ist, weil der Kern, diese Story mit den Aliens und so weiter, das macht wirklich, wirklich Spaß und das ist auch lustig und da entstehen interessante Storys und das ist auch nicht so starr, wie man sich das vorstellt, weil man halt, und das betone ich deswegen öfter, damit es nicht untergeht, weil man unterschiedliche Möglichkeiten hat, an Situationen heranzugehen und das ist schon innovativ auch gewesen. Ich weiß es nicht, ob es das erste Spiel ist, was das gemacht hat, ich vermute mal nicht, aber für mich als Microprose-Fan ist es das erste Microprose-Spiel, was dir mehrere Möglichkeiten gegeben hat, an ein Story-Problem ranzugehen. Ja, und bezüglich anderer Besatzungsmitglieder, es gab ja schon Vorbilder dafür, zum Beispiel C5 Trading Company von Accolade, was ja 1986 rausgekommen ist, wo du ja auch ein Raumschiff hast und da musst du dir zunächst einmal deine Crew-Besatzung auswählen, aus vorgefertigten Charakteren, die alle was Besonderes können und die hast du dann auf den einzelnen Stationen und die steuerst du mittelbar. Und da werden ja auch Geschichten erzählt. Also es gab Vorlagen, da hätten sie sich das wirklich mal anschauen können, aber vielleicht war keine Zeit mehr, vielleicht wärst du komplex geworden, keine Ahnung. Wir müssten mal vielleicht ein Interview mit Andy Hollis führen. Das organisierst du, weil da würde ich auch gerne dabei sein, aber den erreicht man halt nicht. Leider. Ich glaube, der hat auch keine Lust mehr. Erwartungen zum Spiel, ich habe es damals natürlich nicht gespielt, aber ich hatte natürlich schon Erwartungen, als ich die Box gekauft habe oder das Handbuch mir dann angeschaut habe, die Box geöffnet habe und angeguckt habe, die haben sich überhaupt nicht bestätigt. Weil am Anfang war ich wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr begeistert von dem Spiel und habe mich immer wirklich gewundert, warum das alle so schlecht finden. Das ist doch richtig toll. Und die Idee ist auch toll, nur die Umsetzung dann halt leider nicht so richtig. Und deswegen war ich am Ende enttäuscht. Also es ist, ich will nicht sagen, das schlechteste Microprose-Spiel, bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall das schlechteste Microprose-Spiel, was wir hier bis jetzt auf dem Kanal gespielt haben. Haben das die Redakteure der damaligen Zeit auch so gesehen? Vielleicht, du hast glaube ich, ja, du hast Hyperspeed, ich habe Lightspeed. Dann fange ich mal mit Lightspeed an. Fang du mal an, genau. Aber da habe ich auch noch eine Ergänzung gleich, aber fang du mal an. Sehr gut. Also ich habe mir diesmal die ASM 1.91 ausgesucht, weil die es wohl ziemlich gut fand. Die sagt nämlich Grafik, die EGA Version 7, die VGA 8, was glaube ich ziemlich viel ist. Ich bin mir bei der ASM immer irgendwie nicht sicher, ob das jetzt der Zeitraum ist, wo sie bis 10 Punkte gegeben haben oder der bis 12, keine Ahnung. Aber es kommt mir erst mal viel vor. Steuerung 9, das kommt mir viel zu viel vor. Handlung nur 8, Atmosphäre 10 und Preisleistung 9. Und sie sagen dazu, Lightspeed ist eine Art abgespecktes Hardnova. Über Hardnova müssen wir auch noch mal sprechen. Ja, müssen wir. Aber da müssen wir erst mal den ersten Teil sprechen. Grafikanleitung und Handhabung überzeugen. Solide Adventurekost für Anfänger mit einem Schubaction und Strategie. Da kann man nichts falsch machen. Profis sollten angesichts des deftigen Preises erst einmal Probe spielen. Die fanden es gut. Ich habe mal ein bisschen in der angloamerikanischen Literatur nachgeschaut. Und da gibt es ja eine Zeitschrift, die wir ja sehr schätzen. Und zwar die... Computer Gaming World. Und 1996 wurde das Spiel als das 46. schlechteste Spiel aller Zeiten gewählt. Die Ausgabe haben wir uns sogar angeguckt, Alexander. Echt? Die haben wir uns damals ausges... Okay. Die haben wir uns sogar angeguckt. Und da habe ich damals schon gesagt, ich verstehe das überhaupt nicht. Naja, gut. Dann kommen wir zu Hyperspeed. Powerplay 3.92. Und zwar hat Michael Hengst sich dieses Spiel hier angenommen. Titel des Artikels. Und das ist wirklich nur ein ganz kurzer... Kann man überhaupt sagen, ein Artikel? Heute würde man sagen, das ist so ein Teaser, ja? So kurz ist das Ding. Nicht schon wieder. Und zwar... Allergute Dinge sind zwei, dachte sich Microprose und veröffentlicht dieser Tage den Nachfolger zum dreidimensionalen Weltall-Ballerspiel Lightspeed. Generell hat sich in Hyperspeed gegenüber dem Vorläufer nicht viel getan. Ihr steuert ein super dickes Raumschiff, das erklärt wahrscheinlich die Steuerung selber, durch verschiedene Galaxien. Das Ziel, besiedelbare Planeten finden, Rohstoffe abbauen und Kontakte zu fremden Rassen knüpfen. Allerdings gibt es in Hyperspeed 4 statt der zwei Universen des Vorgängers. Während des Fluges seht ihr das Weltall durch das Cockpitfenster eures Raumers. Auftauchende Objekte, zum Beispiel Raumschiffe, werden in ausgefüllter 3D-Grafik gezeigt. Per Knopfdruck lässt sich eine Übersichtskarte eines einzelnen Sonnensystems oder der kompletten Galaxis aufrufen. Kommt ihr zu einem Kampf mit Außerirdischen, feuert ihr wahlweise mit dem Mutterschiff oder schickt kleine Abfangjäger ins Gefecht. Zwischendurch muss der Maschinenraum kontrolliert und eventuell beschädigte Teile ausgetauscht oder bei netten Aliens eingekauft werden. Und die Wertung hierzu war, naja, sagt Michael Hengst, das nenne ich dreist. Unter den Deckmäntelchen eines neuen Namens wird hier einfach ein, zudem noch eher mäßiges Uraltspiel, Klamm-Office von 1990, zum zweiten Mal Fall geboten. Unterschiede zum ersten Spiel findet man bei Hyperspeed nicht. Nur zwei zusätzliche Galaxien und einige neue Alien-Bildchen werden dem Neuling verpasst. Das hätte man auch locker als eine Zusatzdiskette rausbringen können. Warum die Programmierer außerdem rund ein Jahr gebraucht haben, um den, in Anführungsstrichen, Nachfolger fertigzustellen, ist mir schleierhaft. Wer Lightspeed schon hat, kann sich Hyperspeed sparen. Neukäufer greifen zu besseren Action-Strategie-Mixes. Grafik 52, Sound 58, Schwierigkeitsgrad leicht. Das sehe ich nicht so. Es ist kein leichtes Spiel. Nee, das kam mir auch nicht so vor. Also vielleicht hat der Michael Hengst sich nicht so ausgiebig damit beschäftigt. Aus der Jugend- und Erwachsenensicht können wir jetzt beide nicht vergleichen, weil wir es ja in der Jugend nicht gespielt haben. Und würdest du es heute jemandem empfehlen? Nein, ich wüsste nicht warum. Klar ist diese Funktionalität mit dem Maschinenraum ganz cool, aber sich deshalb das Spiel anzutun, würde ich sagen, nein. Ich glaube auch, wenn man das, wie ich eben schon mal gesagt habe, in seiner Sammlung jetzt zufällig hat, dann kann man das natürlich schon mal anspielen, ein, zwei Stunden. Aber mehr muss dann auch nicht sein. Du hast noch herausgefunden, dass das bei GOG und bei Steam liegt. GOG für 5,99 und bei Steam für 6,99? Richtig, richtig. Also die Rechte sind irgendwann mal gekauft worden und das Spiel ist dann für beide Plattformen verfügbar gemacht worden. Man kann es also kaufen. Ich glaube, das war auch Nightdive oder so, die das, glaube ich, gekauft haben. Aber das ist ja so ein Preisunterschied, weiß ich nicht. Und du sprichst von Hyperspeed, ne? Ich spreche von Hyperspeed tatsächlich, ja. Ja, Alexander, damit hätten wir doch anderthalb Stunden gebraucht, um das hier aufzuräumen. Ja, wird ein lustiges Geschnippel, aber das kriege ich noch gekürzt. Okay, das hoffe ich mal, ne? Es hat mich gefreut, mit dir aufzuräumen, Alexander. Ich habe viel Spaß gehabt, das Spiel nochmal Revue passieren zu lassen. Fast schon mehr, wie es zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, deswegen sind wir ja auch hier, um Spiele zu spielen, die halt vielleicht nicht so populär sind. Es hätte ja auch gut sein können, oder? Es hätte gut sein können, aber es ist ja gut geworden, weil unser Projekt Cleanse Garage ist ja durch, ne? Richtig, richtig. Das ist auf jeden Fall gut geworden, das stimmt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seht uns beim nächsten Mal wieder zu, wenn wir das nächste, vielleicht nicht ganz so gute Spiel oder vielleicht sehr gute Spiel ausgraben und spielen. Bleibt uns gewogen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Alexander. Tschüss, Selma. Hast du Lightspeak gespielt, Robin, oder war das jetzt auch wieder für dich was, was man lieber spielen lässt? Ich glaube, ich habe es damals nicht gespielt. Es ist, glaube ich, von 1990. Da war der Robin in Wing Commander-Zeiten. Und das hätte mir viel zu viel Story gehabt, glaube ich. Ja, da haben wir noch einen weiteren Retro-Talk. Heute haben wir tatsächlich mal wieder drei Stück. Hatten wir auch schon angekündigt. Wir schalten einmal in den Sommersalon vom Clubhaus St. Pauli und gucken mal, was ich da so zu unserem Retro-Spieler-Club erzählt habe, beziehungsweise wie ich damit umgegangen bin, dass die beiden Moderatoren eigentlich nicht spielen und das auch mehrfach betont haben. Ich sehe schon die ganze Zeit, Stefan, dass da vorne ein Film läuft. Ist dir das auch aufgefallen? Nein, ich habe nicht aufgefallen. Also das Komische ist ja, ich habe keinen Fernseher zu Hause, aber sobald irgendwas flümmernt, bin ich total un. Deshalb ist es mir wahrscheinlich aufgefallen. Und umso interessanter finde ich, dass wir hier vorne auf unserem Europa ja auch gar nicht wirklich alleine sitzen oder auf unserer Plattform oder wie man es immer nennen möchte. Ja, du hast nämlich Gäste eingeladen. Du lädst ja auch mal Gäste ein. Also wir machen das zusammen. Und das sind Menschen, die uns irgendwie im Alltag über den Weg laufen, sei es, weil wir sie persönlich treffen oder weil wir irgendwas lesen oder weil wir einfach neugierig sind. Und Stefan und ich sind tatsächlich sehr, sehr neugierig. Und all das, was in dieser Stadt passiert, was mit Kultur zu tun hat, das fixt uns irgendwie an. Und deshalb haben wir heute hier schon einen Talkgast sitzen. Das finde ich toll, dass du hier vorne gleich schon mit sitzen geblieben bist. Auf jeden Fall. Patrick, ich reiche dir das Mikro und da würde ich sagen, herzlich willkommen und einen herzlichen Applaus auf jeden Fall. Ja, kommt zu uns. Das kann man sich näher ran, Patrick. Ich glaube, wir hatten noch nie jemanden bei den Wohnzimmel-Geschichten, der das macht, was du machst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ziemlich einzigartig, was du oder, das ist ja auch nicht alleine, was sie auf die Beine gestellt haben. Du kommst vom Retro-Spiel-Club. Das ist grundsätzlich richtig. Wir treiben ein Museum in Hamburg-Horn, aber das ist kein Museum, wie man sich das vorstellt, wo alles in der Klasse steht. Bei uns können Leute hinkommen und die Spiele und Computer- und Technikkultur der letzten 50 Jahre selbst erleben. Das heißt, man macht eine Zeitreise in der Vergangenheit von alten Spielekonsolen, Homecomputern und Arcadeautomaten und Ähnlichem. Und bei uns darf alles angefasst werden. Alles soll gespielt werden und ausprobiert werden. Und das macht natürlich keiner, weil die Sachen sind teilweise 30, 40, 50 Jahre alt. Und bei unseren ersten Testläufen hatten wir diverse Museumsprobatoren zu Besuch, die gesagt haben, das muss alles in der Klasse, das geht ja sonst kaputt. Aber das ist nicht unser Konzept. Wir wollen das Jung und Alt erleben können, was es damals oder vor vielen Jahren oder einigen Jahren alles so gab. Und das scheint zu funktionieren, denn wir hatten erst die Klischeevorstellung, dass bei uns nur Männer ab 35 vorbeikommen, die sich in ihre Jugend zurücksehen, und das ist völliger Quatsch. Wir haben inzwischen gemerkt, dass Menschen von 8 bis 99 bei uns wirklich Spaß haben, diese Zeiten entweder neu zu erleben oder noch einmal wieder zu erleben. Und dafür bieten wir halt Geräte an, die jeder kennt oder auch Sachen, die vielleicht gar nicht in Deutschland bekannt waren und ähnlich ist. Es gibt die Standardsachen, aber es gibt halt auch Sachen, die wahrscheinlich keiner kennt. Patrick, wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen jetzt hier so einen Retro-Spiele-Club in Hamburg auf? Das ist ja eine total absurde Idee. Also, dass man zu Hause ein bisschen daddelt, das kann ich ja vielleicht im Ansatz noch nachvollziehen, obwohl ich ja so gar nicht gepolt bin. Aber wie kommt man auf die Idee, zu sagen, wir machen das jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich? Also eigentlich sind wir gar nicht auf die Idee gekommen. Die Idee kam zu uns, würde ich eher sagen. Wir haben in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends, das ist schon viel her, haben wir in der Branche gearbeitet, haben verkaufte Spiele gehabt, einen Verein gehabt, wo es um Spiele ging und ähnliches. Und hatten dann mal eine Beziehung zu, aber irgendwann hat sich das mehr oder weniger erledigt gehabt. Wir haben andere Jobs gemacht, mussten dann unser Geld verdienen und haben die Sachen eingelagert. Damals waren das fast noch moderne Sachen, muss man dazu sagen. Und wir haben dann Jahre später gemerkt, dass wir immer noch im Büro einen Raum haben, der gefüllt ist mit vielen Kisten, die wir seit 20 Jahren nicht mehr angefasst haben. Und dann gesehen, oh, da sind noch die ganzen alten Amigas, die wechselt sich Nintendo, Sega-Konsolen und die ganzen Dinge aus den 80er, 90er Jahren. Und da haben wir gedacht, eigentlich müssten wir damit was machen. Und ja, dann haben wir nebenbei noch einen Podcast aufgezogen, den Retro-Kompott, und gemerkt, dass plötzlich 10.000 Leute auf dem Kanal waren und unsere Geschichten zugehört haben, wo wir nicht gerechnet haben. Wir dachten, wir machen das für uns oder für 10 Freunde. Und plötzlich waren da 10.000 Leute, die Spaß hatten an Retro-Dingen. Und dann haben wir gedacht, wenn da schon im Podcast-Bereich so viele Leute Interesse haben, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das Ganze mal wieder real erleben möchten. Und haben dann überlegt, wie wir das machen können. Und da war eine Art gespielbares Museum, der nahe die nächste Gedanke. Und so haben wir jetzt durch die 50 Geräte Spiele-Station aufgebaut, wo 60, 70 Leute theoretisch gleichzeitig Sachen ausprobieren können. Und jeder hat ja seine andere Beziehung, seine andere Erfahrung mit den Dingen und findet eigentlich immer einen Punkt, wo er ja entweder Erinnerungen hat oder etwas spannend findet. Ich erinnere mich, wie ich mit meinen Brüdern vorm Computer saß und dann in die Civilization oder so gespielt habe. Und immer, wenn meine Brüder dran waren, gewartet haben, bis die Zeit kommt, wo ich wieder durfte, weil jeder es so eine halbe Stunde hatte. Habt ihr, also wer von euch hat früher irgendwelche Computerspiele, Konsolen, irgendwie sowas gespielt? Ich? Was denn? Ich habe einen Anruf zu weit oder die Siegler. Siegler? Warte. Das hast du ja auch gemeldet. Das passt schon eher so, wie ich, wo ja. Also wenn ich jetzt Siegler höre, Entschuldigung mal bitte, wenn hier ich an das Gesellschaftsspiel, bin ich so analog oder was? Ja, das ist analog. Ah, dankeschön. Das ist ein ganz tolles Spiel. Wie Siegler? Aber das ist ja fast noch modern. Das ist ja nur 20, 25 Jahre alt. Genau. Also ich muss euch sagen, im Vorgestell haben wir hier über Gianna's Sister gesprochen. Das war der Amiga 500, wer kennt den denn? Ja, oder von C64. Stimmt. Kennt das irgendjemand von euch? Sind wir die Einzigen, die so alt sind? Nein, nein, nein. Wir haben uns hier unterstützt. Das Volle ist ja, man kann die Sachen ja auch heutzutage neu kennenlernen. Und wie gesagt, wir haben an dieses Klischee gedacht, wer sich da so ein Museum besucht. Und wir haben inzwischen Kindergeburtstage bei uns in der Location. Wir haben Pferden, die vorbeikommen. Wir haben völlig gegen das Klischee, hat letztens eine Zwölfjährige mit ihren Freundinnen bei uns gefeiert, im Geburtstag gefeiert und sich die Sachen aus den letzten 50 Jahren Spaß dran gehabt. Und wir hatten vor ein paar Wochen auch zum Beispiel einen Club älterer Herren, die sich Kulturevents in Hamburg anschauen. Und die haben bei uns auch stundenlang im Netzwerk gesessen. Die waren im Durchschnitt Mitte 70 bis 80. Also das Tolle ist wirklich, dass jeder da den Zugang zu findet. Weil wir stellen auch Sachen, bereiten die so vor, dass sie einfach sind. Also dass jeder auch mit wenig Erfahrung oder auch mal einfach noch probieren will, ja, gleich was erleben kann und probieren kann. Und alle Geräte sind angeschaltet und man kommt rein, sieht halt Dinge aus über 50 Jahren, Spiele und Technikgeschichte und kann einfach alles ausprobieren. Und alles kennen tut niemand, auch die Leute aus der Zeit. Und ich finde es halt toll, dass wir so interessiert sind daran, auch vor allem jüngere Leute. Wir haben auch viele Schulklassen, die sehr gerne wahrscheinlich noch ein paar Stunden länger geblieben werden. Patrick, wie ist das? Also ich komme in euer Museum, wenn ich das gefunden habe, wenn ich irgendwie darauf aufmerksam geworden bin, aber dann ist nicht alles hinter Glas, sondern die Idee ist tatsächlich ausprobieren, kommunizieren und miteinander auch dabbeln oder wie muss ich das machen? Wie man möchte. Also es ist nichts hinter Glas. Wir haben alles angeschaltet, bis wir so aufgebaut, dass wir es anschalten können. Es darf alles probiert werden. Und wir haben im Eingangsbereich zum Beispiel auch ein altes PC-Netzwerk stehen. Da können die Leute vom Rennspiel bis zu Quake, Doom oder sonst was auch die ganzen alten Multifair-Sachen ausprobieren. Auch da wieder die Anekdote. Für uns war es damals klar, wenn wir mit 10 Leuten 9 oder 20 Leute gespielt haben, sind wir mit Rechner durch die Stadt gelaufen und haben die irgendwo aufgebaut. Heute spielen die Leute das Netz und sind es gar nicht mehr gewohnt, in einem Raum gemeinsam zu spielen. Und das darf man gar nicht unterschätzen, dass wenn jetzt Jugendliche im Netzwerk spielen, sich dabei sehen, und zwar nicht über eine Webcam, sondern so richtig in echt. Das ist eine Sache, die die Jüngeren wieder fasziniert. Für uns war das völlig normal. Oder wenn man an einem Computer mit vier Leuten gleichzeitig spielt, jeder hat seinen eigenen Deutsch und spielt in einem Spiel mit. das kennen die Leute nicht mehr. Und das ist das Spannende, dass so etwas wieder was Besonderes wird. Und wieder so kann man sich das vorstellen. Man kommt an, dann gibt es eine kurze Einweisung, was wir alles so haben und dann kann man rumgehen, ausprobieren. Und das Tolle ist, dass sich dann irgendwann auch Gruppen finden, oder Leute finden, die miteinander Sachen ausprobieren. Und dadurch durchmischt sich das eigentlich im Extrem. Und wir haben eine Mischung an Leuten, da sage ich immer, die würden sich draußen auf der Straße nicht treffen wahrscheinlich. Und bei uns haben sie ein gemeinsames Thema, was sie eint und können darüber reden und gemeinsam das spielerische erleben. Egal wie alt, egal welchen Geschlecht, egal von wo sie kommen. Was würdest du sagen, ist die Faszination an diesen Spielen? Also, warum bist du so begeistert davon? Und warum sagst du das, egal ob es Kinder sind, die vorbeikommen, die 8, 9-Jährige sind begeistert oder dann bis ins hohe Alter? Die Einfachheit. Und jeder kann sofort losspielen. Das ist als Beispiel ganz simple Autorennspiele. Die haben 4 Tasten, links, rechts, Gas und Bremse. Und das kann jeder, egal ob 5 oder 100. Man setzt sich ran und hat nach wenigen Sekunden Erfolg. Und das hat man bei modernen Sachen teilweise nicht. Da muss man Stunden an Zeit investieren. Und bei dem Ding hat man sofort eine Reaktion vom Gegenüber, was ich eben sagte, oder von den Personen, mit denen man zusammenspielt. Und spannend ist, ob man gar nicht sagen kann, das oder das interessiert die Leute. Nein, das ist sehr offen. Und jeder findet eigentlich so seinen Bereich, egal von wo er kommt. Du beschreibst es jetzt so, als ob die Leute da hinkommen und jeder irgendwas findet, was ihn begeistert. Was begeistert dich am meisten? Gibt es ein Spiel, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsspiel, das könnte ich immer spielen, ohne dass es mir langweilig wird? Dann gibt es einige. Ich werde ja auch logischerweise bei Veranstaltungen bei uns auch dazu gezwungen, mal mitzuspielen. Ich habe gerne gespielt, ich habe mir vorhin gesagt, Joanna, es ist das klar, das war immer mein Mario, ich habe nie Mario gespielt, was viele nicht verstehen können. Aber ich mag ja auch die Multiplayer-Sachen. Ich weiß nicht, ob einigen von euch Bomberman kennt, solche Geschichten, gab es die Zeit bis heute in diversen Iterationen. Da spielen wir die Originalfassung auf dem Amiga von 1992, wo es wirklich nur auf Skill ankommt. Und jetzt kann man bis zu fünf Leuten spielen, was sehr viel Spaß macht. Und wir haben was ganz Besonderes, wir haben einmal eine Trommeltherapie, die wir anbieten von Nintendo, das nennt sich Donkey Konga. Trommeltherapie? Ja, ich nenne es so seitdem, dass, also wenn man die Menschen dabei beobachtet, hat es therapeutische Züge. Jeder hat zwei Bongos und muss im Takt der Musik auf den Bongos trommeln oder halt klatschen, da sind ein Phon drin. Und wenn man den Leuten dabei zuguckt, das sieht sehr interessant aus. Aber auch so was macht halt Spaß. Und was ich noch gerne mache, wir haben ein sehr altes Silvestik-Spiel, das ist ein Zehnenkampfspiel, wo der gewinnt, der am schnellsten am Joystick rüttelt. Das klingt jetzt völlig simpel, hat aber inzwischen das umführt, dass Leute seit Monaten versuchen, spezielle, Entschuldigung, wie ich so formuliere, Rüttel-Techniken rauszubekommen. Kann ich da mal kurz zwischenfragen? Also ich gehöre ja zu diesen Menschen, die noch nie verstanden haben, warum man sich mit Computerspielen zu Hause irgendwie einmottet, um daran die ganze Zeit rumzudadeln. Aber dieses Rüttelgedöhnt, das finde ich ja ganz interessant. Das heißt, ich muss halt rechts und links mit den Händen ziemlich agil sein, damit ich das schaffe, oder wie sieht das aus? Das ist eine genau korrekte Formulierung, ja. Wer am schnellsten rüttelt, gewinnt. Nein, Das ist aber auch jugendfrei. Ich sage immer so, ich sage immer allen bei uns, falls mal jemand Video auf der Macht bei diesem Spiel, Ton und Bild niemals trennen, ganz wichtig. Vor allem sind die Disziplinen, die Starthochsprung und ähnliches mit dabei. Also immer Bild und Ton gemeinsam genießen, sonst wird es schwierig. Aber es ist sehr behaltsam, wie gesagt, ich weiß nicht, viele kennen ja schon keinen Joystick mehr, das sind ja Details, die man wirklich richtig anfassen muss, und nicht ein kleines Gamepad. Und es ist so interessant, wie verschiedene Leute mit diesen Geräten umgehen. Allein das ist schon der Spaß wert. Und wenn dann dort in Vierergruppen um Millisekunden gekämpft werden, die Leute sind hinterher schweißgewartet. Und haben auch am nächsten Tag mit Sicherheit Muskelpahler rechten Arm, weil sie auf dem Zerweck sich ein altes Spiel gespielt haben. Und das erwartet früher auch keiner. Und das macht mir natürlich Spaß, A, sowas mitzuspielen und B, vor allem sowas zu beobachten. Auch da, egal wie alt, egal wer, es ist unglaublich, was da für Situationen entstehen. Ich muss sagen, ich bin selber überhaupt kein Gamer. Also irgendwie, es hat mich nie so richtig gereist. Ich habe auch eine Frage an dich, weil als wir in Thailand waren, kam ein kleiner Junge zu mir und hat mir ein iPad gegeben. Er hat mit mir zusammen was geguckt und ich würde gerne wissen, was du davon hältst. Es ist irgendwie ein aufgenommenes Spiel, wo man einfach nur zuguckt, wie Leute das Spiel spielen, aber man macht selber nichts. Was ja heute fast alle machen auf YouTube, Twitch und Co. Wir fliegen selber teilweise und da gucken auch viele Leute zu und wissen nicht warum. Warum macht man das? Weil man das vielleicht nebenbei macht oder weil man sich die Arbeit nicht machen möchte. Ich weiß es nicht. Ist halt ein Trend. Ich gucke selber nur rein, wenn ich bei Sachen nicht weiterkomme. Da gucke ich auch in solche Spiele, Videos mal rein. Aber ich finde es immer noch spannender, sowas selber zu machen oder selber Leuten nahe zu bringen, ganz ehrlich. Und das ist glaube ich auch das Besondere, weil, wie du schon sagtest, die Jugend konsumiert fast nur noch und bei uns kann sie aktiv werden und das Schönste war, wenn Leute gar nicht mitkriegen, dass sie da gerade an Museumsstücken spielen. Weil Kinder kriegen ja nicht immer sofort mit, dass das so 80, 90 ist. Und letztens hatte ich jemanden, das war der Satz, der war super, der sagt, das waren die geilsten Spiele, die er seit Monat gespielt hat, ob es die auch auf Steam gibt, also im modernen Download-System. Also weißt du, was mich immer irritiert ist, dass Menschen so viel Zeit damit verbringen können. Das ist natürlich ein Hobby und ich kann es auch in einer gewissen Art und Weise verstehen, dass man ans Ziel kommen möchte. Aber ich frage mich halt immer, wie kommt man dazu? Wie bist du zum Zocken gekommen? Wie bist du zu diesen Computerspielen gekommen? Durch den Job. Ich habe, wie gesagt, mal in einem Verkauf gearbeitet, in einem Verein gearbeitet, wo Spiele auch Berlin worden sind. Ich selber habe gar nicht so viel gespielt und bin teilweise auch bei den Spielen der halben Zeit hängen geblieben, weil man die einfach auch schneller oder kürzer spielen kann. Ich selber habe nicht die Zeit, in ein Spiel Dutzende oder auch Hunderte verstummt zu investieren. Die Zeit habe ich selber überhaupt nicht. Und deswegen noch ein Vorteil in den Retrospiele, da kann man mal 10 Minuten spielen oder mal ein Stündchen spielen und muss jetzt nicht 1000 Stunden irgendwas erreichen oder machen, bis man überhaupt wieder Erfolg hat. Das ist dann auch ein Vorteil, dass man das wirklich mit schnellem Zugang und wenig Zeitansatz machen kann. Wenn man jetzt eigentlich sagt, hey, das klingt irgendwie ziemlich geil, das ist nicht so, dass ich spiele allein zu Hause mit Luca oder Konsolen, ich kenne mich nicht so aus. Wo findet man euch, wie kommt man da vorbei, wie funktioniert das? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal haben wir, das lassen wir auch bei, halten wir auch bei, jeden Donnerstag ein Open House, da kann man 18 Uhr vorbeikommen, zahlt einmal 15 Euro Eintritt oder mindestens vier Stunden gute Unterhaltung. Was immer funktioniert, ist, wenn Leute in Gruppen vorbeikommen wollen, lohnt sich ab, vier Leuten, drei Leuten, bis hin zu 50, 60 Leuten, sagte ich ja bereits, kann man uns einfach einen Terminvorschlag machen und wir gucken, ob wir das dann hinbekommen, zeitlich, das heißt, man kann mit Freunden feiern, man kann bei uns feiern, man kann, wie gesagt, aus Spaß gewalt kommen, man kann sich ab Junggesellen abschieben, für Schulklassen, Fernen ist das perfekt, das heißt, für Gruppen jeglicher Art kann man auch einen flexibler Termin bei uns buchen, das ist immer so das Einfachste, da hat man die Location exklusiv und wir können uns noch mehr um die Leute kümmern, was einfach nur kurz erleben will, kann man am Donnerstag oder manchmal auch Samstags geöffnet vorbeikommen, da findet man die Infos auf unserer Homepage beim Retro Spielberg Club, das ist echt das Einfachste. Genau, du hast auch Flyer mitgebracht, die würde ich gleich mal verteilen und du hast so eine Art Gewinnspiel mitgebracht, ich bin gespannt. Ja, wir können mal einen kleinen Gag machen, es gibt ja ganz viele merkwürdige Spiele, um es mal vorsichtig zu sagen, Namen, die man sich nicht vorstellen kann und ich möchte jetzt einfach mal drei Leuten von euch schon mal die Möglichkeit geben, bei uns mit einem Kumpelverweisung kommt, wo dann eine Karte sozusagen umsonst ist, also ich verschenke sozusagen die Begleitung, wobei kommt die Eintrittskarte, wenn jemand Lust hat. Hat jemand Lust, einmal dabei mitzumachen? Wir müssen nur aus einer Auswahl eine Entscheidung treffen, um ihr geht es nicht. Das ist wie ein Quiz, Leute, also easy going, das ist wie, wer wird Millionär? Ja, da habe ich auch schon eine Hand gesehen, wunderbar. Ja, ein, zwei Leute. Fängst du, oder geht jemand mit dem Mikro hin oder macht ihr das? Also ich glaube, wir sind nicht so viele, wie wir mit dem anderen. Okay, dann fangen wir mal an. Wer war jetzt? Maxi macht das. Ja, Maxi macht das. Maxi macht das. Also ich habe hier, es gibt hier Module für ein Computersystem, das ist einer Tage VCS und da gab es Spielennamen, die sind, sagen wir mal vorsichtig, manchmal merkwürdig. Und ich nenne jetzt zwei Titel und einen davon gibt es und einen davon gibt es nicht. Und wenn du mir den richtigen Titel nennst, dann bekommst du einen Gutschein. Also heißt dieses Spiel, was ich in der Hand habe, die Polizistenjagd oder Schussel der Polizisten Schreck. Das gab es im Handel, muss man dazu sagen. Das ist ein ganz normales Computerspiel. Das fand ich denn das Zweite, wenn das so hat, so hat. Das ist korrekt. Dieses Spiel heißt tatsächlich Schussel der Polizisten Schreck und ist für eine Tage VCS-System in den 18er Jahren erschienen. Darf ich da kurz was zwischenfragen? Ich habe ja noch nie so ein Ding gesehen. Darfst du es mal halten? Ja, klar. Alter, das ist leichter als ein Zigarettenschachtel gefühlt. Und das sind diese Dinger, die man dann auf eine Konsole stellt oder was? Das ist korrekt. Die steckt man in das Atari-Raid rein und dann denkt man, dass das jetzt ein spannendes Spiel ist und manchmal sind das Dinge, die sind dann sehr merkwürdig. Wir haben über 100 solche merkwürdigen Spiele an der Rand hängen. Darf ich kurz sagen, was auf dieser Konsole auch drauf ist oder auf diesem Spiel drauf ist? Das ist ein Clown, der sieht aus, als ob er schlecht illustriert worden ist. Also weder gruselig. der schlecht illustriert worden ist. Also weder gruselig wie der Joker noch irgendwie so wie die Homies, die im Zirkus aufgetreten sind. Und was hat das mit dem Titel zu tun? Die Klasse haben einfach ein Bett gesucht. Wie gesagt, gibt es tatsächlich, wir machen uns einen Gag und suchen uns die 10 gescheuerten Namen aus und probieren aus, was es ist und stellen uns vorher vor, was es sein könnte. Das funktioniert nicht. Wer hat das reden? Wer hat das? Nein, wir haben es gewonnen. Einmal gibt es schon mal einen Klasse. Einmal bitte nehmen, genau. Danke. So, wir haben noch zwei. Wer möchte noch was? Okay, gibt es das Spiel Bobby geht spielen oder Bobby geht nach Hause? Bobby geht spielen. Das gibt es vielleicht nicht. Es ist Bobby geht nach Hause. Es gibt auch einen zweiten Teil, der heißt Bobby geht heim. Es ist kein Witz. Zeig mal bitte. Aber ich finde, das ist ein Schnapswert für dich als Trostpreis. Bea, was möchtest du nennen? Jäger. Bea, können wir einen Jägermeister haben oder noch haben? Als Trostpreis. Das finde ich super. Ich habe nämlich gerade Bobby gesucht auf diesem Bild. Ähnlich wie mit diesem Clown. Kannst du gar nicht erkennen. Also, wer die Illustration gemacht hat und wer sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, wie die Gestaltung da hinten drin ist. Da hat sich keiner Gedanken gemacht. Das sind teilweise wirklich... Also, gar nicht vergleichbar mit irgendwelchen CD-Covern oder Platten-Covern oder ähnliches. Also, das ist schon mit viel Fantasie zu genießen. Wie gesagt, du hast das Spiel noch nicht gesehen. Das heißt, wie sieht Bobby da aus? Was würdest du sagen? Vielen Dank. Na ja, es ist eine Figur, die muss... Man kann nach Spiel gehen. Na ja, er muss nach Hause kommen. Er muss seine Wohnung wiederfinden und dabei Vögeln ausreichen, glaube ich. Das ist sehr absurd. Aber wir erkennen schon Bobby und wir erkennen auch die Vögel. Aber es war auch nicht. Mit viel Fantasie. Mit viel Fantasie, ja. Okay, einen haben wir noch. Wer möchte? Mutig. Ja, ähm... Hier haben wir eine Dame. Eine Dame, sehr gut. Dieses Modul heißt das Pac-Man oder Pac-Cone? Leider nicht. Es heißt wirklich... Es heißt wirklich Pac-Cone. Pac-Man. Das heißt, da hat jemand gedacht, oh, Donkey Kong ist bekannt, Pac-Man ist bekannt, wir nennen unser Spiel Pac-Kong. Zum den total leid. Sieht aus wie Transformer für Arme. Es ist noch nicht mal das. Das sind jetzt keine guten Spiele. Gottes Willen. Aber die Illustration sieht aus wie Pac-Man für Arme. Stefan organisiert ja einen Trostpreis, das finde ich schon mal gut. Aber ich muss dir sagen, diese Gamer-Szene, die hat sich doch über die Jahre wirklich so wahnsinnig etabliert. Inwieweit seid ihr denn da auch mit drin als Museum? Also bei den modernen Sachen sind wir natürlich in Anführungszeichen raus, aber in Anführungszeichen spielen privat natürlich auch bei neueren Sachen. Aber man kann ja wie gesagt wunderbare Kuppenergebnisse auch haben mit den Multiplayer-Geschichten in einem Raum, was ich vorhin sagte. Das sind diese LAN-Partys, die es früher auch mal gab. Genau, aber halt jetzt im kleineren bis mittleren Rahmen und zwar ohne Aufbaustress und ohne Konfigurationsprobleme. Was heißt das für den Otto-Normalverbraucher wie mich, die überhaupt gar keine Ahnung hat, was man sonst hätte aufbauen müssen? Naja, man ist früher mit dem Computer durch die Gegend gerannt, hat eine Art Netzwerk aufgebaut, versucht die Kabel an die richtigen Stelle zu stecken, versucht die Treibe zu installieren, die Spiegel zu installieren und nach zwei Stunden Installation hat nichts funktioniert und dann hat man wieder abgebaut und ist nach Hause gegangen. Das war jetzt Kischee-Hass, aber wir haben die Sache fertig aufgebaut. Das ist wirklich ein Vorteil. Der andere Vorteil ist, kein normaler Mensch hat ja heute mehr 20, 30 alte Geräte zu Hause spielbereit aufgebaut. Das macht ja auch keine Ahnung. Man setzt sich also sozusagen an den gedenkten Tisch bei uns. Das hört sich gut an, Stefan, oder? Ja, total. Also, ich bin leider überhaupt kein Gamer. Das macht nicht. Das sind die, die wir am schwersten rauskriegen bei uns. Ja? Also, wenn ich komme, bist du der Letzte, der rausgeht. Ich glaube es. Und du auch? Doch, definitiv. Also, wir haben das Experimental schon öfter probiert und immer die, die sagen, wir werden nichts anfassen, wir werden nichts spielen. Das sind die schlimmsten. Also, das einzige Spiel, was ich wirklich kenne, ist Tetris. Haben wir auch sechs oder sieben. Das ist schon was. Und Crystal Castle, das lief irgendwann mal auf dem Windows-Rechner meines Vaters. Keine Ahnung, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und seitdem fahre ich vielleicht mal Autorennen oder machen wir hier irgendwie bei Super Mario Kart mit meinen Fadenkindern irgendwas, weil sie dann denken, oh, die ist doch ganz cool. Am ersten Tisch hatten wir ein siebener Autorennen, am zweiten Tisch ein vierer Mario Kart und macht drei Tetris Automaten. Also, ich glaube, Solitär? Solitär für meine Mama? Notfalls können wir das ja auch draufpacken, wir hätten auch noch Moorruhen. bei Solitär, da ist meine Mama verloren. Nein, also, wie gesagt, es gibt für jeden was. Und wir haben auch schon oft wirklich Paare gehabt, die sich in Tetris verbissen haben, eine Stunde lang tatsächlich. Aber das kann ja jeder selbst probieren, was sie wirklich dann heißt oder nicht. Und das Tolle ist, dass man wirklich vorher nicht weiß, wie es endet. Und das finde ich ganz spannend. Das heißt, du sagst, hey, ich könnte alle vorbeikommen. Jeder sollte mal gucken, komm. Irgendwie so im Augen haben wir gesagt, Menschen von 8 bis 80 problemlos. Ja, kann man wirklich so sagen. Es ist eine Location, wo Menschen Spaß haben können. Und viele Gespräche auch unterhalten sich mit Dingen oder erleben halt neue Dinge oder alte Dinge wieder. Und das ist für alle interessant. Also dieses 9 bis 99, das, was auch auf den analogen Spielen steht, das hat sich so in meinem Gehirn festgematert. Das funktioniert auch bei digitalen Spielen. Erstaunlicherweise ja, aber ich kann dazu sagen, wir haben das nicht so geplant. Wir hatten, als wir öffnen wollten, ein Schild an der Tür steht, Zutritt ab 18, weil wir nicht wollten, dass Jugendliche unsere Museumsstücke zerlegen. Wir haben wirklich deswegen gemacht und das Schild haben wir dann irgendwann klangheimlich entfernt, weil wir plötzlich merkten, dass Jugendliche sich teilweise fast besser benommen haben als die Erwachsenen und Schulklassen teilweise ehrfürchtig vor den Geräten standen und sie mit so einer Vorsicht behandelt haben. Ich musste eigentlich noch sagen, den Joystick könnt ihr ruhig ruhig ein bisschen härter bewegen und wie auch immer. Klingt auch wieder blöd, aber es ist ja wirklich, wir haben ja diesen Joystick in der Hand gehabt und ganz vorsichtig versucht ihn zu bewegen. Er sagt, nun drückt doch mal nach links. Das hat dann gezeigt, nee, da haben wir völlig falsch gedacht. Es ist für jeden geeignet und das ist das, was ich natürlich auch toll finde, weil dadurch haben wir keine Zielgruppe oder es gibt nur eine Zielgruppe mit Menschen. Das heißt, die Jugend ist nicht das Verderben der Gesellschaft, sondern ganz gut, dass es die gibt. Das weiß ich nicht, aber sobald sie zumindest in die Location reingekommen sind und die Tür zumachen, haben sie sich verändert. Also man merkt richtig, dass in dem Moment sie sich in einer anderen Welt befinden. Und wie gesagt, wir werden auch wirklich die verschiedenen Altersgruppen spielen zusammen, was ich auch so in der Form selten gesehen habe. Wir haben viele sehr interessante Gäste. Wir haben einen Autisten, der regelmäßig vorbeikommt zum Spielen zum Beispiel. Wir haben einen von Geburt an Blinden, der regelmäßig spielt. Ich weiß bis heute nicht, wie er das macht. Und auch die spielen alle zusammen, als wenn es normalerweise in der Welt wäre, gemeinsam Rito-Spiel zu zocken. Und das ist toll. So eine Atmosphäre hätte ich nie erwartet. Ich glaube ein bisschen, dass es, wenn man viel Liebe zum Detail und viel Liebe zur Sache hat und was aufbaut, dann macht das was mit den Leuten, die da hinkommen. Und das kreiert eine Atmosphäre, wo jeder sich auch vernünftig benehmen will oder das genießt und das einen begeistert. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen so, wo ich war auf einer Zirkusparty von Leuten und ich kam da an, überhaupt nicht verkleidet oder sonst was, und die hatten so viel Liebe in diesen Raum und in das, was sie da geschaffen haben, reingesteckt, dass ich mich benehmen wollte und irgendwie mein Bestes selbst zu dieser Party bringen. Und von dem, was du erzählst, Gaming und Spiele, Spiele ist überhaupt nicht meins, ich verstehe das nicht, aber was sich rausfällt, ist, dass Leute da hinkommen und einfach von der Liebe zu diesem Gaming und von dem, wie ihr es aufgebaut habt. Interesse an vielen Dingen und nicht nur an diese. Und viele fragen uns auch, wir haben zum Beispiel auch 600 Zeitschriften aus den 60er, 70er, 80er Jahren dort liegen, die fragen dann, ob sie auch mal dann nur lesen dürfen. Ich sage, ihr habt Eintritt, dass ihr könnt machen, was ihr wollt. Die setzt euch in die Lounge, lest gemütlich oder reingekommen an und sagten dann, oh, können wir einfach uns eine Stunde mit euch unterhalten? Ich sage, ja, natürlich, wir können auch Geschichten erzählen aus den Zeiten. Das ist, das war mein Barwerk etwas skurril, weil wir halten uns natürlich nicht für so alt, wie uns angemeint behalten. Aber wir haben auch so Momente, ich habe letztens als Jugendlicher in der Location, ich bin es gewohnt, wenn Leute Disketten oder irgendwie Dinge finden, dass sie sich wundern, was es ist. Damit lebe ich ja schon. Aber letztens hält mir jemand eine Musik-CD vor die Nase und sagt, da habt ihr früher Musik drauf gehört, oder? Ja, das würde auch in mein Zeitalter persönlich passen. Ich muss dir sagen, ich glaube, diese gemeinsame Euphorie und das, was ihr da entwickelt, das catcht ganz viele Menschen. Ich merke jetzt auch für mich selber, obwohl ich genauso wie Shetan keine Gamerin bin und wir dich eingeladen haben, weil ich dieses Thema wahnsinnig interessant finde, dass ich das Gefühl habe, ich will mal bei euch vorbeikommen. Und wenn ich nur Gen Asista spiele und vielleicht auch mit noch nicht mal bis zum ersten Level, weil ich gar nicht mehr weiß, wie es läuft. Ich kann Trainer, ich kann Trainer. Ist das ein tolles Angebot und eine tolle Art der Archivierung, wo ich merke, dein Herz hängt daran und das zeigt sich ja auch immer wieder. Du gibst den Leuten eine Plattform, wo sie vorbeikommen können und es ist egal, was sie davon nutzen. Und ich glaube, das fasziniert Menschen, dass ihr so frei seid von, wir brauchen kein Glas, wir wollen das nicht hinter Gittern, sondern ihr seid hier, um euch auszuprobieren. Das gibt den Menschen ganz viel und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute fasziniert. Im Vorgespräch hast du gesagt, es gibt niemanden, der da rausgeht, der irgendwie schlechte Laune hat. Es gibt nur Menschen, die da rausgehen und sagen, wir kommen wieder mal zu Hause. Ich habe sogar gesagt, leider geht niemand raus, mit schlechter Laune, klingt jetzt blöde. Aber wir haben durch die ganze Corona-Scheiße sehr schwierige Zeiten gehabt. Wir haben kurz vor Corona erst gegründet, Deutsches Museum und hatten nie einen Regelbetrieb und wollten eigentlich das Ganze schon mehrfach hinschweißen, weil es sich einfach nicht finanzieren lässt und hätten die Leute gesagt, was jeder macht, ist Quatsch, das ist sinnlos, dann hätte es uns auch nicht zwei Wege getan, dann hätten wir das Ding zugemacht und fertig wäre es. Aber die Leute gehen raus und strahlen und sagen, die Atmosphäre ist einmalig, hier ist alles so authentisch oder hier trifft man ja Leute, mit denen man zusammen was machen kann. Das ist für uns fast so eine Art Verpflichtung geworden, das den Leuten zu erhalten. Das Ding ist komisch. Aber hätten alle gesagt, ach, was er da macht, das ist sowieso kein, das wäre für uns wahrscheinlich besser gewesen. Aber so ist es, es ist langfristig viel schöner, um zu sehen, dass man in Deutschland eine Freude macht und es ist es wert, es auch irgendwie zu erhalten. Und das werden wir weiter versuchen, wie gesagt. Ich frage auch eben, was wünscht ihr hier noch? Nein, es ist alles schön, dann gehen die raus, als wenn sie irgendwo, weiß ich nicht, im Paradies waren. Das hätten wir auch nicht erwartet, ganz ehrlich. Das klingt nach einem wunderschönen Schlusswort und nach einer großartigen Einladung, vorbeizukommen. Absolut, wie gesagt, wir sind jetzt auch mal herzlich willkommen, ich habe ja Flyer hier, ich weiß nicht, wurden da schon verteilt. Wie gesagt, wir sind Donnerstag immer auf jeden Fall da oder wenn man an anderen Tagen kommen möchte, gerne eine Mail schreiben, dann können wir da auch mal gucken, was wir machen können. Wir würden uns da riesig freuen. Wie gesagt, es lohnt sich für Firmen, es lohnt sich für kleine Gruppen, aber auch Einzelpersonen sind immer herzlich willkommen, einfach so eine Zeitreise zu machen in die Vergangenheit der Weltkrieg. Und wie gesagt, ich kann fast eine Wette abschließen, die, die sagen, es ist nicht das Richtige für sie, das sind die, die am Ende wirklich gebeten werden müssen, dann irgendwie kurz vor wieder nach der Location zu verlassen. Stefan, das ist auch eine Einladung für uns, was ich da so ein bisschen raushöre, aber definitiv auch eine Einladung für Menschen gemeinsam etwas anzupacken. Und auch wenn uns das Spielen jetzt, also uns zwei, nicht ganz so nah ist, heißt es definitiv auch, gemeinschaftlich da etwas zu schaffen. Und so wie du jetzt auch gerade erzählt hast, Patrick, ist es definitiv ein Raum, wo man sich frei bewegen kann, wo man ganz viele Fragen stellen kann und wo man auch Antworten bekommt. Das finde ich ja immer toll. Also wenn ich in einem Museum stehe und manchmal denke so, was soll ich damit? Gibt es definitiv Menschen vor Ort, die Frage und Antwort stehen und auch die, die mit anpacken und auch mitdanneln. Also Rorn ist jetzt auch nicht am Ende der Welt, sondern Fahrhaltestellen vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Kommt man da mit öffentlichen Verkehrsmändern gut hin? Man kommt ja gut in Rolleren, man ist in der Nähe, aber es gibt auch sonst Pakt jetzt hier auf Raubekommen will. Das ist überhaupt kein großes Problem. Das Tini war eigentlich recht gut. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns mit reingenommen hast in, ehrlich gesagt, eine andere Welt von uns, also die wir kennen. Und vielleicht schaffen wir das, Tini. Wir haben es sogar in die Elbe geschafft. Auch da mal hin. Warum ist es geheißen? Gott sei Dank. Dass wir mal vorbeikommen und wie es kann, jeder ist eingeladen, egal ob jung, ob alt, mal das auszuprobieren. Absolut. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, gerne Fragen stellen. Ich bin auch ein paar Minuten hier. Flyer habe ich auch hier. Ich würde mich riesig freuen, auch euch da bei uns im Bespielbahnmuseum zu begrüßen. Vielen Dank, Danke, dass du hergekommen bist und ich danke euch für den Support. Ich finde es immer toll. Ich lese Dinge. Stefan und ich teilen das hier immer ein bisschen auch. Stefan ist mehr so im musikalischen Bereich zuständig und ich bin die Talkgäste und ich habe es gelesen und es hat mich gecatcht. Also irgendwas muss da ja gewesen sein, obwohl ich nicht spielaffin bin, dass ich dachte so, ja, das braucht eine Lobby und toll, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und auch euer Herz daran hängt. Definitiv weiterzumachen, auch mit Aufs und Abs. Und wenn irgendjemand was weiß und sagt, ey, da könnte man einen geilen Sponsoring machen, hier ist der Herr. Das ist mir immer noch ganz wichtig. Wir brauchen alle Unterstützung. Das ist Kunst. Wenn ihr Lust habt, du stehst dir noch weiter zur Verfügung, aber E-Mails schreiben ist auch nicht schwierig. So mache ich das auch immer, wenn ich irgendjemanden interessant finde. Also nehmt euch ein Herz. Hier habt ihr einen realen Menschen. Ich freue mich ganz doll, dass du da warst. und hier uns Frage und Antwort gestanden hast. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, ich fand das da sehr interessant. Das hatte ich auch schon mal gesagt, auch schon mal in einem Einspieler für unsere Unterstützer. Aber ich war natürlich auch wieder irritiert, denn das ist eine Bar, die wirklich sehr zentral liegt auf St. Pauli in Hamburg. Und dafür war da im Verhältnis für die Uhrzeit sehr wenig Betrieb. Also auch da das Problem, was wir auch immer noch haben, dass sich da auch noch nicht alles normalisiert hat. Spannend war es auf jeden Fall. Ich habe ein, zwei Rückfragen bekommen hinterher von Leuten, die auch Interesse hatten, uns da mal zu besuchen. Aber ich kann halt immer schwer einschätzen, was aus so einer Veranstaltung wirklich wird. Das werden wir mal sehen. Spannend war es. Und ich hoffe, euch hat der Einblick da auch noch mal gefallen. Dann können wir jetzt auch schon mal zur letzten Rubrik kommen. Retro Credits. Kurz vor Schluss. Ja, das war heute wieder eine Aufzeitung, wie wir sie lange nicht mehr hatten. Wir müssen uns fast bei Selma entschuldigen, dass wir uns hier die halbe Nacht um die Ohren hauen. Wir haben, wie gesagt, ein kurzes Quiz aufgezeichnet für den gesamten April. Und das hat, ja, ein bisschen länger gedauert. Aber dafür war es auch spannend und besonders, oder? Ja, mehr verrate ich nicht. Das ist auch gut so. Wissen wir ja auch nicht. Was wir verraten haben, ist, dass wir euch wohl in nächster Zeit mal öfter hier hören. Und deswegen auch noch mal vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Vor allem diese spezielle Arbeit auch an Spielen, die wir teilweise nicht bespielen würden. Speziell finde ich gut. Dankeschön. Ja, ich liebe schon eure Retro Talks, die uns immer geschickt hat, die Abschlussgespräche. Aber ich frage mich bei ganz vielen wirklich, warum tun die das? Das habe ich ganz oft, dieses Gefühl. Wenn ihr da so analytisch rangeht, denke ich, wie lange haben die Armen das denn gespielt? Ich meine, kannst du ja mal sagen, auch diese Spiele wie jetzt so ein Lightspeed. Wie lange habt ihr euch damit befasst wirklich? Also meistens ist das bei so Spielen, sind das so 15, 20 Stunden. Aber ich gebe dann nicht auf am Ende, weil ich irgendwie doch will, dass das Spiel, irgendwie habe ich die Hoffnung, dass da noch ein guter Kern drin ist. und dann spiele ich das meistens im Stream noch mal zwei, drei, vier, fünf Stunden und stelle dann fest, ach nee, es ist doch nichts. Also meistens sind das so um 20 bis 25 Stunden, die wir da mitzubringen. Und warum wir das machen? Das wäre meine Frage. Weil es uns Spaß macht, mit diesen Spielen sich auseinanderzusetzen. Und ich schade finde, dass die untergehen. Ich meine, wenn ich es nicht machen würde, ich glaube, niemand würde sich so mit Lightspeed auseinandersetzen. Dem kann ich nicht widersprechen. Aber deswegen freuen wir uns ja auch bei solchen Dingen als Talk. Aber wenn ihr jetzt etwas, nenn wir es mal, zugänglichere Sachen habt, dann werden wir die hier auch nochmal ja dann, wie gesagt, mittelpunktorientierter, zentrierter präsentieren. Da freuen wir uns ja auf die zukünftigen Gespräche bei euch. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Und dann werden wir die Sachen mit sich auch nochmal nachspielen. Wobei Lightspeed werde ich nicht anfassen. Das halte ich für schwierig. Lohnt auch nicht. Eben. Und dann kann man ja auch mal nach 30 Stunden sagen, das bringt nichts. Genau. Ja, wie gesagt, ziehe ich meinen Hut vor, dass ihr euch da reinarbeitet. Ich glaube, die meisten hätten wahrscheinlich nach zehn Minuten das Spiel in die Ecke geschmissen. Ja, haben wir noch was zum Abschluss? Wollen wir noch irgendwas mitteilen? April, April. Ach, das war gestern. Vorgestern ist es schon ein Uhr. Mann. Da kann ich noch was zu sagen. Ich capture ja immer die News raus, wenn ich die im Handy sehe, bei Facebook und Co. Und speichere mir die dann ab, damit wir die im Podcast eintragen können. Und ich habe tatsächlich am 1. April sieben oder acht Sachen gecaptured, die ich dann alle wieder gelöscht habe, weil die einfach nicht wahr waren. Ich habe bei der dritten schon gedacht, das ist jetzt sehr merkwürdig. Und dann kam irgendwann was völlig offensichtliches. Dann gucke ich auf das Datum. Und ich so, danke Leute, ich muss alle News nochmal durchgehen. Ich glaube, ich April-Scherze reingeschrieben habe. Und ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Sachen löschen müssen. Die waren teilweise gut. Die waren wirklich diesmal gut, die April-Scherze. Man hat sie nicht im ersten Moment erkannt. Und deswegen musste ich da wirklich sehr genau hinschauen. Es gab auch ein paar Sachen, die waren echt am 1. April. Und das war mehr Recherche als sonst. Beinahe wäre ich reingefallen. Ich weiß, wie das bei euch ist, ob ihr da sofort gewappnet seid, wenn ihr morgens das Handy rausholt am 1. April, dass da ziemlich viel Fake-Sachen stehen. Ich bin drüber gestolpert. Ich weiß nicht, irgendeine Meldung war so blöd, dass sie schon wieder, da habe ich gedacht, ach nee, es ist das Erste. Ja, persönliche Meinung, ich fand es diesmal sehr kreativ, aber so richtig lachen kann ich irgendwie nicht mehr. Wie gesagt, bei ein, zwei Sachen bin ich ja fast reingefallen. Das ist immer die Frage, ob das dann wirklich witzig ist, weil ich habe die Sachen tatsächlich erst ins Podcast-Pad übertragen und hinterher musste ich sie wieder händisch rausnehmen. Wie ist es bei dir, Selma? Fällst du auf sowas noch rein oder bist du da absolut gefeit gegen? Also ich konsumiere meine Nachrichten meistens von Reddit. Das heißt, die sind schon mal größtenteils vorgefiltert durch User. Man muss natürlich selber noch einiges an Filtern machen, aber mir ist ehrlich gesagt kein einziger aufgefallen. Also entweder waren keine da oder sie waren sehr gut. Ich glaube, letzteres tatsächlich manchmal. Aber wie gesagt, wir haben hoffentlich die alle rausgefiltert und nicht irgendwelchen Quatsch vorhin erzählt. Dann entschuldigen wir uns. Aber ich glaube, die News, die wir heute hatten, waren dann tatsächlich nicht dem 1. April geschuldet. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir den Sack heute wieder zu. Vielen, vielen Dank nochmal an Selma. Schöne Grüße auch nochmal an Alexander auf diesem Weg. Wir hören uns ja mit Sicherheit demnächst. Und ja, wir werden nochmal in den nächsten Tagen ein schönes Video machen, weil wir eine tolle Spende heute bekommen haben. Robin, da können wir noch gar nicht viel drüber erzählen, weil du die noch gar nicht ausgepackt hast, richtig? Ja. Aber da sagen wir schon mal ein Dankeschön an Malban auf diesem Wege. Das war ja einer unserer Wegtragsexperten. Und ich glaube, wir können unser Museum demnächst wieder mit ganz besonderen Dingen bestücken. Ich kann ja schon mal das erzählen, was oben auf der riesigen Kiste, die Malban und seine Lebensgefährte mitgebracht haben, oben auflag. Nämlich wir haben in der Location, wenn er denn funktioniert, das wusste er auch nicht mehr genau, einen SX64, einen tragbaren C64. Ja, mit einem, braucht man nur ein Kilometer langes Kabel, da hat man ja ein Laptop. Also da freuen wir uns riesig drüber. Aber das ist ein hochfaszinierendes Gerät. Mal gucken. Und da waren auch noch kleine Arcade-Automaten bei für unsere Launch, denke ich mal. Werden wir in den nächsten Tagen mal ein schönes Video machen und euch dann mitteilen, was man bei uns dann imnächst noch alles machen kann. Ja, dann würde ich mal sagen, dann freuen wir uns, dass es in zwei Wochen mit Daniel Banden weitergeht. und irgendwann hören wir dann auch von euch die ja nicht ganz so speziellen Themen, die dann themengeeignet sind selber. Da freuen wir uns auch riesig drauf. Und wie gesagt, auch schon mal vielen Dank für die Arbeit der letzten Jahre, die ihr gemacht habt, die wir hier auch dann gerne mit unseren Hörern teilen. Weil je mehr Leute das hören, vielleicht desto mehr sagen, das ist Arbeit, die ist auch wichtig und ich muss es ja dann nicht spielen. Oder vielleicht sagt auch jemand, ja, Lightspeed, das ist so kaputt, das möchte ich mir angucken. Das würde mich noch viel mehr freuen. Ja, da geben wir gerne Rückmeldung weiter, wenn was kommen sollte. Ist immer sehr interessant, dass man sich so etwas gerne anhört, aber vielleicht dann doch nicht selber spielt. Könnt ihr euch das auch mal gerne mitteilen. Und vergesst, wie gesagt, nicht auf die Quizfragen zu antworten, wo ihr die Steam-Kiss gewinnen könnt. Ja, so viel würde ich mal sagen für dieses Mal. Und wir können ja schon mal spoilern, wir hören uns im April noch zweimal wieder, denn wir haben bei der Quizaufzahlung vorhin mit Schrecken festgestellt, dass der April drei Podcast-Sendungen hat. Das gibt es auch nicht so oft im Jahr. Nein. Ja, also wie gesagt, die volle Dröhnung im April und deswegen denke ich mal, können wir auch heute mit einem kürzeren Rahmenprogramm abgehen. Dafür hatten wir ja viele tolle Einspieler. Danke an euch und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail.retro-kompott.de Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. bei Amazon und in den jeweiligen Handy-Stores als App oder direkt auf der Homepage www.retro-kompott.de Natürlich kann man uns auch auf iTunes oder Spotify hören und bei Twitch und YouTube freuen wir uns ebenfalls immer über neue Follower und nette Kommentare. Wir senden jeden zweiten Sonntag live das Rahmenprogramm des Retro-Kompotts auf Twitch. Der Kanalname ist derretro-kompott. Der gesamte Audio-Podcast wird zeitnah und meistens am darauffolgenden Tag online gestellt. Bei YouTube findet ihr alle unsere Videos und Rahmenprogramme Out in der Konserve. Donnerstags treffen wir uns zum Video-Stammtisch, wo wir mit interessierten Hörern ausgewählte Spiele gemeinsam ausprobieren. Freitags gibt es einen Audio-Stammtisch für alle Hörer, die sich untereinander oder mit den Podcastern zu beliebigen Themen austauschen möchten. Ein weiteres Highlight sind Live-Streams auf Twitch für tollen Gästen aus der Szene oder auch Amiga Live-Spieleabend. Die Video-Mitschnitte findet ihr auf YouTube, die erste Stunde der Audio-Stammtische im RSS-Feed oder auf der Homepage. Das komplette Programm gibt es für alle Unterstützer. Wer unser Podcast-Projekt auf Patreon, Steady oder bei PayPal unterstützen möchte, findet auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen. Unterstützer erhalten Zugriff auf viele exklusive Inhalte, Sonderformate und Videos sowie zeitexklusiven Zugriff auf unsere aktuellen Interviews oder Einspieler direkt nach der Aufnahme. weit vor der Aufstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Show Notes, bei der Recherche oder zum Beispiel bei der Übersetzung der Interviews mit Spiele-Legenden helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich hier retro. Die meisten hat Patrick vor über 30 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch gamerfrei. Und wer mit uns zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, der kann uns ja wie erwähnt in Hamburg in unserem bespielbaren Museum treffen. Hoffentlich bis bald. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nichts zu fragen. Ich bin nur die Stimme. POG 53 280,0 POG 53 281,0 POG 646,0 und die Podcast-Komfort-Reihe ist eine Produktion der Firma Comillusion GbR Medien und Publikationen, Presse- und EDV-Service. Linz u n n in proik vocês IK